Unsympath Robin Felder Kapitel 1 Schaulustiger Wenn ich noch langsamer gehe, könnte es sein, dass mich ein Passant anspricht und fragt, ob er mir helfen kann, oder ob er einen Notarzt verständigen soll. Hoffentlich passiert das nicht. Ich muss sonst höflich Nein-Danke sagen und unnötig Energie verschwenden, wo ich ihm doch viel lieber ein freundliches Verpiss dich entgegnen möchte. Ich schlendere in Richtung Stadtmitte, beide Hände tief in meinen vorderen Hosentaschen versenkt. Es ist ein heißer Juliabend kurz vor sechs. Ein leichter Schweißfilm liegt auf meiner Haut. Eilig hab ich's nicht. Trotzdem fühle ich mich seltsam gehetzt. Taschencheck. Geldbeutel, kurze Griff an rechte Gesäßtasche. Schlüssel, Griff an rechte vordere Hosentasche. Handy spür ich so, linke vordere Hosentasche. Alles da. Ich geh' an einem Starbucks-Coffeeshop vorbei. Ein Gebäude weiter dröhnt Rianas Umbrella-Bass-lastig aus dem Palmas-Dessau-Laden. Die beiden alten Weiber, die mir vor dem Juwelier daneben im typischen Pinguin-Gang entgegenkommen, tragen die für Rentnerinnen ab siebzig gesetzlich vorgeschriebene Einheitsdauerwelle. Einmal in Kastanienrostrot und einmal in fleckig-grau Natur. Stämmige Statur, gedrungen, klein, angestrengter Blick. Atmen durch geöffneten Mund, dabei die Backen aufblähen. Wie ein Zelt hängt das dunkelblaue Paillettenoberteil der einen über den beiden riesigen Ausbeulungen darunter und betont die Angelegenheit nur umso mehr. Die Dinger müssen im Laufe der Jahre wachsen, denke ich mir. Es lässt sich tatsächlich nicht leugnen, die Anzahl Dinosaurier bußiger Seniorinnen steht in keinerlei Verhältnis zur Anzahl vergleichbar proportionierter junger Frauen. Suspekt. Ich seh' wieder weg. Dumpfer weiblicher Intimgeruch, vermischt mit Old Spice aus der Literflasche des kürzlich verstorbenen Gatten, liegt in der Luft. Instinktiv atme ich flach, bis der Geruch und damit ihre Existenz verpufft sind. Ich gehe weiter die Straße entlang, laufe vorbei an einem San Francisco-Coffeeshop, gesteckt voll. Daneben eine kleine Boutique, niemand drin. Die Art von Miniladen, dessen wirtschaftliche Existenz sich nur mit Abschreibung, Geldwäsche oder Gönnerschaft erklären lässt. Nicht mit Rentabilität. Auf halber Strecke zwischen einem Puma-Store und einer Segafredo-Coffee-Filiale kommt mir ein Pärchen entgegen. Beide Brillenträger. Ist der eine Brillenträger, trägt der Partner zu 80 Prozent auch eine Brille. Weiter. Ich bahne mir einen Weg durch die Wogen, Wogen aus Menschen. Eine etwa 25-jährige enges T-Shirt stramm sieht mich nett an, wenn mich nicht alles täuscht. Und ist schon wieder weg. Sofort ziehe ich rechts in das erste verfügbare Schaufenster und nutze die Spiegelung, um zu prüfen, ob alles okay an mir ist. Geht so. Ich kratze mich am Oberarm, obwohl es keinen Grund dazu gibt. Weiter. More and more. Danach ein Schuhladen. Die Sonne teilt die Straße mittig. Ich gehe auf der schattigen Seite. Vorbei an einer Selbstbedienungsbäckerei mit Coffee-to-go-Schild in der Auslage. Coffee-to-go, muss ich mir notieren. Möglicher Songtitel. Danach eine Douglas-Parfümerie. Riesiges Flakon im Fenster. Als nächstes eine Auslage, vor der das Abstellen von Fahrrädern verboten ist, vor der zwei Fahrräder stehen. Direkt daneben ein Dönerladen. Zur Hälfte abgearbeitete Lammfleischspieß angelaufene Scheiben gammelig. Aus dem Radio dröhnt Don Hanleys Boys of Summer. Genial, aber gibt mir nichts. Früher wurden nicht so viele Oldies gespielt. Liegt womöglich daran, dass es noch nicht so viele gab. Blödsinn. Ich zähle von 51 rückwärts. Nur die ungeraden Zahlen. Body Shop. Ralf Laureen. 41, 39, 37. Mehr Gebäude. Noch mehr Fensteraugen. Strenest Store. Ein Promi-Friseurschild. Haarschnitt vorbehalten. 29, 27. Roter Teppich davor. Dann noch irgendein Schuhladen. Ich habe Schuhgröße 46,5, nicht so wichtig. 17, 15, 13. Ein Red Coffee Shop. Durch die offene Tür riecht es nach gerösteten Kaffeebohnen. Noch eine Boutique. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, mitten rein gepfercht eine Kirche. Schnörkelig, Gotik, Barock, Romantik. Eine Ahnung, nicht im Ansatz. Weiter. Ein weiterer Gang durch einen weiteren Tag. Ein junges Mädchen, halb so alt wie ich, H&M-Tüte, die sie in der Ellbogenbeuge trägt, tippt was in ihr Handy und nippt dabei an einer Plastikflasche mit einer roten Flüssigkeit. Das ist so üpplich. Je niedriger die soziale Herkunft, desto farbiger das Getränk, das unterwegs konsumiert wird. Eine Gleichung. Gleich noch eine. Je mehr Asi, desto mehr SMS. Ihre mittrampelnde Freundin ist nur ihre Freundin, weil die deutlich schlechter aussieht. Das Kontrast deswegen. Sie hat ihre überdimensionierte Sonnenbrille ins Haar gesteckt. Nicht gerade ein Alleinstellungsmerkmal. Weiter, weiter. Ich komme mir vor, als liefe ich durch eine Parallelwelt, wie ein Trabant. Vorbei an einem Meierbeer-Coffeeshop. Das darauf folgende Reformhausschaufenster informiert mich über eine neue Generation von Fencheltee. Trinke ich am liebsten. Von irgendwoher versucht sich eine Mutter an der Drohung, Dann gehe ich eben ohne dich. Mach's gut, Leon. Mama geht dann mal alleine heim. Leon fällt darauf rein. Leon kommt schreiend angelaufen. Leon hat Schlupflieder. Fünf Sekunden vergehen. Im Gehen. Ich schaue umher, alles an, reize. Jeder optische Impuls. Alles gibt mir zu denken. Ich setze meinen Weg fort. Vorbei an einem Coffee-Fellows-Shop. Weiter. Siebzehn Uhr achtundfünfzig. Ich schließe die Augen und öffne sie wieder. Ich schaue in den Himmel. Quellwolken. Dieses Jahr herrschen beinahe tropische Verhältnisse. Jeden Tag zwei kurze, heftige, regenwaldartige Schauer. Zehn Minuten. Im Anschluss saugt die Sonne die Feuchtigkeit ebenso schnell wieder aus dem Boden. Pünktlich auf die Sekunde. Glockengeläut. Achtzehn Uhr. Eine weiter entfernte Kirche sitzt zusätzlich ein. Um eine Millisekunde Zeit versetzt. Oder zwei. Lautes Bing. Bing, leises Bong. Lautes Bing, leises Bong. Jeweils sechsmal. Nicht achtzehnmal. Da muss man schon mitdenken. Ich massiere mir die Schläfen. Alles rattert vorbei. Rechts gegenüber ein Optiker, Vielmann oder Apollo. Ich habe eine Kontaktlinse. Einseitig. Nur rechts. Minus zwei Komma fünf Dioptrien. Links sehe ich hundert Prozent. Bin wohl in der Pubertät zu schnell gewachsen. Das jedoch beidseitig. Schaue noch mal in den Himmel. Zwei langgezogene Kondensstreifen einer Düsenmaschine. Was ist die Alternative? Ein faltiger Kopf mit feuerrotem Haar gehnt mir ungeniert ins Gesicht. Mein Antwortgenen bleibt aus. Kein Reflex. Außer dem Menschen lassen sich nur Schimpansen und Stummelschwanzmakaken vom Genen anstecken. Habe ich mal gelesen. Die Luft ist sehr warm. Ich schleiche weiter. Mit höchstens einer vagen Vorstellung wohin. Und mit noch geringerer Begeisterung als zuvor. Kurze Zeit später, gegen 18 Uhr drei, laufe ich beinahe einer Sängerin über den Weg, die ich vor Jahren mal aufgenommen habe. Sie lutscht an einem Lolli, von dem nur der weiße Stiel aus ihrem Mund schaut. Kann mich nicht mehr erinnern, wie sie heißt. Irgendwas mit S. Nein, P. Nein, doch S. Jetzt weiß ich's. Mandy heißt sie. Schon der Name. Es ging damals um eine hausige Dance-Nummer, für die ich Demowogels brauchte. Ihre Stimme war nicht so besonders, aber wie alle Minderbegabten war sie äußerst überzeugt von sich. Versagertum und Selbstüberschätzung liegen dicht beieinander. Ich bemerke sie rechtzeitig und tue, als würde ich sie nicht sehen. Und zwar ganz offensichtlich. Hoffentlich bekommt sie's mit. Ich möchte auf keinen Fall in ein Gespräch mit ihr verwickelt werden. Was interessiert mich ihr Geschwätz? Und schlimmer noch, ich müsste Bussi-Bussi machen, diese sinnlose Zwangshandlung zur Vortäuschung von Vertrautheit. Ich will niemanden riechen und möchte auch nicht gerochen werden. Mit wem ist man denn schon so eng, dass es diesen Vorgang rechtfertigt? Ich blicke verloren auf den vor mir liegenden Platz. Ich bleibe kurz stehen und nehme all die kreuz- und querlaufenden Menschen wahr. Wieso sind die auch alle da, diese Wilden? Das ist der Durchschnitt, schätze ich. Durchschnitt kann so wehtun. Oder ist das nur ein Maskenball? Ein absurder Scherz? Statistisch gesehen müsste alles dabei sein. An Denkbarem, an Machbarem, an Vorhandenem. Plus, Minus, Gut, Bös, Eher, Sie, Rechts, Links, Jägerbeute, Vorher, Nachher, Oben, Unten, Homo, Hetero, Schwarz, Weiß, Täter, Opfer, Groß, Klein, Grob, Fein, Vergangenheit, Zukunft, Normal, Pervers. Nur, der ist was? Normal. Was war normal nochmal? Durch. Ich halte eine Krisensitzung mit mir selbst. Krise? Was für eine Krise? Flucht ist keine Option. Niemand zwingt mich. Einfach durch. Ich laufe den Leuten aus dem Weg in den Weg, aus dem Weg in den Weg, um ihnen auszuweichen. Bis ich auf der Rolltreppe stehe, die in den ersten Stock der größten Buchhandlung der Stadt führt. Ich werfe einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist. Zwischen Socken und Schaftkante. Das sieht unmöglich aus. Aber alles gut. Sie hängt drüber. Dann selbe Prozedur mit dem rechten Fuß. Auch okay. Ich überblicke die riesige erste Etage und steuere zielstrebig einen Stapel mit Neuerscheinungen an. Ich nehme mir ein Buch und setze mich an den äußeren linken Rand einer Leseinsel. In letzter Zeit bin ich fast täglich hier, um abwechselnd zu lesen und Menschen zu beobachten. Ich muss aufpassen, dass dieses Rumhängen nicht zur Gewohnheit wird, zu einem zwanghaften Ritual als Sinnbild meiner Orientierungslosigkeit. Rumhängen ist seit über einem halben Jahr meine bevorzugte Beschäftigung. Neben mich setzt sich ein vielleicht 18-jähriges Mädchen. Ich spüre ihre Körperwärme. Sie schlägt die Beine auf die Art übereinander, von der man Krampfadern kriegt. Ohne, dass sie es bemerkt, mustere ich sie mit minimal gedrehtem Kopf aus meinen Augenwinkeln und arbeite meine Beurteilungsparameter der Reihe nach ab. Augen, Gesicht, Haut, Haare, Titten, Gesamtphysiognomie, Kleidung. Alles ansehnlich. Als ich die drei Bücher sehe, die sie der Reihe nach durchblättert, drei Liebesschnulzen mit knallbunten Covern und Titeln wie »Denn ich vermisse dich« und »Was?« »Der Schluck auf der Begierde«, »Nein, der Ruf der Begierde«, sehe ich sie nicht mehr an. »Bis sie wenig später aufsteht und ich ihren Arsch begutachten kann. Klein. Man kann gar keine Meinung zu ihm haben. Fast nicht vorhanden. Wie ihr verdammter Intellekt.« Die Klimaanlage ist zu stark eingestellt. Es ist zu eisig, dass die Atemluft, die aus den Mündern und Nasen dringt, dampft. Ein Großteil der Verkäufer läuft in Poloshorts oder kurzärmlichen Hemden, aber mit Schal oder übergehängter Wollweste rum. Von meinem Platz aus habe ich einen hervorragenden Blick auf die Treppe, die zu den Kassen und zum Ausgang führt. Der Querschnitt der zahllosen Kunden bestätigt, Magersucht und Fettleibigkeit sind die bevorzugten Varianten des allgemeinen Erscheinungsbildes. Die Gesellschaft ist im Lot. Zahllose abgetakelte Fressbrecher mit dunkelumrandeten Augen und gierige Allesfresser. Der senil wirkende Kinderschinde mit kariertem Seidenhals, Tuch und Ölhaar, zurückgekämmt, schwarz gefärbt an den Wurzeln Grau, der jetzt neben mir Platz genommen hat, spricht so laut in sein Handy, dass alle ringsherum peinlich berührt schauen und immer wieder in sich hinein mit dem Kopf schütteln. Manchen ist es nicht zu billig, sich untereinander durch verbrüdernde Blicke gegen den Stürenfried zu solidarisieren. Ich hingegen verfolge das Gespräch mit gespannter Aufmerksamkeit. »Hi, Dieterlein! Alles, alles Gute zum Geburtstag!« rührt er aufgedreht in sein Telefon. Die Herzenswärme eines Eiswürfels. Gekonnt, aber ungewollt macht er die ganze Feierlichkeit sofort wieder zunichte, indem er kurz darauf gedehnt. »Bitte!« sagt. Perplex starre ich ihn unglaublich an. Mit kräftigem, aber altem Organ redet er weiter und schaut dabei ständig geschäftig umher. Phrasendrescherei! Die Euphorie, mit der er von seinem Urlaub erzählt, wird umso unglaubwürdiger, je mehr Begeisterung er auffährt. »Wir hatten so viel Spaß! Ich sage dir, was haben wir gelacht! Der Wahnsinn!« Er reibt sich mit einer Hand am Hals, als streiche er sich die Haut glatt. Eine weit verbreitete Geste. Ständig webt er Modewörter ein, die bereits vor zehn Jahren keiner mehr verwendet hat. Ich kann nur grob schätzen, wann ich das letzte Mal »Holla die Waldfee« gehört habe. Sein glitschiges Gesicht mit unzähligen Altersflecken passt nicht zu seiner Wortwahl. Sein Streben nach juveniler Wirkung verpufft erfolglos. Was aber eigentlich nicht stimmt, wenn er es selbst nicht merkt. Alles ist subjektiv. Die eigene Wahrheit, die einzige. Ich starre wiederholt zu diesem Kretin hinüber. Und je länger ich ihn betrachte, desto mehr sehe ich durch ihn hindurch, anstatt in ihn hinein. Ich glaube, er ist gar nichts. Er ist niemand. Ich werde schläfrig und lese weiter. Ich habe brutalen Hunger, aber ich werde heute nichts mehr essen. Von nichts kommt nichts. Auf meinem rechten Knie klebt ein kleiner Fussel, den wegzuwischen ich zu müde bin. Stattdessen überprüfe ich meine Fingernägel. Picobello. Aus kurz nach sechs ist plötzlich kurz vor acht geworden. Genau genommen sieben vor acht. Ich nehme es immer genau. Ich sitze wieder und lese. Das mir vertraute, immer gleiche Streichquartett ertönt aus den Lautsprechern. Eine Art musikalischer Rausschmeißer, um auf den kurz bevorstehenden Ladenschluss aufmerksam zu machen. Klassik wird völlig überschätzt. Die Zeit ist vorbei. Hören ausschließlich Wichtigtour, die meinen, damit eine gewisse elitär-intellektuelle Haltung zu kultivieren. Und das natürlich bei einem gepflegten Glas Wein. Und der ganzen Kaminfeuerscheiße. Wer braucht schon die zigtausendste Aufführung eines zweihundert Jahre alten Stücks? Dabei fühlt keiner mehr was. Es sei denn, er bildet es sich ganz fest ein. Von Jazzfans will ich gar nicht erst reden. Musik für Menschen, die Musik nicht leiden können. Ich mache den obersten Knopf meiner Jeans zu, lege mein Buch zurück auf den Stapel, merke mir Seite 47, um morgen dort weiterzulesen, und verlasse den Laden. Da das Gedränge vor dem Geschäft groß ist, ziehe ich mein Tempo an und gehe zügig vorbei an dem athletisch gebauten Bettler mit roter Baskenmütze, der täglich an derselben Ecke steht und auf See behindert macht. Vor wenigen Wochen habe ich ihn mal frühmorgens joggen gesehen. Wie er dabei eine dicht befahrene Straße überquerte, formvollendet zwischen den Autos hindurch tänzelte, ließ mich eher an Adleraugen denken, als an gelbe Armbinde mit schwarzen Punkten. Raus aus dem Trubel! Ich werde wieder langsamer und biege an der nächsten Querstraße rechts ab. Damit nehme ich für den Heimweg bewusst einen kleinen Umweg in Kauf. Bei meiner momentanen Mindestgeschwindigkeit benötige ich auf meiner Route noch sieben Minuten und achtundvierzig Sekunden bis nach Hause. Mein Schritttempo gibt Entspannung vor, doch meine Gedanken rasen, wie immer. Meine eben gemachte Distanzberechnung basiert auf meinem mir unerklärlichen Talent, Strecken räumlich wie zeitlich bildhaft vor mir zu sehen. Wo ich auch bin, ich weiß nicht nur immer genau, wo Norden ist. Ich nehme auch mein geografisches Umfeld so wahr, dass ich wie ein menschliches Navigationssystem funktioniere. Lediglich Staus kann ich nicht voraussehen. Mein Handy klingelt. Bettina E. Handy erscheint auf meinem Display. Hi. Hi. Alles gut? Ja, und bei dir? Auch. Eure uns heute Abend sehen? Okay. Bei dir? Ja, wunderbar. Um neun? Ja, gut, bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Kurz und bündig. Nur kein unnötiges Gelaber. Ein hundertfach erprobter Wortwechsel. Jetzt habe ich doch noch einen Termin reinbekommen. Schon fühle ich mich ein bisschen gestresst. Das bringt mich fast aus dem Gleichgewicht. Aus meinem Ungleichgewicht. Wenn man erst mal gar nichts mehr tut, ist jede Veränderung eine Belastung. Jetzt muss ich ein wenig umdisponieren. Wichsen, wie geplant entfällt. Ressourcen sparen. An der nächsten Kreuzung ist offenbar vor wenigen Minuten ein schwerer Unfall passiert. Überall sich stummdrehende Blaulichter und hektisch wirkende Rettungskräfte. Dem galten also die ganzen Sirenen, die ich vorhin wahrgenommen habe. Ein Motorradfahrer wurde von zwei Autos in die Mitte genommen. Der genaue Unfallhergang interessiert mich nicht. Unfälle interessieren mich überhaupt gar nicht. Ich sehe mir viel lieber die Schaulustigen an. In dicken Menschentrauben stehen sie an den Straßenseiten, ein einziges großes Glotzen. Zirkus, Eintritt frei. Wo die nur immer herkommen, so schnell und in diesen Mengen, sachkundig mustere ich sie. Ich bin so etwas wie ein Schaulustigen Schaulustiger. Die Schattierungen und Abstufungen des Verhaltens zu kategorisieren, ist eine Wissenschaft für sich. Das merkt man schnell, wenn man sich erst mal in die Materie eingearbeitet hat. Offene Münder, Mondkälberaugen, ein nicht enden wollendes Kopfschütteln, heuchlerisches Entsetzen und scheinheiliges Mitgefühl. Das erfordert der Ernst des Augenblicks. Entweder zur Vertuschung, Gott sei Dank nicht ich, aber gerne mehr davon. Oder als Vorbeugungsmaßnahme. Vorsicht, unterlassene Anteilnahme könnte zu eigenem Unglück führen. In etwa die Pole, zwischen denen sich das Gesamtspektrum menschlichen Innenlebens bewegt. Das monolithische Grundgerüst aus Missgunst, Schadenfreude und Angst. Dessen vierte tragende Säule, Neid, hier höchstens in Zusammenhang mit der Schadensersatzsumme der gegnerischen Unfallversicherung ins Spiel kommt. Eine junge Schreckschraube mit vorstehenden Zähnen, Lispelt benommen, slim, slim, in Richtung ihres Freundes oder Mannes mit Nilpferdkopf. Der legt seinen Zeigefinger auf den Mund. Ein Sanitäter ruft gerade etwas mit Injektion und schnell ab dafür. Das möchte er nicht verpassen. Ich amüsiere mich über dieses Grauen und fühle mich sofort als etwas deutlich Besseres, bis ich um die Ecke biege. Dann hat sich das auch wieder erledigt und meine Lethargie setzt erneut ein. Ich ziehe das Tempo an, da ich noch ein Bad nehmen möchte, bevor Bettina kommt. Alles ist Arbeit. Ein leichtes Stöhnen entfährt mir, als ich daran denke, dass ich im Anschluss wieder die Armaturen und Keramikflächen der Wanne trocken wischen muss, Das mache ich immer und dadurch sieht mein Bad 1a aus. Keine Kalk- oder Schimmelflecken, das gibt's bei mir nicht. Aber dieses Reinigungsprozedere jedes Mal mindert den Badekomfort doch erheblich. Bei entsprechender Gemütslage wie jetzt zum Beispiel mischt sich bei dem Gedanken daran auch eine Prise Verzweiflung in meine Emotionspalette. Es hat dann so etwas Universelles im Sinne von »Hört das denn nie auf?« Nein, tut es nicht. Zumindest nicht, bis alles aufhört. Bettina ist immer ziemlich pünktlich. Ich habe jetzt noch 49 Minuten bis zu ihrer Ankunft. Das schaffe ich locker. Wir treffen uns zwei-, dreimal im Monat und führen das, was ich eine Nichtbeziehung nenne. Als wir uns vor ziemlich genau sechs Jahren kennenlernten, stellte sich schnell heraus, dass Bettina mich liebt und ich sie nicht. Doch sie blieb dran an mir. Noch nie war mir eine Frau derart auf den Fersen gewesen und schließlich entwickelte sich dieser Turnus, den wir bis heute unverändert beibehalten und der mir sehr angenehm ist. Bei durchschnittlich drei Verabredungen pro Monat über sechs Jahre hinweg heißt das, dass wir bisher ungefähr 216 Mal Sex miteinander hatten, sagen wir abgerundet 200 Mal. Das ist hundert Mal öfter, als ich normalerweise mit einer Frau zu schlafen imstande bin. Habe ich einen weiblichen Körper nämlich zwei- bis dreimal gefügelt, interessiert er mich nicht mehr und kann mich auch nicht mehr stimulieren. Abgearbeitet, erledigt, auf Wiedersehen. Das ist unabänderlich und sehr bedauerlich. Hauptsächlich für mich. Das bringt eine Unruhe in mein Leben, an der ich gar kein Interesse habe und zieht sich durch alle Bereiche. Alles hat ein Haltbarkeitsdatum, das lautet Benutze es zügig und entsorge es im Anschluss unverzüglich. Ich kann nichts dagegen tun. Folglich ist mir Bettina wirklich ein unerklärliches Phänomen. Und so versuche ich konstant, mit zahllosen Nutten, Kurzaffären und sonstigen ausgleichenden Maßnahmen aufkommender Eintönigkeit entgegenzuwirken. Bettina ist 27, studiert Biochemie im letzten Semester und hat ein Stipendium für Hochbegabte, von dem sie aber niemandem erzählt. Noch so ein Punkt, der die Existenz unserer Beziehung für mich schwer verständlich macht. Sie ist hochintelligent, aber die Tatsache, dass sie mich mag, lässt mich eher an ihr zweifeln, als dass ich sie dafür schätzen würde. Sie hat dunkelbraune Haare und ein sehr edles Gesicht. Ihre ganz leicht zu dünn geratenen Lippen verleihen ihr einen Hauch von Stränge, die sie in ihrem Wesen aber nicht aufweist. Sie hat auffallend schöne Haut und riecht außerdem sehr gut. Wir machen keine Dinge, die normale Paare tun, wie zum Beispiel einen Tag zusammen verbringen, durch die Stadt bummeln oder sonst was unternehmen. Wir haben noch nie zusammen gefrühstückt, sind nie zusammen aufgewacht. Ich kann nicht schlafen, wenn jemand mit mir im Raum ist, ist mir zu intim, zu verbindlich. Ich ziehe das konsequent durch und mache mich nach dem Sex aus dem Staub oder schmeiße sie raus. Natürlich charmant, mit der Bitte um Verständnis, was mir zusammen mit meinen anderen Eigentümlichkeiten fast schon wieder eine Art Exotenbonus verleiht. Dass ich mich wegen des Ungleichgewichts unserer gegenseitigen Zuneigung manchmal unwohl fühle, vermag ich sowohl durch Gewohnheit als auch durch sukzessive Verrohung zunehmend besser zu ignorieren. Nie habe ich Bettina etwas vorgemacht oder Liebe geheuchelt. Vielleicht hat sie anfangs geglaubt, das Thema aussitzen zu können, und meine Gefühle für sie würden sich dann schon noch entwickeln. Aber dem war nicht so, und das wird, wie ich mich kenne, auch nie passieren. Warum ich nichts für sie empfinde, verstehe ich selbst nicht. Ich war noch nie in jemanden verliebt. Ich öffne die Haustür und laufe in ein Blondchen aus dem zweiten oder was weiß ich wievielten Stock. Ich kenne sie vom Sehen und würde mir ihren Namen selbst dann nicht merken, wenn sie ihn mir zehnmal sagte. Mich interessiert auch nicht, dass übrigens bei den Mülltonnen das Tor nicht mehr von allein zugeht. What the fuck? Ob ich das auch schon bemerkt hätte? Hä? Und sie jetzt zur Wurzelbehandlung geht? What the flying fuck? Was erzählst du mir da? Laber mich nicht zu und lass dir auch gleich noch die Zahntaschen säubern, und zwar dringend, du stinkende Schnalle, möchte ich ihr nachrufen, als ich in den Aufzug steige. Stattdessen versuche ich mich an einem verständnisvollen Lächeln, das mein Wegdriften kaschieren soll. Die Lifttür schließt. Ich mache eine schwache, wegwerfende Handbewegung und breche in mir zusammenstehe mit geschlossenen Augen da und versuche nicht, in den Knien einzuknicken. Erst kurz bevor die Aufzugtür aufgeht, öffne ich die Augen und lade meinen Blick durch. Ich versuche so neutral wie möglich zu schauen, nur für den Fall, dass mir jemand begegnet. Wenn das passiert, setze ich ein dezentes Lächeln auf und sage mit entspannt klingender Stimme artig mein Hallo, bevor ich mich abwende und mein Gesicht wieder zusammenfällt. Als ich damit begann, ein Bewusstsein für meine Außenwirkung zu entwickeln, musste ich die Performance meiner Höflichkeit erst feinjustieren. Ein langer Prozess. Anfangs war es manchmal der Freundlichkeit zu viel, zu bemüht und überzogen wirkten meine Guten-Tags-, Entschuldigungs-, Verzeihungs-, Vielen-Danks- und sonstigen Standards. Man konnte unter Umständen merken, dass ich etwas zu verbergen hatte oder irgendwas schräg an mir war. Mittlerweile bilde ich mir jedoch ein, die richtige Intonation gefunden zu haben, um als höflicher und umgänglicher, zu Sanftmut und Überlegtheit neigender Mitmensch wahrgenommen zu werden. Denkt man sich aber hinter jedes, Entschuldigung, ein Schwirr ab, hinter jedes, Verzeihung, ein Leck mich, und hinter jedes Vielen Dank, ein Und bitte fall tot um, kommt man der Wahrheit bedeutend näher. Ich bin so arrogant wie verzweifelt, gleichzeitig geladen und hilflos, und nur eiserne Selbstbeherrschung hält mich davon ab, mein Gegenüber nicht sofort umzubringen. Ich ertrage es nicht, dass die anderen nicht so sind wie ich, komme nicht damit zurecht. Und ich ertrage es nicht, dass ich nicht so bin wie die anderen. Aber ich bin ja nicht blöd, also lasse ich es und bringe niemanden um, führt ja doch zu nichts. Stattdessen schlage ich lediglich zeittot, zeittotschlagen oder kurz Leben. Beim Betreten meiner Wohnung führe ich meine x-fach durchexerzierte Reihe von Automatismen aus. Schuhe ausziehen und exakt nebeneinander stellen, exakt, Hände sorgfältig waschen, inklusive Unterarme, den Waschbeckenrand sofort abtrocknen und die Wanne einlaufen lassen. Spätestens, wenn ich ins Arbeitszimmer gehe und den Computer einschalte, rede ich mit mir selbst. Ich führe seit ich denken kann Selbstgespräche und parliere oft darüber, dass ich mit mir darüber rede, dass ich mit mir rede. Häufig gebe ich auch imaginäre Interviews in von mir geschätzten Sendungen wie der NDR Talkshow oder Drei nach Neun über meine Welt-Hits, die ich gar nicht habe. Da erzähle ich einfach mal locker drauf los. Mir gehen nie die Themen aus. Ich bin mir ein dankbarer Gesprächspartner. Heute bin ich nicht so gesprächig, bin etwas in Eile. Die Wanne braucht elf Minuten und drei Sekunden, um voll zu laufen. Ich rufe in der Zwischenzeit meine E-Mails ab, sitze in meinem großen, schwarzen Schreibtischsessel. E-Mail-Check ist zwanghaft, das erste am Morgen, das letzte in der Nacht und ungezählte Male zwischendurch. Wenn keine Nachricht in meinem Account liegt, bin ich mir nicht zu blöd, sofort noch einmal auf Senden empfangen zu drücken. Nur mein Unterbewusstsein weiß, was ich mir davon verspreche. Neun neue Messages nehme ich erfreut zur Kenntnis, darunter drei Penisverlängerungen und ein Potenzbeschleuniger. Aber auch andere Nachrichten, wie zum Beispiel die Anfrage eines bekannten DJs »Top-Selling Dance Act«, steht in seiner Signatur »Kniefeil, Arschloch«, ob ich einen Titel für ihn schreiben kann. Ich verdrehe die Augen. Klar kann ich, aber Lust habe ich keine. Referenztitel als MP3-Fallanbei mit der Bitte »Schreib, was es genauso klingt, wie der beigefügte Song, aber ganz eigenständig ist, aber ebenso wie die angehängte Nummer, aber in neu. Liebe Grüße. So kenne ich das. Ist meistens so. Mache ich, aber nicht jetzt.« Ich bestätige den Posteingang und versichere, mich dran zu machen und alsbald zu melden. Ich öffne eine weitere Mail, eine Kompositionsanfrage für eine Schlagertante. Verkauft sie ja gut, muss ich also leider machen. Ich bin ziemlich geldgeil. Jepp. Nächste E-Mail. Die Sony BMG schickt eine Label-Copy, den Wisch, auf dem alle an der Produktion Beteiligten vermerkt sind, mit Bitte um Absegnung der Credits fürs CD-Booklet, bevor das Teil ins Presswerk geht. »I could go on forever. Music and Lyrics.« Jawohl, mein Name ist richtig geschrieben. Das ist das Aller-Aller-Wichtigste. Der Titel an sich. Meistens füre ich mir die Belegexemplare der CDs gar nicht mehr an, wenn ich sie zugeschickt bekomme. Was zählt, sind einzig die CD-Covers. Je mehr, desto besser. Sie stellen so etwas wie Trophäen dar, Stabilisatoren meines Selbstvertrauens. Diese und die anderen Nachrichten haben Zeit, beantworte ich später. Outlook schließen, eigene Dateien doppelklicken, jetzt zum momentan Wesentlichen, zu dem, was mich seit vier Monaten in Beschlag nimmt. Vier Monate sind hundertzweiundzwanzig Tage. Sozusagen mein neues Hobby. Ich öffne den Ordner D-A-N, was für die Annonce steht. Als ich vergangenen März auf dem Lifecycle meines Fitness-Senders saß und mein Warm-up absolvierte, 20 Minuten Stufe 11, 363 Kalorien, las ich nebenbei die Süddeutsche oder FAZ oder Taz oder die Welt oder Yps. Zufällig stieß ich dabei auf die Seiten mit den Kontaktanzeigen. Komischerweise hatte ich sie davor noch nie bewusst wahrgenommen. Adrete Venusianerin möchte Stopp auf dem Mars machen, um dich kennenzulernen. Erste Geigerin im Orchester der Herzenssucht Dirigenten. Mir zog sich alles zusammen. Irgendwas mit Wolke sieben, irgendwas mit glückselige Ewigkeit. Ich glaube, bei Minute 16, Stufe 11, 284 Kalorien kam ich schon völlig durchnässt zu dem Schluss, dass nur ein Typus Mensch sowas ernsthaft schreiben kann. Opfer. Ganz klar. Opfer. Ich hatte nicht unbedingt einen Steifen, aber ich hatte auch keine Wahl. Wer einen derart gequirlten Ausfluss verfasst, wird mühelos manipulierbar sein, weil er sich selbst manipuliert. So jemanden muss man schon aus rein wissenschaftlichem Interesse benutzen, muss. Und ich würde es nicht irgendwie halbherzig tun oder nur so ein bisschen. Ich würde es entsprechend meiner Art systematisch verfolgen. Ausloten, wie weit ich gehen kann. Und das habe ich die vergangenen vier Monate reichlich getan. In eineinhalb Minuten ist meine Wanne eingelaufen. Auf der DAN-Dateiseite vermerke ich mit heutigem Datum noch eben die beiden nachmittags getätigten Telefonate mit zwei annonciösen, die genauen Uhrzeiten, kurze Angabe über Inhalt der Gespräche und die weitere Terminierung. Alle persönlichen Details finden sich hier fein säuberlich geordnet. Ohne diese Informationen kann ich den Überblick nicht mehr behalten. Keine Chance. Die Frauendichte ist zu hoch. Daten über Familienverhältnisse, den Freundeskreis, die wichtigsten Namen und Besonderheiten aus dem Umfeld der Frau, Querverweise, kalendarische und biografische Fakten. So sortiert, dass ich schnell zugreifen und alle notwendigen Einzelheiten abrufen kann. Verwechslungen oder offenbarte Wissenslücken könnte ich mir nicht verzeihen. Alles notiert. Speichern, schließen, PC runterfahren. Mit ausgestrecktem linkem Arm, Handy in der Hand, Linse in meine Richtung, schieße ich ein Foto von mir. Seit drei Jahren mache ich jeden Tag ein Bild meines Gesichts und ich habe vor, dies zu tun, bis ich sterbe. Eine Dokumentation der Vergänglichkeit. Dann ziehe ich mich aus, werfe meine Kleider in die nach Farb- und Weißwäsche sowie nach Waschtemperatur geordneten Wäschebehälter, checke meinen Körper im Spiegel und steige ins Wasser. Das hat exakt die richtige Temperatur, 37 Grad. Noch 21 Minuten, dann kommt Bettina. 1260 Sekunden. Ich liege in der Wanne und lasse mich einweichen. Nicht zu lang, sonst trocknet die Haut aus. Am liebsten würde ich Bettina absagen. Ich stehe auf, um mich abzuduschen und haue mir zum allerersten Mal den Kopf an der Dachschräge an. So richtig. Mein Gesicht verzerrt sich, obwohl es einer dieser Stöße war, den man überhaupt nicht spürt. Laut und erschütternd, aber völlig schmerzfrei. Trotzdem schaue ich immer noch belämmert drein, eigenartig das Erstaunen und Schmerz manchmal gleich aussehen. Dachschrägen. Kann nur ganz oben wohnen, weil ich ein Gefühl von ausgeliefert sein habe, wenn noch jemand über mir ist. Die Armaturen und Ränder der Wanne habe ich abgetrocknet. Ich creme meinen Oberkörper mit Körperlotion ein. Ich ziehe eine schwarze Unterhose an, 35 Euro das Stück, habe 40 davon, dann lohnt die 60 Grad Wäsche, die schwarzen Socken 31 Euro das Paar, habe davon ebenfalls 40, so lohnt die 30 Grad Fein und Vorwäsche, mein schwarzes Job Hemd, das Einzige, das mir wirklich steht, habe drei identische Stück insgesamt, eins in der Reinigung, eins im Schrank, eins an, und meine dunkelblaue Hilfiger Jeans, eine der wenigen, die mir steht, habe ebenfalls drei davon momentan, alle frisch im Schrank, bis auf die, die ich gerade vom Bügel genommen habe natürlich. Nach nur fünf Sekunden schalte ich MTV hastig aus. Eine VJ mit zu breitem Becken moderiert gerade ein Linkin Park Video an, das ich gerne sehen würde. Ihr Gelaber wird aber leider etwas länger dauern. Die Ansageschlampen bei MTV sind überdreht wie Crack-Junkies und sehen auch so aus. Aber wer braucht noch MTV, wenn es YouTube gibt? Ich ziehe mein Hemd noch einmal aus, weil ich vergessen habe, meine Haare zu kämmen. Bloß keine Haare oder Schuppen auf dem Kragen. Ich kämme durch. Dann ziehe ich das eng geschnittene schwarze Jobhemd mit dem mittelhohen Kragen, das mir gut steht, wieder an. In drei Minuten kommt Bettina, das sind 180 Sekunden, Zeit totschlagen. Blick in den Spiegel, mein Hemd steht mir gut, mir ist Tätige, ohne mich über die Gegensprechanlage zu vergewissern, den Türöffner und warte. Von der Haustür bis zu meiner Wohnungstür dauert es durchschnittlich eine Minute 18 Sekunden, vorausgesetzt der Aufzug befindet sich im Erdgeschoss. Während ich wie bestellt dastehe, nehme ich mein Notizbuch und schreibe den Satz hinein, den mir heute morgen einfiel. Ich bin alles, was ich habe. Tieren, da die Nächste die vorangegangene verloren macht. Der Satz steht jetzt unter dem, der mir gestern einfiel. Ich würde mit mir nichts zu tun haben wollen. Die Zeit ist um, ich fahre mir noch einmal durch die Haare, ziehe mein Hemd gerade, luge durch den Spion und öffne die Wohnungstür exakt in dem Moment, in dem der Lift aufschwenkt. Kapitel 2 Schwankungen Sechs Tage später. Die vergangene Woche verlief ohne besondere Vorkommnisse. Ich habe fast jeden Tag eine andere Frau gedatet, habe zwei durchschnittliche Songs geschrieben und komme gerade aus meinem Fitnesscenter, in dem ich seit 15 Jahren viermal die Woche zwei Stunden trainiere. 180 Mal im Jahr, 2700 Mal bis jetzt. Jede Trainingseinheit ein Kreuz in meinem Kalender. Einmal auslassen kommt nicht in Frage, sonst habe ich das Gefühl, kläglich nachzulassen und meinen Biss zu verlieren. Meine frisch geduschte Haut riecht noch nach Duschgel. Im Kofferraum liegen die Tasche mit dem feuchten Sportzeug, Kleidung und Handtücher. Ich habe keine Zeit, das noch nach Hause zu bringen, sonst komme ich zu spät. Habe ich wirklich allen Ernstes geglaubt, ich würde dieses Jahr davon kommen? Als Bettina letzte Woche bei mir war, hat sie mich wieder umgekriegt, weich gekocht. Das ist das dritte Jahr in Folge, in dem sie mich auf diese dämliche Sommer Grillparty ihrer Freunde, den beiden Vorzeigepärchen Peters, jung verheiratet und Talhammer Michalski, bald verheiratet, mitschleppt. Ihre flehentliche Bitte, sie dorthin zu begleiten und meine Rolle eines normalen Freundes kategorische Weigerung einfach nicht akzeptiert. Und obwohl ich normalerweise eigentlich keine Rücksicht auf ihre Gefühle nehme, sozusagen überhaupt kein Entgegenkommen zeige, mache ich jetzt also nochmal eine ausnahmsweise Ausnahme. Ich finde mich geradezu großartig großzügig. Aber wen interessiert das? Ich bin verzweifelt. Ich verstehe nicht, warum sie bereit ist, ein solches Schauspiel zu inszenieren. Wesentlich einfacher wäre es, mit mir Schluss zu machen und sich einen richtigen Freund zu suchen. Dafür hätte ich vollstes Verständnis. Wieder mal ärgere ich mich hauptsächlich über mich selbst. Habe mir doch vorgenommen, nie mehr etwas zu tun, was ich nicht möchte. Ganz oben auf meiner Prioritätenliste Punkt eins, noch vor Scheiß auf alles. Selbst zu verantwortende Fehler verzeiht man am schwersten. Ich nehme einen letzten Schluck aus der Wasserflasche. Damit schließe ich meine Flüssigkeitsaufnahme für heute ab. Ich habe schon drei Liter Intrus und wenn ich jetzt weitermache, muss ich später ständig aufs Klo und das kommt nicht gut. Mein Urin war beim letzten Wasserlassen ganz weiß. Das zu sehen tut jedes Mal wieder irgendwie gut. Ich biege in die Tankstelle ein, zu der ich immer fahre, bleibe vor der Nummer fünf stehen, meiner Stammzapfsäule. Ich steige aus, griff nach dem Zapfhahn, umsichtiges Einführen in die Tanköffnung. Danach stehe ich nutzlos rum und schaue auf die Rückbank meines Wagens. Aus Verlegenheit öffne ich mit Druck auf die Wipptaste meines Autoschlüssels den Kofferraum. In der Vertiefung rechts hinter dem Radkasten neben der Schachtel mit den antistatischen Staubwischtüchern liegt ein altes Armeemesser. Die griffelte 18 Zentimeter lange Klinge steckt in einem hellbraunen Lederfutteral, aus dem der dunkelgrüne Kunststoffgriff ragt. Wie neu. Ich glaube, von einem meiner Opas, von denen ich keinen kennenlernte, starben früh, wie alle Männer in meiner Familie. Mit Ende fünfzig ist spätestens Schluss. Aber davor kerngesund. Ich habe das Messer irgendwann hier reingelegt, falls ich es mal als Werkzeug oder vielleicht auch zur Abschreckung brauche. Unverhältnismäßig schroff haue ich die Klappe wieder zu. Schlagartig erinnere ich mich an das, was mir jetzt bevorsteht. Meine ohnehin schon miserable Laune wird inzwischen durch einen Mordshunger noch verschlechtert, mich fröstelt. Während ich vor der Waschanlage stehe und zusehe, wie die Bürsten über das nasse Blech des Wagens wischen, wird mir klar, dass ich doch tatsächlich Selbstmord begehen. Bettina sieht unglaublich aus, aber ich kann erkennen, dass sie nicht ganz wohl ist bei dem, was sie mir da antut. Mit dem Öffnen der Beifahrertür ist mein heutiges Schicksal besiegelt. In dem Moment, in dem wir die Ortseinfahrt des hübschen, kleinen Münchner Mittelklasse Vorortes passieren und nur noch wenige Minuten vom Ziel entfernt sind, wünsche ich so intensiv ich wäre tot, dass Bettina es an meinem Gesichtsausdruck abliest. Vorwurfsvoll sieht sie mich an. Nie wieder, nie, wieder, nie, verfickte Scheiße wieder, versuche ich mich selbst zu beruhigen, als ich Inga Marie und Arnold Peters, die schon winkend in der Tür ihres idyllischen Häuschens warten, munter die Hand zur Begrüßung reiche. Mustermann und Musterfrau wie aus dem Katalog zum Kotzen. Stattdessen erkundige ich mich artig nach dem allgemeinen Befinden, antworte brav auf ihre Fragen, ja, ganz prima, echt, toll, und versuche, zum Ausgleich und um mich nicht vollends selbst zu verleugnen, an die vorangegangene Nacht zu denken, in der ich Martina Held zum ersten Mal gefickt habe. Martina Held, Nummer 26, ich nummeriere alle Kontakteinzeigen Frauen durch, mein persönliches Köchelverzeichnis, 29 Jahre, Verwaltungsangestellte drei Dates. Wir sitzen zu sechst am perfekt gedeckten Tisch auf der Terrasse. Fünf gutgelaunte, erwartungsfrohe Menschen und ein Häuflein Elend, das nichts mit den anderen gemein zu haben fühlt und sich weit weg wünscht. Konversation. Die Selbstgefälligkeit der gemeinsamen Meinungen und Ansichten, die eingespielte Paare ausstrahlen, lässt mich das ganze Ausmaß der Trostlosigkeit erkennen, welches ich mit ihrem Leben verbinde. Oder mit meinem. Und dann dieses lächerliche Schmierentheater des Bettina und ich hier abziehen. Es ist auf gewisse Weise das Abseitigste, was ich je gemacht habe. Die ganze Zeit überexerziere ich meinen Langzeitversuch durch, bei jeder einzelnen Antwort, die ich gebe, nämlich beim Lügen nicht zu blinzeln. Nicht ein einziges Mal die Augenlider bewegen. Die gesprochene Sprache von der Körpersprache abkoppeln. Klingt leichter, als es ist. Gleich habe ich wieder Gelegenheit, mich zu schulen. Arnold, Alfred, Albert, Adolf, Achim, Albrecht, nein, schon Arnold deutet gerade was an, will aber mit der Sache noch nicht rausrücken. Er will gebeten werden, es zu verraten. Mit nach oben gewendeten Handflächen zuckt er listig mit den Augenbrauen und fragt, das wüsstet ihr wohl gerne, hm? Nö, nicht so unbedingt. Ich spiele mit. Na, sag doch mal, wie das gehen soll. Jetzt wollen wir es aber wissen. Bei mir kein Blinzeln, nicht ein einziges. Mein Lächeln gerät nicht mal ins Flackern. Es hilft, dass ich mir währenddessen überlege, warum elf nicht ein Zehn und zwölf nicht zwei Zehn heißt. So wie dreizehn oder vierzehn logischerweise auch. Arnold, Alfred, Albert, Adolf, Achim, Albrecht, nein, schon Arnold weiht uns in sein Geheimnis ein. Ich starre ihn an. Weil ich nicht zugehört habe, sage ich im Anschluss, ohne zu blinzeln, so wird das gemacht. Kein Wimpernschlag, meine Augen trocknen fast aus. Übung macht den Meister. Noch etwas Salat? fragt Inga Marie in meine Richtung. Ihre schrille Hyperbesorgtheit senkt mein Trommelfell an und macht es an den Rändern ganz fransig. Oh ja, bitte, sage ich, echt und identisch grell und nikke nonchalant in ihre Richtung. Und hättest du vielleicht noch ne Packung Valium, Inga Marie? Inga Marie. Ist doch wahr, Doppelvornamen sind noch bescheuerter als Doppelnachnamen. Für einen ganz kurzen Augenblick der Erleuchtung schaudert mir bei dem Gedanken, dass die verkrampfte Beflissenheit der Anwesenden vielleicht nur bedeutet, dass sie sich noch mehr verstellen als ich. Und plötzlich weiß ich, ich habe recht. Der einzige Unterschied zwischen uns ist, dass sie es nicht bemerken, weil sie sich mit ihrer gestellsten Heiterkeit erfolgreich selbst betrügen. Meine Hände schließen sich fester um das Besteck. Um mich aufzumuntern, klinke ich mich so oft wie möglich gedanklich aus. Dabei halte ich aber immer Blickkontakt und tue so, als würde ich mich völlig auf die Unterhaltung konzentrieren. Ich versuche mir vorzustellen, wie sich die drei Frauen gegenseitig mit Schlamm einreiben und in den Schwitzkasten nehmen. Nackt. Und sehe sie dabei lächelnd an. Dann stelle ich mir die Frage, ob die geleckt aussehende Kim Michalski, eine adoptierte asiatische Muschimaus, obligatorische O-Beine inklusive, wohl gut abgeht im Bett. Und sehe sie dabei lächelnd an. Als sie zurücklächelt, wird mir klar, nein, auf keinen Fall. Und dann stelle ich mir trotzdem vor, wie ich unanständige Sachen mit ihr mache und lächle dabei ihren erbärmlichen Freund Pitt extra lieb an. Aber es hilft alles nichts. Ich bin immer noch da. In trauter Runde. Und dann sehe ich Bettina lächelnd an und werde ganz ernst, weil es mir leid tut, dass ich so ein gefühlloser Wichser bin. Nachdem sich die drei Frauen kurz ins Haus verziehen, bleiben wir Männer, wir Männer, Hilfe, auf der Terrasse zurück. Handgeflochtene Korbsessel und violette Abenddämmerung. Das Gespräch mit Arnold, 34, ein Jahr älter als ich, und Pitt, zweieinhalb Jahre jünger, macht mir klar, dass es für sie keine Zukunft mehr gibt. Sie sprechen über den rabattoptimierten Kauf von Designerstühlen fürs Esszimmer, Hypotheken und Eigentumserwerb, Kinderwunsch, ihre Karriereaussichten in der Firma und, und, und. Und sie meinen das alles ernst. Und es macht ihnen sichtlich Spaß, darüber zu reden. Ich sage, ja, absolut, in den verschiedensten Variationen. Eine Uhr schlägt gedämpft neun, einundzwanzig Uhr. Erst? Ich drehe meinen Kopf suchend nach rechts, schaue durch die geöffnete Glastür ins Wohnzimmer. Da! Sie haben sogar eine Standuhr. Das ist zu viel. Ich muss weg hier. So sehr, dass ich aufstehe, reingehe und Bettina dränge, aufzubrechen. Sonst kann ich für nichts mehr garantieren. Sie ist gekränkt, beleidigt und aggressiv in einem. Ist mir egal. Bettina weiß, dass Überredungsversuche aussichtslos sind. Ich habe den gewissen Punkt überschritten und bringe den Abend zu seinem logischen Ende. Schweigend fahren wir heim und ich setze sie bei ihr zu Hause ab. Ihr böser Blick in meine Richtung trifft nicht. Ich überlege, was ich mit dem angebrochenen Abend noch anstellen könnte, brauche dringend einen Ausgleich und rufe Dana an. Dana Wendland, Nummer 29, 33 Jahre, Bürokauffrau, fünf Dates, Marc Anastasia, die Toskana, Bollywood-Filme, Afterwork-Partys und Faulenzen. Beeindruckend. Treffe mich 22 Minuten, 14 Sekunden später mit ihr, bin so zerstreut und abgelenkt, dass ich keinen Hoch bekomme, was auch daran liegen kann, dass wir zu lange vorspielmäßig rumgeschmust haben, denn zu langes Zärteln vermindert den finalen Ständer. Mache also kurz und knapp Schluss mit ihr, als mir klar wird, dass dies heute auch nichts mehr wird, verkneife mir, ihr die Schuld für meine misslungene Erektion in die Schuhe zu schieben. Frauen glauben so etwas ja manchmal tatsächlich. Mache mich aus dem Staub und amüsiere mich bei dem Gedanken, dass sie sich nun wenigstens vormachen kann, meine Versagensscham wäre der Grund für mein schändliches Verhalten. Es ist mittlerweile halb eins, als ich aus Danas Wohnung komme und zu meinem Wagen gehe. Die Zeit, zu der ich fast jede Nacht ins Auto steige und einfach losfahre. Im Gehen Taschencheck, Geldbeutel, Schlüssel, Handy, alles da. Nicht, dass ich noch mal zurückkommen muss. Ich fahre ziellos durch die Stadt und steuere irgendwann in Richtung Autobahn. Endlich beruhige ich mich ein wenig. Gedanken splitter, schwarzer Himmel. Das blaue Schild mit dem Autobahnsymbol fliegt vorbei. Langsam stellt sich Ruhe ein. Und im Wirrwarr der Leere nehme ich es ganz deutlich in meinem Inneren wahr. Das Nichts. Das Vakuum. Mein Unvermögen, irgendetwas zu spüren, was nicht wieder nur ich selbst bin. Am Tag darauf. Meine Gemütslage tendiert zu nervöser Gleichmut. Nachdem ich heute aufgestanden bin und mit noch viel zu aufrechter Morgenlatte pinkeln ging, mich dazu hinsetzte und in so absurdem Winkel nach vorne beugen mußte, um nicht vorne an der Keramik anzustoßen, darüber selbst lachen mußte, dann zurück ins Schlafzimmer wankte, um zu lüften und im Raum riechen konnte, dass ich schlecht geschlafen hatte, eine Stunde lang joggte, anschließend etwas unmotiviert Klavier spielte, vergeblich einen Song aus mir rauszuquetschen versuchte, zwei maue Verse, einen davon mit Bridge ausspuckte, zwanzig Minuten Umkleide und Schlafzimmerboden wischte, das grüne Schwammtuch für die Küche gegen ein neues blaues austauschte, weder nur wenige Sekunden auf MTV durchhielt und dann duschte, rief Bettina an und sagte, sie möchte mich heute Abend um acht treffen. Abgesehen von ihrem schwer zu durchschauenden Tonfall ist das ungewöhnlich. Normalerweise liegen mindestens eineinhalb Wochen zwischen unseren Verabredungen. Mindestens. Sie hat nichts angedeutet, ließ sich auch nichts anmerken, aber ich sehe es im Bereich des Möglichen, dass sie heute Abend mit mir Schluss macht. Was sehr für ihren Anstand sprechen würde, denn sie könnte mich ja auch telefonisch abservieren. Andererseits bin ich nicht sicher, ob das misslungene Grillfest gestern solche Konsequenzen nach sich zieht. Ich jedenfalls habe diese Aktion schon längst wieder verdrängt. Ich sitze am Schreibtisch, Computer läuft. Die Stimme von Judith Haas, Neuakquise, 28 Jahre, Nummer 38, die ich gerade am Telefon habe, klingt wie die der Riesen im Hörspiel Gullivers Reisen, langsamer abgespielt, um diesen behäbigen Zeitlupeneffekt der Stimme zu erzielen, was nicht unbedingt nahelegt, dass sie eine Schönheit ist, aber kann man ja mal nebenbei durchziehen. Die bisherigen Anzeigenbekanntschaften sind rein äußerlich und nur das, eigentlich alle mehr oder weniger akzeptabel, zumindest für meine Absichten. Judith hat ganz schön schnell zurückgerufen, denke ich mir, während ich mit dem Kuli spiele, mit dem ich mir vereinzelte Notizen zu ihrem Geschwalle mache. Leise mitschreiben, damit man's nicht hört, was sie mir in Kurzform über sich und ihr gewöhnliches Dasein erzählt, ist von ausgesuchter Belanglosigkeit dargebracht in einem Tonfall äußerster Temperamentlosigkeit. Die Lebendigkeit ihres Erzählstils macht mir das Wachbleiben schwer. Ihr Zuzuhören hat was von Pfahlsitzen. Unfreiwillig schlucke ich die ganze Zeit. Sie ist genauso unterbelichtet, wie erwartet. Ich glaube, ich habe schon gewonnen und sie überzeugt, sich mit mir zu treffen. Erst vorgestern sprach ich hier meinen üblichen Text auf die Mailbox. Ich haue diesen Standardspruch mit minimalen Anpassungen an die individuellen Erfordernisse. Hobbys, nicht rauchert hier Liebe vor Leben moralische Schwerpunkte jedem Opfer um die Ohren. Ein sorgsam ausgeklügeltes Werk küchenpsychologischer Cleverness. Kurz, prägnant, mit gebildet klingenden Zwischenformulierungen, Stichwort Niveau, und die Kunstpausen und Atmer markiert, damit es so rüberkommt, als würde ich freisprechen. Aus dem Stehgreif. Funktioniert meistens. Ja, das würde mich sehr freuen, sage ich gedehnt und beweise ihr damit, dass ich einfach nicht lügen kann. Das hätten wir. Die Sache läuft. Sie hat angebissen. Judith und ich verabreden uns für nächste Woche. Sonntag, 19 Uhr. Blabla, ja, bis dann. Ja, ja, ciao. Meine Güte, dass niemand merkt, was für ein verlogener Heuchler ich bin. Ich stupse kurz die Maus an, der Bildschirmschoner verschwindet. Ich tippe meine eben gemachte Mitschrift in die DIN-Datei ein, 45 Sekunden, speichern, schließen. Kurz bevor ich aufbreche, beantworte ich noch die E-Mail eines Plattenfirmen-Heinis von gestern, der mir mitteilt, ich könne die gerahmte goldene CD, nur Kleingeister hängen sich sowas auf, die ich für einen Single-Hit in Skandinavien verliehen bekomme, was bedeutet Gold in Skandinavien, 250 verkaufte Einheiten, für 48 Euro über die Plattenfirma bestellen. Versehentlich sende ich meinen schnell hingetippten Kommentar, mein Gott, was für knausrige Wichser, Gruß Peter, nicht als Weiterleitung an meinen im CC befindlichen Co-Producer-Kollegen, sondern direkt an alle, bemerke meinen Fehler exakt im Moment des Absendens und erfreue mich an dem Gedanken ab sofort von mindestens einer Person aus dem Musikbusiness nie mehr mit Anfragen belästigt zu werden. Etwas Befremdliches liegt in der Luft, als Bettina um Punkt 8 in die Wohnung tritt. Ich kann nicht ignorieren, dass sie anders als sonst ist. Ich hatte erwartet, sie wäre sauer wegen gestern, aber sie ist viel profunder anders. Sie trägt ein helles Sommerkleid und ihre Haare hochgesteckt, lächelt mich kurz an und geht wortlos durch ins Wohnzimmer. Was etwas übertrieben zu sachlich ist, obwohl wir uns nie mit Kuss begrüßen. Das habe ich gar nicht erst einreißen lassen, das liegt mir nicht. Allein gelassen mit der Klinke in der Hand schaue ich noch mal vom leeren Gang in den Wohnungsflur, fasse mich aber gleich wieder. Nachdem ich die Tür leise schließe, was ich mit allen Türen tue, da ich nicht von Nachbarn oder sonst jemandem wahrgenommen werden will, folge ich ihr, biege aber in die Küche ab, während sie geradeaus weitergeht und auf der weißen Couch im Wohnzimmer Platz nimmt. Beide Räume sind, leicht versetzt, nur durch einen Mauerbogen voneinander getrennt. »Ist alles okay bei dir?«, frage ich bemüht locker um die Ecke, ohne direkten Blickkontakt, während ich einen Wandschrank mit der Spitze meines linken kleinen Fingers öffne, um keine Fettabdrücke zu hinterlassen. Ein verinnerlichter Bewegungsablauf. Auch Türklinken betätige ich nur so. »Ja, bei mir ist alles in Ordnung«, antwortet sie mindestens ebenso bemüht. »Wieso?«, fährt sie bedauerlicherweise fort, was verrät, dass sie meinen Tonfall zu deuten weiß. »Das klingt nicht gut.« »Eindeutig beleidigt oder nachtragend oder zickig oder vorwurfsvoll. Alles könnte ich nachvollziehen. Aber das?« Ich entscheide eine Antwort durch die Frage, ob sie etwas trinken will, zu ersetzen. »Nein, danke, lass uns doch noch ein bisschen weggehen«, antwortet sie. Jetzt etwas entspannter. »Okay, ich nehme mir nur noch einen Cola«, entgegne ich. Als ich in das Fach mit den Gläsern greife, um eins herauszunehmen, wundere ich mich, wofür ich all das Geschirr eigentlich besitze. Ich benutze immer nur das jeweils obenliegende Teil. Was für eine Verschwendung. Daran, dass ich auch keine Töpfe oder Kochutensilien benötige, da ich immer auswärts esse, ich gehöre zur Gruppe der Heavy Gastronomy User, aber alle in kompletter Ausführung besitze, darf ich gar nicht denken. Mit meinem kleinen Finger kratze ich mich kurz am Sack, was keine Konsequenzen haben dürfte, da sowohl Hose als auch Sack sauber sind. Habe gerade eben zum zweiten Mal heute gebadet. Ich weiß ja nicht, ob Bettina vielleicht doch nicht mit mir Schluss macht und dann könnte es ja sein, das. Mit dem Ansatz eines forschenden Lächelns lasse ich mich auf den Sessel links von Bettina fallen und finde bestätigt, dass sie eigenartig unsicher und gleichzeitig aufgedreht wirkt. Nur keinen verdammten Hauch, so wie ich es nach gestern erwarten dürfte. Eigentlich wollte ich majestätisch in den Sessel gleiten, aber schlagartig vergeht mir jegliche Lust auf Eleganz. »Und, hast du dich von der Katastrophe schon erholt?« fragt sie und spielt damit endlich auf gestern an. Der höhnische Unterton verleidet mir jetzt doch alles. »Ja, hab ich wohl. Diesmal war's aber auch etwas ganz Besonderes.« Dabei nicke ich ohne Unterlass. Im Kontext der ungewohnt steifen Stimmung steht mir meine anklingende Ironie überhaupt nicht. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass unsere Vertrautheit damit unwiederbringlich dahin ist. Mit einem Schlag. Und die Wucht dieser Erkenntnis bestätigt sich zugleich. Wir schauen alles andere an, außer uns. Ihre Augen schweifen durch das Zimmer, über die Möbel und kurz durch die große Glasfront hinaus über die Dachterrasse, auf der keine Sitzgelegenheit steht, da meine innere Unruhe es nicht zulässt, in der Sonne rumzuliegen. Die clean wirkende Wohnung findet sie seit jeher unbehaglich. Die für uns unnatürliche Gesprächspause hält an. Noch nicht peinlich, aber nah dran. Mein Gott, ist das zäh. Ich suche nach Worten. Irgendwas. Wollen wir jetzt nicht erst mal irgendwo hingehen? Runter ins Kranz vielleicht? Hast du Lust? Schlage ich bemüht heiter vor. Bettina nickt erkennbar erleichtert. Eigenartig zügiges Aufstehen, drei Minuten, zwei Sekunden Gehzeit und wir sitzen in dem kleinen Lokal, zweier Tisch links hinten. Und los geht's. Dirk hat Leberzirrhose. Es geht ihm wirklich sehr schlecht, eröffnet mir Bettina, noch während wir uns setzen. Ich überlege kurz, dass sie mit dieser unerwarteten Nachricht aus ihrer Sicht heute gleich zwei thematische Knalle auf der Pfanne hätte, sollte sie mich anschließend noch in den Wind schießen. Was? Er ist doch erst, ähm, sieben, äh, siebenundzwanzig, oder? Kann Stottern kalkuliert sein? Meins schon. Dirk ist Bettinas Mitbewohner und Jugendfreund. Sie haben eine gemeinsame Wohnung, seit sie mit neunzehn von zu Hause auszog und bilden bis heute eine Mini-WG. Dirk ist volle Pulle schwul und arbeitet als Stricher und das aus Berufung. Ich kenne niemanden, der es so krachen lässt wie er. Dirk ist schon seit vorgestern im Krankenhaus. Du solltest ihn mal besuchen, sagt Bettina. Ja, klar. Ja, klar. Logo. Jetzt warten wir mal ab, ob du mich gleich abservierst und dann sehen wir weiter, wie er sich in der Nähe Ich entschuldige mich fahrig und gehe zur Toilette, ziehe dort mein Diktiergerät aus der Hosentasche und singe eine kurze Refrain-Idee auf. Wie meistens ungeachtet der Umstände, kam sie einfach ungefragt daher. In diesem Fall zwischen den Worten Leber und Zirrhose. Als ich zum Tisch zurückkehre, merke ich, dass das Thema Dirk durch ist. Nach kurzem Geplänkel folgt die kommenden eineinhalb Stunden die zu erwartende Auseinandersetzung mit unserem Ende. Eine sorgsam von Bettina durchdachte Vergangenheitsbewältigung unseres Verhältnisses. Während dieser Tour de Force teilt sie mir behutsam und liebevoll mit, dass es aus ist, sie an mir gelitten hat und es einfach nicht mehr geht mit uns. Es fällt mir schwer, zwischen zwei in mir konkurrierenden Gefühlsregungen zu wählen. Erstens, ich müsste eigentlich dafür sorgen, dass jemand, der so mit mir Schluss macht, niemals mit mir Schluss macht. und zweitens, tatsächlich, ich hätte vorhin nicht nochmal baden müssen. Ich entscheide mich für Nummer zwei. Meine Kraft geht hauptsächlich dafür drauf, mich auf Bettina zu konzentrieren und nicht ständig dem Idioten am Nebentisch zuzuhören. Ich sehe Bettina permanent in die Augen und bemühe mich, betroffen dreinzuschauen. Ich möchte sie wirklich nicht durch meine Gleichgültigkeit verletzen. Ich bin innerlich so kaputt, dass ich mir nicht mal vormachen kann, erschüttert darüber zu sein, dass wir nie wieder das tun werden, was wir sechs Jahre lang getan haben und dass ich nie wieder jemanden wie sie finden werde, der mir so ergeben ist. Und da Bettina auch noch den schönsten Busen hat, den ich kenne, hat sich das ja dann wohl auch erledigt. Bei diesem Gedanken allerdings merke ich, dass doch noch so etwas wie Traurigkeit aufkommt. Ich bin das Letzte. Mittlerweile ein wenig durcheinander gebe ich ihr bei unserer Verabschiedung vor dem Lokal noch einen Kuss auf die Wange, weil ich wahnsinnige Lust verspüre, ihre Haut zu berühren. Ein allerletztes Mal. Es trifft sie sichtlich unerwartet und ihr überraschter Blick beleidigt mich fast. Unpassende Aktionen sind meine Spezialität, ebenso wie alle Verbindungen mit meiner Vergangenheit zu kappen. Auf einmal bin ich mir nicht sicher, ob wir uns überhaupt je sympathisch waren. Ich gehe die paar Meter zu meiner Wohnung und überlege, ob ich mich noch einmal nach Bettina umdrehen soll. Lass es aber. Ich werfe einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist. Zwischen Socken und Schaftkante. Das sieht unmöglich aus. Aber alles gut. Sie hängt drüber. Dann selbe Prozedur mit dem rechten Fuß. Auch okay. Gerade habe ich das auf dem Wohnzimmertisch zurückgelassene Glas abgewaschen und dabei in das MP3-Pfeil eines vorhin erhaltenen Instrumentals reingehört. Das Gesangsmelodie-Gerüst habe ich in meinem Kopf gleich mitkomponiert. Ist genau das Richtige für die Hohlkopfe in den Clubs. Jetzt stehe ich vor dem Badezimmerspiegel. Anstatt mich mit dem auseinanderzusetzen, was mir Bettina eben alles an den Kopf geworfen hat, stelle ich mir die Frage, wie viele Kilometer Zahnpasta ich in meinem Leben bereits verbraucht habe. Spülen mit Mundwasser, Lippen einfetten und die Mundregion ist bettiferftig. Fühle mich wie ein sauberer Junge. Dann creme ich Gesicht und Körper sorgfältig ein, was ganz schön anstrengend ist, und ziehe einen langen Schlafanzug an, trotz Hitze, um das Bettzeug nicht zu beschmutzen. Es gleicht einer Tragödie, als mir noch etwas einfällt und ich gezwungen bin, den Nachttischstift in meine jetzt glitschigen Finger zu nehmen. Dann schlage ich mein Nachttisch-Notizbuch auf, das gleich neben meinem Nachttisch-Diktafon und dem aktuellen Nachttisch-Roman liegt, und notiere eine catchy englische Songtitelzeile. Don't say I didn't warn you. Und dann vermerke ich noch nur für mich. Ich wünschte, ich wäre nicht, wer ich bin. Langsam klappe ich das Notizheft zu, drehe den Dimmer umständlich runter und lehne mich zurück. Dann mache ich verärgert das Licht wieder an, wiederhole den exakt gleichen Fluch von gerade eben verwichste Ficke, na ja, und ergänze, ich wäre gern wie ihr. Und während ich mir denke, dass ich dann wenigstens an denselben Stellen im Kino lachen würde, wie die ganzen anderen Ärsche, die sowieso nur über Witze lachen, die sie schon kennen und nicht immer an den Stellen, an denen komplette Stille im Saal herrscht, sinke ich wieder in meine beiden Kissen. Ohne Bettina. Ich hätte nicht noch einmal baden müssen. Kapitel 3 Crescendo Ein etwa 50-jähriger Fastpenner mit X-Boxer-Gesicht steht in einem Hauseingang und hustet so stark, dass es ihn beinahe zerreißt und ihm die Eingeweide rausschleudert. Es ist wahrscheinlich wirklich das Beste für ihn, sich jetzt sofort eine Zigarette anzuzünden. Was er auch tut. Dieser Typ ist die erste Person, die ich heute sehen darf. Ich habe gerade erst das Haus verlassen und frage mich bereits, ob es vielleicht ein Fehler war, überhaupt aufzustehen. Ich bin auf dem Weg in mein derzeitiges Frühstückscafé, überquere den St. Jakobsplatz vorbei am neuen jüdischen Zentrum und biege links ab. Auf meiner Höhe läuft eine zwölfjährige Schülerin mit niedlichen Zöpfen und Teddy-Schulranzen, Papas Liebling, kombiniert mit bauchfreiem Top und hautengen Röhrenjeans, Onkels Wix-Vorlage. Die adlernasige Italo-Bedienung lächelt mich wissend an, als ich das Café betrete und auf meinen bevorzugten Platz mit Aussicht zusteuere. Sie nimmt meine Bestellung vorweg, indem sie mir stolz zuruft, Guten Morgen, einen doppelten Espresso mit Leitungswasser dazu, ein Tomaten-Sandwich, zwei belegte Brötchen und einen frisch gepressten Orangensaft? Große Äuglein, als würde sie Lob erwarten. Ja, bitte, danke, entgegne ich und kann mir nur mühsam ein schnell verblassendes Lächeln abbringen. Meine Güte, ja, scheiße, wie unangenehm. Ich beschließe sofort vorerst nicht mehr hierher zu kommen. Vielleicht hätte ich ja heute gern was anderes genommen. Hätte ich zwar nicht, aber trotzdem. Ich zähle die Südfrüchte im Muster des weißen Kopftuchs einer Frau, die gerade hereinkommt. Zwei Ananas, eine Zitrone, noch eine Ananas, drei Orangen, weitere drei Zitronen und eine Kiwi, da, noch eine. Die Dame kommentiert ihr Vorhaben anschaulich für sich selbst. Jetzt gehe ich doch dahinter und nehme den Platz dort, sagt sie fast atemlos und macht sich auf den Weg. Am liebsten würde ich mitstenografieren. Dann setze ich mich mal dahin, haucht sie in sich hinein. Ein leichtes Röcheln, dann setzt sie sich dahin. So, und jetzt setze ich mich dahin. Aha, das wird bestimmt noch spannend. Während die vorlaute Bedienung mein Essen bringt, wirst du mich vermissen, wenn ich morgen nicht mehr komme, freue ich ein neunmal klug, selbst schuld, kehrt langsam die Erinnerung an Bettinas gestrige Abschiedsvorstellung zurück. Das hat sie gut hingekriegt, cool, sachlich, einfühlsam und dabei alles losgeworden, was ihr am Herzen lag. Dabei erfuhr ich, dass sich mein Leben ausschließlich in meinem Kopf abspielt, ich entweder nicht fähig bin, Gefühle zuzulassen oder aber auch ganz einfach keine habe, und dass ich aller Voraussicht nach einsam sterben werde, was ich schwer hoffe, kurz zusammengefasst. Vor ihrem Erscheinen in meinem Leben vor sechs Jahren war ich nie länger als drei, vier Wochen, eher zwei, mit ein und derselben Frau zusammen. Im Radio läuft gerade eine seifige, easy-listening-Version eines Popklassikers und mir will nicht einfallen, wie er heißt, später 1960er. Ich werde wahnsinnig, wenn ich nicht gleich draufkomme. Während ich einer zweiten Bedienung mit einem ziemlich dicken Hintern, der aber gerade noch so genau richtig zu dick ist, hinterhersehe, vergegenwärtige ich mir, mit welcher Ausnahmslosigkeit jeder, den ich kenne, in einer Beziehung lebt oder leben will. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht verstehe. So, dann nehme ich mal die Karte und schaue, was es so gibt, kommentiert die Kopftuchträgerin munter weiter ihr Leben. Ich sehe sie fast schon liebevoll an und mir wird klar, dass ich verstört aussehe, als ich mich wieder meinem Frühstück zuwende. Als die Bedienung fragt, ob alles zu meiner Zufriedenheit ist, versuche ich, mich munter zu geben. Tears of a Clown, genau das war's. Jetzt kann ich mich wieder entspannen. Wenn mir das nicht eingefallen wäre, wäre der ganze Tag im Eimer gewesen. Ist oft gar nicht so leicht, die weichgespülten Streicher-Bläser-Glockenspiel-Instrumentals zu identifizieren. Als ich den letzten Bissen runterschlucke, sehe ich auf die Uhr, neun Uhr zweiundfünfzig, und merke mir die Zeit, da ich in exakt dreißig Minuten meine Zähne putzen werde, zehn Uhr zweiundzwanzig. Nicht früher, da der Zahnschmelz nach dem Essen eine halbe Stunde benötigt, um wieder hart zu werden, und nicht später, weil ich mich sonst unsauber fühle. Mh, der Kaffee schmeckt aber gut, höre ich die Dame mit dem Südfrüchte-Kopftuch noch sich selbst mitteilen, als ich zahle. Victor passt wirklich gut zu dem riesigen grauen Kater, den ich in einer Hofeinfahrt sitzen sehe, und der mich nun auch erspäht. Mit dem Namen hat ihn mal jemand gerufen. Sein Grauton ist von etwas staubig anmutender heller Färbung und die klaren gelb-grünen Augen verleihen ihm etwas Verwegenes. Ich nehme immer dieser Strecke nach Hause, in der Hoffnung, Victor zu begegnen. Er sagt's denn, er sitzt auf seinem Posten. Regelmäßigkeit ist für Katzen das Schönste. Er sieht und erkennt mich und kommt zielstrebig auf mich zu, und während ich in die Hocke gehe, lässt er sich vor mir auf den Rücken fallen. Ich versuche, meine Freude nicht zu sehr zu zeigen. Ich weiß, dass Katzen das eher abtörend, weil sie, genau wie ich, egomanische Vollarschlöcher sind und sich dann rar machen. Nach wenigen Minuten steht Victor auf, mein Zeichen, ein herumliegendes Ästchen zu nehmen und damit am Boden hin und her zu fahren, damit er es jagen kann. Und als ich ihm so zusehe, wie er mit Leidenschaft das Stück Holz zu zerstückeln versucht, bin ich mir nicht sicher, ob ich mir gerade mit ihm oder er sich nicht, doch er mit mir die Zeit vertreibt. Und mit einem Schlag wird es dem Herrn wahnsinnig langweilig. Ich seh's in seinen Augen. Er dreht noch zwei Runden um meine Beine, dann noch eine andersrum, eine gnädige Verabschiedung, bevor wir er in die eine und ich in die andere Richtung gehen. Fünf Meter weiter bleibe ich stehen, klopfe seine Haare von meiner Hose und drehe mich noch einmal um. Aber da hat er schon keinen Sinn mehr für mich und vor allem keine Zeit. Er ist damit beschäftigt, ein leises Rascheln zehn Meter weiter hinter einem Baum überaufmerksam zu beobachten. Also, ich seh nichts. Als wieder mal der Computer hochfährt und ich wieder mal nicht weiß, wie ich die eineinhalb Minuten, eine Minute achtunddreißig, die er dazu benötigt, rumbringen soll, laufe ich verloren durch meine 160 Quadratmeter Munich City-Top-Lage-Luxus-Dachgeschosswohnung. Original Zitat, Immobilienanzeigentext. Die Wohnung hat mich so viel gekostet wie ein Dorf in Thailand und will ständig geputzt werden. Ich habe Fieber. Ein Plattenfirmentyp, dessen Namen ich mir nie merken kann, ruft an. Festnetz. Wieso? Woher? Ich habe eine Geheimnummer und teilt mir überdreht mit, dass einer meiner Songs, der seit vergangener Woche in sämtlichen Dance-Charts Nummer eins ist, meine achte, gerade eben hoch in die Verkaufs-Charts einstieg und in die USA lizenziert wurde. Was so viel bedeutet wie, sieben Euro und einundvierzig Cent mehr zu verdienen. Vorausgesetzt, das Ding wird dort ein Millionenzeller. Das nennt man Auslandsabzüge. Ich stelle mich nur mäßig überzeugend begeistert, da mich nichts weniger interessieren könnte. Den Titel habe ich vor mehr als einem Jahr geschrieben, in fünf Minuten, höchstens sieben, und bis die Dinger veröffentlicht werden, bin ich schon mindestens fünfzig Songs weiter und habe überhaupt keinen Bezug mehr zu meinen eulen Kamellen. Aber toll, dass ich auch dieses Jahr meine Steuerklasse mühelos werde halten können, obwohl ich so gut wie nichts arbeite. Für meine Verhältnisse. Verglichen zu den über sieben Jahren, in denen ich sprichwörtlich dreihundertfünfundsechzig Tage im Jahr Titel um Titel schrieb und produzierte. Weihnachten inklusive. Wie eine gut geölte Maschine. Angetrieben von der lächerlichen Hoffnung, hinter dem nächsten Song wartet das Glück. Die Art von Hoffnung, die alle gestörten Workaholics in der Branche voranjagt, die als Teenie natürlich selbst Rockstar werden wollten. Mit allen Mitteln. Alles andere scheißegal. Der ultimativ verlässliche Motor. Als ich dann schließlich tatsächlich anfing, meine Titel zu platzieren, mich vor Arbeit plötzlich nicht mehr retten konnte, fühlte ich mich schon sehr alt. Sehr. Sehr alt. Ich war sechsundzwanzig und hatte das Gefühl, all die erfolglose Zeit doppelt und dreifach nachholen zu müssen. Was mir gut gelang. Ach, und bitte denkt noch an die Überweisung wegen des Masterings, ja? Ähm, ähm, äh, äh, Markus. Danke. Ciao. Füge ich schnippisch an, was ihn hörbar verstört. Dann beende ich das Gespräch ohne weiteren Kommentar, obwohl er noch ansetzt, etwas zu sagen. Laschersack. Sofort nachdem ich aufgelegt habe, starte ich eine 30-Grad-Waschmaschinenladung, Socken, im Feinwäschemodus mit Vorwäsche, 72 Minuten Laufzeit. Gleichzeitig läuft der rote Eimer mit Wasser ein. Ich füge zwei Kappen Pflegemittel für Parkettböden hinzu. Ich wische das Wohnzimmer und den Gang mit Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, während ich mich angeregt mit mir unterhalte. Heute teilweise auch wieder mal auf Englisch, um dem Ganzen einen Hauch von Bedeutung und Abwechslung zu verleihen. Es schaut auf International Flair. Im Arbeitszimmer noch Staubwischen, ganz akribisch und genau. Schreibtisch, Flügel, Fernseher, Fenstersimse. Ich putze mir förmlich die Seele aus dem Leib bis zur völligen Erschöpfung. Immer, wenn ich eine hohe Chartplatzierung mitgeteilt oder eine größere Summe Geld auf mein Konto überwiesen bekomme oder mir sonst etwas Positives übermittelt wird, gehe ich sofort das Klo putzen oder den Küchenboden wischen. Gute Nachrichten muss ich verdrängen. Sie machen mich noch unausgeglichener und unglücklicher. Sich anbahnende Hochgefühle wecken bloß meine unstilbare Gier und verursachen eine Unzufriedenheit, der ich nur durch Betriebsamkeit Herr werden kann. Alles, was für andere Menschen schön und gut und erstrebenswert zu sein scheint, muss ich ignorieren. In unglücklichen Phasen bin ich eigentlich viel glücklicher. Weißt du, wirklich sagenhaft, der Nagellack, also der Nagellack, den habe ich dann einfach über die Schweiz bestellt. Kriegst du hier einfach nicht. Und die Frau Bellingen hat vielleicht geschaut, als ich ihr das erzählt habe, voll neidisch. Ich bin dann gleich rüber zu Nadia, du weißt, die von der anderen Abteilung, HKA. Und dann sind wir rüber und haben jetzt echt ungelogen das Gleiche einfach nochmal gemacht. Schalendes Gelächter. Sie ist begeistert von ihrer Geschichte. Mein Zeichen, kurz zu reagieren. Ich öffne meinen Mund einen Spalt, um Amüsement zu simulieren. Die Prise mitschwingender Ungläubigkeit kommt, glaube ich, richtig überzeugend rüber. Es ist 21.40 Uhr, fast 41. Mir gegenüber sitzt Christina, Christina Chrissi, Hiltensperger. 31 Jahre alt, Akten Nummer 39, drittes Date. Heute müsste alles klar gehen. Besonderheiten, blöd bis öd. Also eigentlich keine Besonderheiten. Thailändisches Spezialitäten-Restaurant gehobene Klasse. Stadtmitte. Dessert. Ich mustere ihr Profil. Auch Kopf abwärts. Prädikat. Fuckable. Intellektuell gesehen komme ich mir gerade vor wie ein Kinderschänder. Ich starre auf ihren Busen, wann immer ich die Möglichkeit habe, und glaube, sie bemerkt es nicht. Ihr Hemd betont ihre Kurven sehr vorteilhaft und hält mich gerade noch davon ab, nicht auch noch der Bedienung hinterherzuschauen. Ist auch nicht alles Gold, was glänzt, musst du nicht glauben. Und die arme Prinzessin Sophie, dass nicht mal die, also das hätte ich auch nicht gedacht, die arme, aber der, äh, äh, Adligen hinter Ohren Königshau. Ich bin matt vor Entsetzen, dass es nicht mal für eine halbe Sekunde aufhört, auf mich einzuprasseln. Bei den Majestäten aus aller Welt schaue ich sie an, als hätten ihre Ausführungen Enthüllungskarakter. Der tuckige Kellner bringt mir meinen doppelten Espresso und ich bitte um die Rechnung. Christina ist schon ein bisschen dicht und wird zunehmend ausfallender, zunächst nur im Tonfall, wie sie Sachen sagt. Um sicherzustellen, dass ich sie nachher wirklich vögeln kann, sollte ich jetzt noch eine meiner typischen Fragen anbringen, die sie glauben macht, ich hätte Tiefgang und Grips. Ich überlege schon mal, welche ich gleich nehme. Was haben wir denn da? Also Chrissy ist ein wenig rustikal, was schon ihre Anzeige vermuten ließ, wiederholt Fragen, bevor sie antwortet, was ein eindeutiges Zeichen für Wichtigtuerei ist und der Knaller züchtet Tulpen und liebt Schlagereule Helene Fischer. Außerdem sagt sie zum Abschied immer Ciao, Ciao, Himmel, einmal am Telefon sogar Tschüssi, Tschüss, äußert sich gerne abschätzig über andere und wirkt manchmal etwas unkontrolliert. Als ich diese Infos für mich zusammenfasse, verlässt mich meine Kondition schlagartig. Schnell zum Wiederaufladen auf ihre Brüste schauen und mir will partout kein triftiger Grund einfallen, der es rechtfertigt, hier zu sitzen. Da läuft ja auch nichts mehr, ist doch nur noch was für sie macht mit den Fingern Schnattergesten, die Folter geht weiter, während ich an meinem Espresso nippe, Monolog statt Dialog, seit eineinhalb Stunden. Die Kuh hat mich vorhin über 18 Minuten warten lassen. Ich erscheine zu allen Terminen auf die Sekunde, auf die Sekunde genau. Ich kenne niemanden, der genau wie ich immer pünktlich ist. Ich rege mich jedes einzelne Mal aufs Neue darüber auf. Das Ende ist in Sicht. Ich erfahre noch weitere ausufernde Details von Menschen aus ihrem nächsten Umfeld, zahle, während sie weiter quasselt, 147 Euro mit Trinkgeld und nach weiteren fünf Minuten konzentrierter Irrelevanz geht sie noch schnell für kleine Mädchen. Ich sehe rüber zu der echt armen Sau, einem anemisch wirkenden Schwachkopf, der zwei Tische weiter mit seiner Freundin sitzt, einer tickenden genetischen genetischen Zeitbombe, die in spätestens fünf Jahren wie ein Hefeteig aufgehen wird. Schaue wieder weg, notiere mir, ich wäre doch nicht nötig gewesen, mich hätte es nicht gebraucht, aber danke. Was mir seit Längerem immer wieder mal durch den Kopf schwirrt, lese, was im Notizbüchlein darüber steht, schon älter, und blättere noch ein bisschen rum. Da ist sie wieder. Schade. Nach unverschämten, aber erholsamen neun Minuten zwölf. Sie setzt sich, steht aber sofort wieder auf, als ihr einfällt, dass wir ja gehen wollen. Was wir auch tun. Wir fahren zu ihr nach Hause. Während der Fahrt prahle ich ganz nebenbei mit einer Vielzahl von statistischen Daten und Zahlen in Zusammenhang mit Erdgeschichte, Gesellschaft, Politik und Sozialem, die ich im Kopf habe, weil ich lieber lese als lebe. Und denke mir, dass ich an ihrer Stelle ganz schön beeindruckt von mir wäre. Dann erfinde ich einfach noch ein paar weitere Zahlen, die sie sowieso nie nachprüfen wird. Meine nun vorgespiegelte Wissensdichte rückt mich zum Greifen nah an den Nobelpreis Physik, Chemie, Literatur und Frieden gleichzeitig. Vorwahl von Oslo? 047. Und ich finde mich noch interessanter. Und da wir jetzt beide schon beginnen, ein bisschen rumzuschäkern, mache ich ein paar Witzchen und stelle erleichtert fest, dass ich mich auch immer witziger finde. Seit der Scheidung von ihrem psychisch labilen Ehemann, einem Bundeswehrangestellten, daher vielleicht ihre Neigung zum Befehlston, wohnt sie wieder bei ihren Eltern. Na großartig. Heute darf ich aber trotzdem zu ihr, da sich ihre steinalten Eltern im Urlaub im Schwarzwald befinden. Sturmfreie Bude also. Wie sexy. Im Rahmen des Möglichen. Die Wohnung ist im besten Sinne altdeutsch eingerichtet. Ganz so antiquiert habe ich es mir dann doch nicht vorgestellt. Auf Christinas Anweisung gehe ich schon mal nach oben. Sie hat ihren eigenen Bereich im ersten Stock. Ich schalte das Licht ein. In ihrem Schlafgemach sieht es aus wie in einem Jugendzimmer aus der Gründerzeit. Sie ruft von unten, ob ich was trinken möchte. Nee, Vögeln. Nein, vielen Dank. Nur keine Mühen. Hätte ich Ja sagen sollen? Ein Anstandsdrink? Ich sollte nicht hier sein. Ich versuche verzweifelt, mich in eine romantische Stimmung zu bringen, als Christinas Handy läutet. Sie ist inzwischen auch nach oben gekommen und steht neben mir. Nach einem kurzen Blick auf das Display verzerrt sich ihre Miene. Ja? Falk, ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht mehr anrufen. Sie klingt streng, fast bevormundend. Falk ist ihr Ex-Mann. Falk. Der Name klingt unvollständig. Verdammt, jetzt heul nicht schon wieder, raunt sie ärgerlich. Sie hat mir bereits erzählt, dass ihr nah am Wasser gebaut ist. Du bist so... Nein, du bist... Ich kann und will jetzt nicht mit dir reden. Nein, werd ich nicht, faucht sie weiter. Ein Pitbull kurz vor dem Angriff. Wie aus dem Nichts beginnt sie plötzlich zu schreien, als wäre der Teufel in sie gefahren. Laut und spitz. Sie steht da wie Charlie Chaplin im Windkanal. Absurder Anblick. Ich erkenne sie nicht wieder. Ihre Augen starren reglos auf die gegenüberliegende Wand. Knapp vorbei an dem Stillleben welke Blume mit schielendem Hund. Der Gegensatz zwischen körperlicher Versteinerung und akustischem Getöse verleiht dem Raum eine groteske Stimmung. Ihre Ausstrahlung gleicht jetzt der des besessenen Mädchens Regan aus Der Exorzist. Sie schreit in den Hörer Und wenn du das tust, dann sag ich deiner Mutter, dass du den Dachausbau auch nicht bezahlt hast. Du bist das Letzte. Das Letzte. Du bist... Nein! Hörst du nicht, was ich sage? Ich erzähl's deiner Mutter und allen! Allen! Christina scheint vollkommen vergessen zu haben, dass ich nur einen Meter hinter ihr auf dem Bett sitze und alles mitbekomme. Weiß die Schlampe eigentlich, wer ich bin? Sag ihr, ich komme gerne vorbei und hau euch beiden die Fresse weich! brüllt Christina in den Hörer wie eine Domina auf Speed. Die Fresse weichhauen? Ich glaube, sie hat Mühe nicht, die Tür einzutreten, um sich abzureagieren. Auf einmal wird sie immer leiser. Die letzte Metapher, die Schlampe soll sich ins Knie ficken, ist fast nur noch ein Flüstern im Schreiton und Christina, Beamten aus Leidenschaft, liegt unvermittelt auf und steht immer noch wie in Beton gegossen da. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Eine witzige Bemerkung scheint eher unangebracht. Gespenstische Stille erfüllt das musiale Zimmer. Langsam dreht sie sich um, als ob sie sagen will »Und nun zu dir, Freundchen!« Ich fühle mich, als wäre ich soeben unerwünschter Zeuge eines Verbrechens geworden und blicke erschrocken in ihre blutunterlaufenden Augen. Das Adrenalin pumpt noch durch ihre Adern. Sie setzt sich in Zeitlupe unerwartet nah neben mich. Ich entscheide erst mal nichts zu sagen und schaue betretend rein. Eine Vorsichtsmaßnahme. Minuten verstreichen. Christina rührt sich nicht. Ich rühre mich ebenfalls keinen Deut, aber meine Augen wandern ziellos umher, während ich zusammenaddiere, was dieser Gestörte mich bisher gekostet hat. Schließlich frage ich mit dieser sensibler Mannstimme, ob alles okay ist. Ich möchte retten, was zu retten ist und nach diesem lähmenden Abend auf keinen Fall heimfahren, ohne wenigstens kurz meine Kleidung abgelegt zu haben. Sie dreht ihren Kopf halb in meine Richtung, starrt aber weiterhin auf den Boden und entgegnet nichts. Dann schreit sie auf einmal los. Was willst du? Hä? Was fällt dir ein? Das geht dich gar nichts an. Einen feuchten Dreck geht es dich an. Was willst du? Hä? Was willst du wissen? Es geht dich einen Scheißdreck an. Geht's dich! Meine Anwesenheit erübrigt sich. Überrascht und merkwürdig amüsiert unterdrücke ich ein Schmunzeln. Das wäre wirklich das Falscheste, was ich jetzt tun könnte. Ich ziehe sonst nur noch mehr Wut auf mich. Ich durchquere mittelschnell schleichend den Raum Richtung Tür. Nichts. Keines Blickes würdigt sie mich, als ich die Tür öffne und gehe. Mit meinem schüchternen Bambi-Türspaltblick sehe ich noch mal zurück, obgleich sie es nicht mitbekommt. Keine Chance. Das war's. Als ich zur Haustür raus bin, hole ich zum ersten Mal seit langem wieder richtig Luft. Als ich hinter der nächsten Ecke wieder langsamer werde, werfe ich einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist. Zwischen Socken und Schaftkante. Das sieht unmöglich aus. Aber alles gut. Sie hängt drüber. Dann selbe Prozedur mit dem rechten Fuß. Auch okay. Ich habe keine Ahnung, was das eben war. Aber es war was Besonderes. Dennoch bin ich verärgert, all der Zeitaufwand für nicht mehr als eine ungewöhnliche Erinnerung, auf die ich gut und gerne verzichten kann. Morgen brauche ich eine sichere Nummer und ich weiß schon, wen ich anrufe. Ich fahre langsam durch die Stadt nach Hause und die Episode löst sich wie verdunstender Nebel vor meinen Augen langsam auf. Ich habe Fieber und meine Bauchdecke gespannt. Es ist halb zwei und der fast volle Mond scheint mitten ins Zimmer. Ich überblättere lustlos drei Seiten des aktuellen Musik-Express, der auf dem Schreibtisch liegt, ehe ich mit der Maus D-A-N doppelklicke und Christina unter aktuell ausstreiche, in der Gesamtstatistik unter Fehlgriff Minus eintrage und sich mir ein neues momentanes Zwischenergebnis präsentiert. 24 Hits zu acht Flops. Mit weiteren acht kam es zu keinem Treffen. Vier sind momentan on hold und es gibt zwei aktuelle Neueinsteiger. Die Neuigkeiten, die ich jetzt noch in der D-A-N Datei vermerke, sind gestern zusammen mit Anna im Mangostin. Wie war ihr Nachname nochmal? Anna Kurz, 29 Jahre, Nummer 40. Harry Potter können auch Erwachsene lesen. Hals, Maul, Hals, Maul, Hals, Maul. Kurze Bestandsaufnahme und was Besonderes gesprochen wurde. Sie zärtelt schon ein bisschen, Kopf an Schulter anlehnen und dergleichen. Noch einmal, dann ist aber auch gut. Morgen schicke ich hier erstmal eine Ich-denk-an-dich-Aufmerksamkeits-Schwall-SMS. Alles verschwimmt in meiner Erinnerung zu einem Brei belangloser Gleichheit. Wieso komme ich mit diesem Wahnsinn nur davon? Kapitel 4 Studio Sex Ich bin wach. Punkt 8 Wie auch nach einer Zeitumstellung. Wie auch nach zwei Stunden Schlaf. Oder fünf. Wie auch nach einem Flug in eine andere Zeitzone. Als hätte ich eine Funkuhr eingebaut. Acht. Vielleicht ein Bonusfeature meines inneren Navigationssystems. Wie auf Knopfdruck beginnt mein Programm. Die nervöse Unruhe in meiner Magengegend peitscht mich aus dem Bett. Ich springe auf, als hätte ich Verspätung, während das lähmende Bewusstsein meiner Sinnlosigkeit gleichzeitig meine Hast bremst. Den Rest des Tages werde ich damit verbringen, dieses Wechselkonzert auszubalancieren. Eigentlich ist es erst 7 Uhr 59 Minuten und 52 Sekunden. Gleich gehen die Wecker los. 8 Uhr 3 Ich stehe im Bad. Mit an den Waschbeckenrändern aufgestützten Händen sehe ich in den Spiegel. Wie immer fällt mir nichts zu mir ein. In der Eindringlichkeit des grellen Morgenlichts starre ich mich bewegungslos an, analysiere jedes Detail meines Gesichts. Ich sehe genauso aus, wie jemand aussieht, der keinen Schluck Alkohol trinkt, nicht raucht, keine Drogen nimmt, noch nie auch nur ein Aspirin oder eine Kopfschmerztablette geschluckt hat und wie besessen trainiert. Wie jemand, der hungrig ins Bett geht, um kein Gramm zu viel auf den Rippen zu haben. Wie jemand, der sich permanent vorbereitet. Auf den Moment, an dem sein Leben endlich anfängt. Das Eigentliche. Wie jemand, der sich in einem kargen Warteraum des Lebens befindet. Nichts von all dem, was ich tue oder nicht tue, hat mit Disziplin zu tun. Saufen, Rauchen, Pillen, Party, Pulver, was weiß ich, interessiert mich sowieso einen absoluten Scheißdreck. Meine beinahe asketische Lebensweise ist vielmehr eine Nebenerscheinung, ein Abfallprodukt der Strukturen, die ich zur Überbrückung entwickelt habe, bis sie losgeht, meine Existenz. Ich habe keine Ahnung, wann ich der Typ geworden bin, der mich gerade fragend ansieht und sich aus keinem ersichtlichen Grund an die Schläfe fasst. Zum ersten Mal seit, wie lang, vier Wochen? Gehe ich heute wieder ins Studio. Das letzte Mal habe ich nur kurz das Nötigste gemacht. In die heutige Session will ich so viel wie möglich reinpacken und erledigen. Der eine neue Titel ist ganz zufriedenstellend gelungen und wenn er aufgenommen so klingt wie in meinem Kopf, dürfte er so gut wie verdielt sein. Ich wende mich vom Spiegel ab und laufe in die Küche. MTV läuft ohne Ton auf dem in der Wand eingelassenen Flatscreen im Wohnzimmer und ich starre auf das Bild, ein Ringtone-Werbespot. Undeutlich spüre ich sie näher kommen. Sie bewegt sich auf mich zu. Ein gewaltiges, unsicheres Atemholen. Dann hat sie mich. Eine tiefschwarze Wolke, die mich zwingt, mich gleich wieder ins Bett zu legen. Bei sonnigen 24 Grad plus 8.12 Uhr. Mein Körper wird bleischwer. Meine Jeans ziehe ich aus, sonst verkrumpelt sie und lege mich nur mit Socken, Unterhose und T-Shirt auf die Matratze. Mein Blick starr auf die weiße Decke gerichtet. Äußerlich regungslos blicke ich sie an, bis ich den Eindruck habe, dass sie sich langsam bunt verfärbt. Zusammengebissene Zähne. In mir tobt die schiere Panik. Der ganze übliche Heulsusenkram eben. Oh, ich zweifle an allem. Huhu, ich bin mir nicht gut genug. Und das Huhu, obwohl ich mich doch viel besser als die anderen finde. Was mich jedoch nicht aufwertet, sondern lediglich die anderen abwertet. Dabei ist es vollkommen legitim, sich was vorzumachen. Alles ist okay. Was ich tue, ergibt Sinn. Wo ich bin, ist vorne. Sonst droht komplette Manövrierunfähigkeit. Die ganze verfickte Menschheit funktioniert so. Ihr Koordinatensystem besteht aus Ignoranz, Verdrängung und Wunschdenken. Und sonst nichts. Das Fenster ist geschlossen und schon jetzt ist es drückend heiß im Zimmer. Meine Gedanken werden düsterer. Das Wolkendach meiner Trübheit zieht sich weiter zu. Nicht einmal an rettende Onanie ist jetzt zu denken. Normalerweise würde ich mir dazu eine unattraktive Frau vorstellen, die ich im wahren Leben nicht mal anfassen würde. Die Auswahl ist also groß. Hübsche und intelligente Frauen könnten mich in meiner Fantasie niemals stimulieren. Es käme mir vor, als würde ich ein abstraktes Ideal verletzen. Ich bin ein Ästhet und eine degenerierte Sau. Ein höheres Maß an Deckungsgleichheit würde möglicherweise einiges vereinfachen. Wobei, ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Ich liege da. Der Körper versteinert. Ich habe gerade etwas mit Schlamassel geflüstert. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich merke, dass meine Körperrückseite schon ziemlich verschwitzt ist, was an meinem Schockzustand nichts ändert und mich auch nicht zu einer Änderung meiner Position veranlasst. Nach 20 Minuten habe ich endlich genügend Kraft gesammelt, um mich zu erheben und anzuziehen. Ich bin unterwegs, um Joost abzuholen und mit ihm gemeinsam ins Studio zu fahren. Fünf vor zehn parke ich auf einem großen Platz, von dem aus die Straßen sternförmig auseinanderlaufen. Ich komme zu jedem Termin einige Minuten früher, um Verspätungseventualitäten auszuschließen, warte um die Ecke, lese oder höre Musik oder schaue blöde rum und schlage dann sekundengenau auf. Anders lässt sich absolute Pünktlichkeit nicht garantieren. Zu früh erscheinen zu früh erscheinen ist noch unmöglicher als zu spät. Um Punkt zehn Uhr stehe ich vor Joosts Wohnung und muss parken, da er natürlich noch nicht auf der Straße wartet und eher um zehn Uhr eins als um neun Uhr neunundfünfzig erscheint. Normal. Weltweit. Verwichste, verweste, verkrustete Scheiße. Ich stelle den Motor ab. Mein anschwellender Hass wird vorübergehend zur Seite gedrängt, vielleicht auch nur ergänzt, und zwar vom Nachklang meiner Traurigkeitsattacke von heute Morgen, von der ich mich noch immer nicht ganz erholt habe. Im Radio läuft gerade eine ältere Single der Sugar Babes, die ich ziemlich geil finde und voll aufdrehe. Morgen. Joost steigt ein. Morgen Joost, wie läuft's? Es ist zehn Uhr vier. Mit dem Öffnen der Beifahrertür setze ich mein Allesbestensgesicht auf. Meinen Zorn werde ich aber erst in ein paar Minuten in einer Ecke meiner Magengrube verdrängt haben. Die Show hat begonnen. Ich tue, als wäre ich voller Tatendrang und wir steuern bei erstaunlich ruhigem Verkehr in einen Tag voller Betriebsamkeit. Ein Versuch, mein in mir wütendes Nichts zu verhöhnen. Während wir uns unterhalten und ich ihn nach Freundin, Bekannten und Vorkommnissen der letzten vier Wochen frage, taste ich unauffällig unter meinem Kinn meine Lymphknoten ab. Die waren heute Morgen beidseitig geschwollen und schmerzen zunehmend. Dann erzähle ich kurz, was so los war, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Die offizielle zensierte Version und höre mir selbst kaum zu. Just wirkt so entspannt und ausgeglichen wie gewöhnlich und als ich frage, ob er Zeit hat, heute bis acht oder länger zu arbeiten, tue ich so, als wäre ich ganz locker und könnte mit jeder Antwort leben. Als er bejaht, bin ich erleichtert. Ich will heute unbedingt mit allem fertig werden. Ich glaube, Just durchschaut mich zumindest teilweise und hält mich wie einen Spinner. Er weiß nur nicht genau, welcher Art. Als wir um halb elf beim Studio ankommen, habe ich bereits genug und möchte heim. Während Just schon reingeht, nestle ich noch im Auto rum, hole mein Notizbuch raus und schreibe rein, niemand darf jemals erfahren, wer ich bin. Wie zur Bekräftigung schreibe ich das Wort jemals nochmal nach. Mit niemand mache ich dasselbe zweimal. Ich betrete die Lobby des zweistöckigen Gebäudekomplexes, der mehrere Tonstudios und Produktionseinheiten beheimatet, und bemerke einen pummeligen Typen mit Nasenpiercing, der als A&R für ein Hamburger Plattenlabel arbeitet. A&R steht für Artist and Repertoire. Ein A&R-Mann stellt für den Künstler den direkten Ansprechpartner bei der Plattenfirma dar. Er fungiert somit als Bindeglied zwischen dem Act, dem Produzenten, dem Songschreiber, dem Management und dem Label. Den Nachweis seiner Existenzberechtigung erbringt dieser Vertreter der Musikindustrie zumeist durch grobe Fehlentscheidungen in Sachen Titelauswahl, Öffentlichkeitsarbeit, Marktplatzierung und Imagemitgestaltung. Eine einflussreiche und prestigeträchtige Position wie diese genießt hohes Ansehen und ist demgemäß äußerst begehrt. Folglich sind die Auswahlkriterien gnadenlos streng. Einstellungsvoraussetzungen für den Posten für den Posten des A&R sind 1. geringstmögliches Maß an Musikalität. 2. Branchenfremde Ausbildung bevorzugt, Gebrauchtwagenhändler, Immobilienmakler, BWL-Studenten, vor allem Studienabbrecher bzw. Absolventen mit Abschlussnote 4,6 bis 4,9. 3. IQ nicht niedriger als Lebensalter mal 2. 4. Frisur muss stimmen. 5. Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben, Sprechen und Basteln sollten rudimentär vorhanden sein, jedoch nicht zwingend. 6. Vollkommene Deckungsgleichheit des Persönlichkeitsprofils mit ausnahmslos sämtlichen anderen Vertretern dieser Berufsgruppe. Und so einer sitzt jetzt mit seinem quietschbunten Hemd breitbeinig in der Lobby. Ein kurzes Gespräch lässt sich nicht vermeiden, also gehe ich in die Offensive. Hi Patrick, du hier, sage ich wohl temperiert mit Schritt auf ihn zu. Er räuspert sich und sagt Hi, ja, naja. Er weiß nicht weiter. Der kleine Schwanzlutscher hat keine Ahnung, wie ich gleich noch mal heiße. Wir schütteln uns die Hände, seine sind feucht und weich warm. In ungefähr einer Minute, wenn kein Zusammenhang mehr ableitbar ist, werde ich mir meine Hand an meiner Hose an der Oberschenkelrückseite unauffällig abwischen und dann schnellstmöglich waschen. Und, was machst du hier? Bist du oben bei Klaus? Frage ich noch immer ziemlich positiv. Ja, genau, wir nehmen eine vierzehnjährige Rapperin auf und und zack, schon schalte ich ab. Ist sicher äußerst wichtig, dass sie bei den Aufnahmen anwesend ist und die Produzenten mit unnötigen Kommentaren nervt. Warum er allerdings jetzt hier sitzt und mit seinem Organizer spielt, während im oberen Studio trotz seiner Unentbehrlichkeit gearbeitet wird, hat sicher einen plausiblen Grund. Zumindest ohne Unterlass zu reden, hat er drauf. Wir haben ziemlich geile Promotools am Start. Viva habe ich so gut wie sicher im Boot. Allein die Printkampagne kostet uns knapp 40.000 Euro. Außerdem alle, alle relevanten Downloadportale mit massivem Bannering und Schwerpunktthema für zwei Wochen bei MySpace mit einer noch nie dagewesenen Aktionen Zusammenarbeit mit Achtung, mit Adidas. Das wird, hey, das wird mega groß, das wirst sehen. Ja, wir glauben ziemlich an die Kleine, die verarzten wir volle Keine. Geht so in Richtung Alicia Keys, aber mehr Hip-Hop und lässt er deutlich zu viel Information ungefragt vom Stapel. Ich dachte, sie rappt. Wieso Alicia Keys? Frage ich langsam mit zurückgenommener Stimme. Vielleicht ein Fehler, weil jetzt sofort das Unvermeidliche kommt. Ja, nee, weißt du, wir machen jede Nummer mit einem Feature-Artist, der halt so geil schwarz singt. Was für ein Superplan. Und die erste Single ist ja schon draußen, kennst du vielleicht? Stealin. Die geht so. Stealin, you laugh away. Er singt kurz an, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Kennst du, oder? Auf jeden Fall sieht die Kleine Hammer aus und brabbelt und sabbelt er benommen von sich selbst. Die erste Single kenne ich nicht. Also vielleicht doch nicht ein so entsheißes Thema, die Kleine. So viel Erfolg mit so wenig Hits. Was für eine inkompetente Scheiße er schon in den ersten Minuten vom Stapel lässt, bestätigt meine Erwartung derart, dass ich mich beginne aufzulösen. Ich kippe den Kaffee, den ich mir geholt habe, und muss mich stark zurückhalten, Patrick nicht fies grinsend zu fragen, wie lange er glaubt, seinen Job in der kontinuierlich schrumpfenden Musikindustrie noch behalten zu können. So ein hochqualifizierter Entscheidungsträger wie er dürfte den Umsatzeinbußen zufolge nämlich sehr bald auf der Straße sitzen. Sieht er sich dann erstmals mit der Realität konfrontiert, wird er erschüttert feststellen, dass das wahre Leben mehr erfordert als eine starke Leber und lockere Sprüche. Joost steht in der Tür von Studio 2 und fragt, womit wir denn anfangen wollen, welchen Titel er vorbereiten soll. Ich sage es ihm und entschuldige mich bei Patrick mit dem dafür gängigen Wort für diese kurze Unterbrechung. Ziemlich genau in dem Moment fällt mir ein, wie er bei unserer ersten Begegnung dozierte, erhalte Live is Live von Opus für den besten Popsong aller Zeiten. Sag, dass das nicht wahr ist. Dieser komplexen Arithmetik provinziellen Geschmacks nach wäre dann wohl Lemon Tree der Zweitbeste. Ich finde, das erklärt einiges. Musik ist bewegte Luft. Da darf jeder eine Meinung haben. Ungestraft. Jeder. Ich hebe meinen rechten Arm. Patricks Zeit ist um. Meine auch. Super, wir telefonieren sowieso. Bis später. Ja, sowieso bis dann. Nicken, Lächeln, Abgang. Als ich Just's Studio betrete und durch den Aufnahmeraum in die Regie gehe, springt mich die Erkenntnis förmlich an. Der Kontrast zwischen früher und heute ist gigantisch. Das riesige Mischpult, die Technik, die Instrumente, die Lichter, die Magie. Nichts ist mir übrig von der Faszination, die die Studioatmosphäre immer auf mich ausgeübt hat. Sie ist irgendwie dahin. Keine Ahnung wohin. Ich werde meine akribisch vorbereitete Liste abarbeiten und heimfahren, die Songs im Auto Check hören und anschließend weiter E-Mailen. Die Titel werden veröffentlicht oder auch nicht. Ich bekomme bis zu eineinhalb Jahre später meine Tantiemen aus Airplay und Verkauf oder auch nicht. Und das war's. 15 Uhr 42. Netto-Arbeitszeit bislang 4 Stunden 39 Minuten. Mittendrin Just am Bildschirm nimmt mich auf. Ich sitze gerade am Keyboard und spiele eine Streicherlein in das Arrangement einer Nummer, die ich garantiert verkaufen werde, da sie nur so lala ist. Auf meinen besten Songs bleibe ich meistens sitzen. Die mediokeren Durchschnittstitel verkaufe ich schneller. Um fünf kommt noch eine Studiosängerin für eine knappe Stunde, um ein Demo für eine Britpop-mäßige Nummer einzusingen, die ich nur mit weiblichen Guide Vocals anbieten kann. Klopf, klopf, komm da rein. Natürlich Umarmung und einleitendes Durch-die-Hölle-Gehen. Das Allerschlimmste mit Sängerinnen ist immer das Geschwalle, bevor es losgeht. Der Warm-up. Das sich akklimatisieren und ein bisschen plaudern. Ein Käffchen? Wie läuft's denn so? Man sitzt da und hört sich trübselige Geschichten und Ansichten über das Leben an. Es ist halb acht, als Joost und ich mit allem fertig sind und ich bin erleichtert. Es ging schneller als erwartet. Ein ganz normaler Tag im Studio. In dem Moment, in dem ich Joost vor seiner Wohnung absetze und er die Autotür zuschlägt, drücke ich die Wahltaste meines Handys und informiere Hanna, ihre Aktennummer habe ich gerade nicht parat, dass ich heute Abend doch schon früher als vereinbart Zeit habe. Sie kann auch eher. Hat sie gerade tatsächlich okidoki gesagt? Meine Restfreude auf heute Abend lässt rapide nach. Hanna, 31 Jahre, Augenärztin, gerade fertig mit der Ausbildung. Natürlich nichts von wegen Berufung, zur Medizin natürlich nicht. Grund für ihren Studiengang, sie übernimmt praktischerweise bald Papas Praxis. Wäre lieber was mit Mode geworden, gebt mir ein Messer. Lieblingsfilmer, sie tut so, als wären die DVDs von L.A. Crash und Departed in ihrem Regal ihr eigener Geschmack. Die stehen da aber nur wegen ihrer Möchtegern-Mode Schwuchtelfreunde. Ihre daneben aufgereihten Titanic und Vier Hochzeiten und Ein-Todesfall-DVDs sagen alles. Lieblingsmusik, sie erwähnt immer ein paar coole neue Gitarrenbands, deren Namen sie auf irgendwelchen Partys aufschnappt. Sie lügt. Ihre drei Celine Dion-Studio-Alben sagen alles. Ihre Augen sind blau, die Haare hat sie stets zu einem dicken Pferdeschwanz gebündelt. Sie hält sich für schlau wie alle anderen, die sich für schlau halten. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das ist ihr Leben. Also um neun, ich bestelle den Tisch um. Bis gleich. Bitte sag jetzt nicht, ich freu mich oder sowas. Gudi, bis denne. Ich freu mich. Tschüss. Sagt sie mit einer Power in der Stimme, wie sie nur resolute Leistungsträger aufbringen können. Hanna, 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 Hanna. Hallo, Hanna, 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 Hi, Hanna, 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 Hanna. Ich hole tief Luft weiter. Hanna, 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 Komm, einmal noch. Hanna, einer geht noch. Hanna, Hanna, Oh, Hanna, das waren sogar drei, sehr gut. Hanna, Hanna! Brav. Genug. Müsste reichen. Hanna, nicht übermütig werden. Kurz vor jedem Date sage ich mir den Namen der Frau ungefähr neunzigtausendmal laut vor. So versuche ich sicherzustellen, dass mein Hirn im Laufe des Abends nicht versehentlich einen falschen Namen ausspuckt. Außerdem habe ich immer zwei Einstiegsfragen parat, die ich mir unmittelbar nach unserem letzten Treffen oder Telefongespräch notiert habe. Solange ich noch im Thema bin, in der Materie. Diese Fragen greifen dann naturgemäß derart detailliert die zuletzt von ihr behandelten Themen auf, dass sie wirklich davon ausgehen kann, noch nie einem aufmerksameren Zuhörer begegnet zu sein. Es dürfte wenige Männer geben, die die verwunderte rhetorische Frage »Wow! Hast du dir das gemerkt?« öfter gehört haben als ich. Hanna und ich sind zu Fuß auf dem Weg zu meiner Wohnung, die keine zehn Minuten entfernt ist. Dies ist unser viertes Date und somit höre ich alle ihre Themen heute zum vierten Mal. Obwohl ich etwas zerstreut bin und mich auf mein Posing nicht richtig konzentrieren kann, hat sie doch den Eindruck, dass ich ihr zuhöre. Ich attestiere mir, dass ich mich trotz öder Gespräche und zunehmend stärker werdenden Symptomen Fieber hoch, Lymphknoten geschwollen, Bauchdecke, spannend, alles in allem ganz gut halte. Und dafür, dass sie gerade fragt, was mir an ihrem Gesicht am besten gefällt, halte ich mich sogar überirdisch. Ich antworte auf Letzteres, vor allem natürlich deine Lippen und der Gesamteindruck. Das wirge ich betonsachlich raus, dass es fast wie eine Aktennotiz klingt. Was dieser Aussage Glaubwürdigkeit verleiht, die in Kombination mit einem suffisanten Lächeln, bei dem man nie weiß, woran man ist, auch genügend Lockerheit vermittelt. Sie ist sichtlich zufrieden mit meiner Antwort, während ich einen Krampf im kleinen rechten Zeh verspüre. Unbemerkt sehe ich auf die Handyuhr kurz vor Mitternacht. Ein Anruf in Abwesenheit, Akku noch ein Drittel voll. Ich werfe einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist. Zwischen Socken und Schaftkante, das sieht unmöglich aus, aber alles gut. Sie hängt drüber. Dann selbe Prozedur mit dem rechten Fuß. Auch okay. Ich habe das Gefühl, dass jeder Muskel meines Körpers voll angespannt ist, als ich in sie eindringe und sie ganz langsam ficke. Ich bewege mich behutsam und vorsichtig. Dabei sehe ich ihr in die Augen, suche ihren Blick und versuche nicht zu forschend zu wirken. Sie lächelt mich zärtlich an, bevor sie ihre Augen schließt und ihren Kopf zurückneigt. Und ich finde bestätigt, dass sie sich längst in mich verliebt hat. Zweifellos. Was mich ungemein befriedigt. Ich habe sie genau da, wo ich sie wollte. Und ich habe genau das, was ich wollte. Ihr Gefühl. Der alleinige Grund, mir all das anzutun. Die Gespräche, das ewig gleiche Gefasel, die Restaurantrechnungen, dunkle Bars und Clubs, die mich ankotzen, noch mehr Infos aus einem belanglosen Leben, der Zeitaufwand, die tausendmalige Überwindung, das von mir erwartete, zu antworten, und das Generve, wenn ich mit ihr Schluss machen werde. Hanna's Erregung nimmt zu. Sie beginnt zu stöhnen, während für mich die Sache gedanklich eigentlich schon erledigt ist. Ich habe sie. Mein Kopf ist zwischen ihren Beinen. Sie krümmt ihren Rücken. Und ficke sie wieder. Erregung. Ich schiebe mein Schwanz noch mehr. Ich schiebe ihn ihr ganz rein, bis zum Schaft. Dabei gleite ich mit einem Finger wieder in ihre Vagina, dann mit noch einem zweiten. Mit der anderen Hand massiere ich ihre Titten, was ihre Nippel erhärten lässt, packe sie von hinten am Hals und fahre den Rücken herab. Ich spüre, wie sie in unregelmäßigen Abständen unkontrolliert zuckt, und ein tiefes Grunzen lässt mich, völlig unangebracht, blöd schmunzeln und im Raum herumsehen, was meinen Schwanz sofort etwas weich werden lässt. Konzentration, bitte! Ich checke doch tatsächlich die Uhrzeit auf dem Wecker, der auf dem Schrank steht. Dann ziehe ich meinen Schwanz heraus, lege sie auf ihren Rücken, ihre Augen sind geschlossen, küsse sie in einer etwas härteren Gangart, hebe ihre Beine über meine Schultern und gleite nochmals in ihre feuchte Muschi. Ich schaue auf den angespannten Bizeps und Trizeps meines Oberarms, wobei ich darauf achte, dass ihre Augen immer noch geschlossen sind und sie mich nicht dabei erwischt. Bumse ich mich etwa gerade selbst? Sie drückt ihre Schenkel gegen meinen Hals, ist extrem gelenkig, geht mühelos mit meinen Auf- und Abbewegungen mit. Ihre Möse passt sich meinem Schwanz an, nimmt ihn auf, saugt an ihm. Schneller werdende, stetige Bewegung, ihre Muskeln krampfen unkontrolliert und vierzig oder auch fünfzig Sekunden, vielleicht eine Minute bevor ich komme, geht es in meinem Kopf wieder los, altbekannt wie immer. Was mache ich hier? Ich beobachte mich selbst, beobachte sie, hoffe, dass das Kondom hält, ich möchte keine Kinder, schon gar nicht mit ihr. Habe noch nie ohne Gummi überlege, ob ihr Zerfließen ihr ernst ist. Will sie mich verscheißern? Macht sie mir oder sich selbst was vor? Was soll das? Hör auf zu stöhnen! Vielleicht höre ich dann auf zu denken, ich bin ein Clown, es ist lächerlich, was ich hier tue, und doch werde ich es wieder tun. Ich sehe uns von der Zimmerdecke aus zu, ein Beobachter aus der Distanz, befinde mich drinnen und draußen, bin irgendwie auch erschüttert, wie gnadenlos egal sie mir ist, wie auswechselbar, fürchte mich schon, was im Anschluss passiert. Ich wünschte, ich wäre allein. Und ab dem Moment, in dem ich ejakuliere, kenne ich nur noch zwei Worte und ein Ausrufezeichen. Hau ab! Was ich aber nie laut sagen würde, im Gegenteil, ich bin mustergültig aufmerksam. Ich ziehe mich aus ihr raus, sie lächelt. Ich knie noch über ihr, Liegestützposition, mit meinen beiden Armen links und rechts von ihr abgestützt. Ich schaue mit einem flüchtigen Blick an mir runter, richte mich langsam auf. Habe ich heute schon mein tägliches Handyfoto gemacht? Greife mir an den Schwanz, um eine Sauerei mit dem Inhalt des Kondoms zu verhindern. Ich überlege etwas, wie im Nebel. Irgendwas, was sie sagt, es ist so ein vertrauensseliges, lächelndes, hm, und noch was, veranlasst mich, mit jungenhaftem Charme zu antworten, finde ich auch, weil ich mit der Wahrheit nicht durchkäme. Wobei die Wahrheit nicht unbedingt das Gegenteil wäre. Warum kann ich das ewige Denken nicht einfach abstellen? Nur kurz, zehn Minuten, nur zehn verfluchte Minuten, nichts denken. Und irgendetwas empfinden, an gar nichts denken müssen. Als ich in dieser stockdunklen Nacht, es ist zehn nach drei, über die Straßen rase, bin ich noch leerer als sonst. Am liebsten hätte ich Hanna einen Hunderter auf den Nachttisch gelegt und wäre gegangen, nachdem wir fertig waren. Aber wir waren ja bei mir. Ich war so verwirrt, dass ich gerne eine, irgendeine destruktive Gefühlsregung in ihr provoziert hätte. Sie war sowas von nett und lieb und bemüht und nicht auszuhalten. Es wird immer schlimmer. Irgendetwas stimmt nicht. Die Autobahn ist komplett frei. Kein einziger Wagen seit bestimmt einer Viertelstunde. Ich drücke aufs Gas, wie von allen guten Geistern verlassen, und versuche, mich zu beruhigen, indem ich daran denke, dass ich nur ein theoretisches Konstrukt bin, dass ich nur denke, dass ich denke, dass mein Leben nur eine Vorstellung ist, die ich vor mir selbst aufführe, dass es mich gar nicht gibt. Und in dem Moment bemerke ich, als hätte ich noch nie eine Bestandsaufnahme meines Lebens gemacht, tatsächlich tue ich nichts anderes, wie sehr ich genau das Konzept lebe, das ich mir als kleiner Junge zurechtgelegt hatte. Ich gehe in Gedanken zurück, lasse die Aufzeichnungen in meinem Kopf zurücklaufen, meine Erinnerung, das bisschen Erinnerung wie die Erinnerung eines Fremden, und es durchfährt mich wie ein Schuss. Jede Nuance meines Daseins ist genau so geworden, wie ich es immer geplant hatte. Weil ich nicht mehr kann, drossle ich das Tempo. Alles dreht sich. Die Welt draußen, mein Auto. Jede Nuance meines Lebens ist genau so geworden, wie ich es immer geplant hatte. Ich betrachte die Scheinwerferkegel vor der Kühlerhaube, den Übergang am oberen Rand des Lichtfelds in den dunklen Horizont. Mein Schädel dröhnt. Ich lasse den Wagen ausrollen, auf dem digitalen Tacho 185, 183, 180. Jede Nuance meines Lebens, wie geplant. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Als hätte ich mich selbst erschaffen. Alles ist genau so, wie ich es wollte. Alles. Bis auf mich. Montag. Fünf Tage später. Das gestrige Training verlief schon ungewöhnlich zäh. Aber jetzt kann ich kaum mehr den Flur entlang gehen, ohne total außer Atem zu geraten. Ich falle in den Schreibtischsessel, wie ein Asthmatiker. Diese Symptome haben eindeutig nichts mit meiner labilen Gemütsverfassung zu tun. Das ist was anderes. Beklommenheit beschleicht mich. Ich war noch nie krank. Gerade eben bekam ich die Airplay-Charts zugemailt, in denen ich gleichzeitig mit drei Titeln vertreten bin. Alle ziemlich hochplatziert. In Erwartung eines erfreulichen Geldregens entscheide ich mich, trotz Tischtennisball großer Lymphknoten, ich kann sie fast sehen, zusammenzureißen, und doch noch ein bisschen zu putzen, bevor ich zu meinem Lieblingsjapaner gehe. Heute Wohnzimmer wischen, Umkleide wischen, jeweils die Bodenleisten mit gesondertem, weichem Lappen und Palmolivlauge reinigen, bei häufigem Auswaschen des Lappens, Wohnzimmermöbel und sonstige Oberflächen feucht Staub wischen, dasselbe im Arbeitszimmer. Dies alles, während eine 95-Grad-Maschine läuft, die ich nach meiner Rückkehr vom Essen rausnehmen und aufhängen werde. Ich schufte mir die Scheiße aus dem Leib und ignoriere mein Fieber und die brutale Schwäche, so gut es geht. Je stärker ich meine Erschöpfung spüre, desto mehr steuere ich dagegen. Ich kann noch härter arbeiten. Meinen grazil eingeschliffenen und hocheffektiven Bewegungsabläufen zuzusehen dürfte ein Vergnügen sein. Nach einer Stunde ist es vollbracht. Alles Behandelte glänzt. In meiner Wohnung könnte man Operationen am offenen Herzen durchführen, ohne vorher etwas desinfizieren zu müssen. Wohnt man mitten in der Stadt, kann man immer putzen. Der Feinstaub der Abgase sorgt dafür, dass das Wischwasser stets tiefschwarz ist, auch wenn man erst wenige Tage zuvor das letzte Mal sauber gemacht hat. Das befriedigt ungemein. Nicht mal in meinem jetzigen Zustand würde ich eine Putzfrau wollen. Ich weiß genau, wie das läuft. Ich müsste Termine mit ihr vereinbaren, was meine Lebensqualität drastisch einschränkt. Und wenn die gute Frau mal Grippe hat, kommt sie trotzdem zur Arbeit, weil sie die Kohle will, macht einen halbherzigen Job und ich hab ihre ganzen kranken Viren in der Luft. Ekelhaft. Ich will niemanden in meiner Wohnung. Und so sauber, wie ich sie putze, macht's sowieso niemand. Wenn man möchte, dass etwas sorgfältig erledigt wird, muss man es selbst machen. Es hilft nichts. Zehn Minuten später, nach widerstrebender Suche in den gelben Seiten und Hauptsache in der Nähe. Guten Tag, hier ist Weidner. Ich hätte gern einen Termin bei Dr. Wagenhorst. Wann können Sie denn? Um was geht's denn? Die Stimme der Sprechstundenhilfe am anderen Ende klingt herablassend. Sie will, dass ich mich ihrer sagenhaften Macht über den Terminkalender beuge. Sie ist der Herr im Ring. Herrin. Ich mach alles. Fühl mich elend. Ich glaube, es wäre ziemlich dringend. Ginge heute noch? Frage ich fast kindlich ergeben. Das ist ausgeschlossen. Morgen um zwei ginge, aber wenn Sie Zeit mitbringen. Sie klingt derart unverhohlen feindselig, dass ich mir unverzüglich wünsche, ihren Mann kennenzulernen. Wer hält sowas aus? Das sind die wahren Helden. Da kann ich leider nicht, sage ich in entschuldigendem Tonfall. Morgen muss ich nach Rom auf eine Hochzeit. Menschen um mich herum beginnen sich in Scharen zu vermählen. Ich frage das Schlachtross am anderen Ende. Und Mittwoch ginge das? Ich klinge flehend. Sie bestimmt die Art, in der ich mit ihr rede. Sie bestimmt. Und ich gehe darauf ein. Hat man es mit geistiger Schlichtheit zu tun, muss man sich ausnahmslos anpassen. Das Niveaugefälle kann nur abwärts ausgeglichen werden, nie umgekehrt. Mittwoch und Donnerstag ist der Herr Doktor auf einem Seminar. Freitag um drei kann ich noch anbieten. Freitag um drei kann ich noch anbieten, öffe ich sie gedanklich nach. Gut, den nehme ich bitte, sage ich leicht hin. Du dumme Ziege, ich krepiere gerade. Also dann, dann haben wir ja jetzt endlich einen Termin gefunden. Sie tut, als ob ihr vor Zorn gleich der Kragen platzt. Zweifelsfrei. Sie hält meine Höflichkeit für Schwäche. Ich könnte wetten, dass wenn sie Mutter ist, dann nicht von einem Jungen. Frauen, die einen oder mehrere Söhne haben, sind weicher und netter Männern und der Welt gegenüber. Ausgesöhnt. Mütter von Mädchen hingegen haben etwas Ernstes, ständig Angespanntes an sich. Danke, Wiederhö- ähm, nein, ich war ja noch nicht bei Ihnen. Weidner mit EI, ja? Genau, Weidner mit EI. Vielen Dank, Wiederhören. Kapitel 5 Flug hin und zurück Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Ich bin mir ziemlich sicher, einer der drei Steuarts, die uns beim Betreten der Maschine begrüßen, ist nicht schwul, trotz Lufthansa. Ich bin der Letzte in der Schlange, die sich quälend langsam voranschiebt. Der Großteil der Passagiere sitzt bereits und gafft oder nestelt vor sich hin. Die Maschine ist lediglich zu knapp einem Drittel besetzt. Komfortablerweise hat das hochmoderne Computersystem uns wenige Passagiere in den vorderen Reihen zusammengepfercht, damit niemand allein sitzen muss. Ich steuere auf meinen Platz zu. Nachdem ich den verhedderten, grauen Scheißgurt freigelegt habe, lasse ich mich kraftlos und gegen meinen Willen auf den Sitz plumpsen, indem ich nun mehr hänge als sitze. Einer der Steuarts geht, die Reihe nach nichts Bestimmtem absuchend fröhlich vorbei. Sein Parfum riecht unerwartet angenehm, aber erwartet intensiv. Der Geruch hängt lange in der Luft. Außergewöhnlich angenehm. Hätte ich gerne. Aber ich habe mich noch nie getraut, jemanden nach der Marke eines Dufts zu fragen, aus Angst, es könnte falsch ausgelegt werden. Ich ziehe meine Beine seitlich an, als sich die weibliche Hälfte des Paars neben mir erhebt und an mir vorbeizwängt, um auf den Gang zu gelangen. Auch dabei sehe ich sie nicht an. Oh, murmelt die Tonne und schaut mitfühlend. Wohl eine Entschuldigung. Ich schaue auf, wie aus äußerster Konzentration gerissen. Kein Problem, sage ich unehrlicherweise. Ich grinse, bin ernst. Als der Airbus 319 auf der Startbahn beschleunigt, wirkt die draußen vorbeifliegende Szenerie wie eine Leinwand. Vereinzelte Büsche, kleine Holzschuppen, lose herumliegende Rohre und kniehohe Schilder mit Symbolen, die ich nicht zu deuten weiß. Und unter allen Start- und Landebahnen der Welt, die sich so unverschämt ähneln, macht auch diese keine Ausnahme und einen unaufgeräumten, unfertigen Eindruck. Ich weiß nichts, mit mir anzufangen, da ich unausgeglichener bin als sonst. Die erste Stunde geht dennoch schnell vorbei. Vertreibe mir die Zeit mit Taschencheck im Fünf-Minuten-Takt. Geldbeutel, kurzer Griff an rechte Gesäßtasche, Schlüssel, Griff an rechte vordere Hosentasche, Handy ausgeschaltet, spüre ich so, linke vordere Hosentasche. Heute zusätzlich Reisepass und Reiseunterlagen, Griff zur Brusttasche meiner Jacke. Alles da. Ich pfeife mir den dritten, doppelten Espresso rein, sonst falle ich in Ohnmacht. Wie soll ich diese Nacht nur durchstehen? Hochzeiten dauern doch ewig. Meist länger als die Ehen selbst. Ich schließe die Augen, verschränke meine Arme, beginne eine Gedankenübung anzugehen. Top zehn meiner Lieblingsfilme. Geht ganz schnell. Top zehn meiner Lieblingsbücher, dann meine Lieblingsalben. Fordert mich nicht. Als der Landeanflug angekündigt wird und ich die Tasse zum letzten Schluck ansetze, bevor sie eingesammelt wird, weiche ich dabei der wild pendelnden Handtasche eines etwa zehnjährigen Mädchens aus, das durch den Gang stapft. Die Tasche schwingt an ihrem angewinkelten Unterarm hin und her wie eine Abrissbirne und verleiht dem Gür weniger das angestrebte Quäntchen Erwachsensein als vielmehr einen Hauch von Babystrich. Der Signalton, der auf das Aufleuchten des Anschnallzeichens aufmerksam macht, ist ein Ass oder ein A. Ein Pulk aus drei blasenschwachen Senioren begibt sich im Entenmarsch eilig zurück auf seinen Platz. Ich starre auf die Sitzlehne vor mir, atme in kurzen Stößen und denke mir, ich darf nie alt werden. Und in seltsamer Einfalt halte ich alt zu werden, für mich, auch für vollkommen ausgeschlossen. Und dann drängt sich mir die Frage auf, ob es das womöglich schon war, ob ich jetzt auf dem Höhepunkt meines Lebens bin und das, was ich gerade lebe, das Höchste der Gefühle ist. Ich kralle meine Hände in meine Oberschenkel und will mir dadurch selbst ausweichen. In dem Moment, in dem mir mit einer Wucht, die alles um mich herum ausblendet, klar wird, dass das durchaus der Fall sein könnte, werde ich in meinen Gedanken je unterbrochen. Eine Stimme, die endlos weit entfernt, körperlos klingt, holt mich zurück. Kann es sein, dass ich sie kenne? Erschrocken und noch benommen, wende ich mich ihr zu. Ich antworte entgegenkommend, Entschuldigung, Was meinten Sie? Aber während ich diese Worte so gelassen ausspreche, dass ich es selbst nicht glauben kann, schreie ich zeitgleich in meinem Kopf, völlig aufgelöst. Ich habe gerade daran gedacht, wie verschissen unfähig ich bin, mir auch nur einen kurzen Augenblick die Illusion von Erfüllung vorzutäuschen, du erbärmliches Stück Scheiße, und dass keine Chance auf Besserung besteht, weil ich auch morgen wieder als das gleiche beschränkte Arschloch aufwachen werde, das ich bin. Also, was ist? Was willst du? Warum störst du mich verdammt noch mal? Und während ich innerlich kurz vor der Raserei stehe, werde ich Zeuge meiner eigenen Schizophrenie, die mich wie selbstverständlich durch den folgenden Wortwechsel lotst. Ich höre mich gleichzeitig zwei verschiedene Dinge sagen, sehe mich zwei verschiedene Dinge tun, in selber Lautstärke und Abfolge, aber für mich klar differenzierbar. Ich zucke hilflos mit den Schultern und mache auf, ganz normaler Mensch. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann mich momentan nicht erinnern, dass wir uns schon mal begegnet wären, sage ich zu meinem Sitznachbarn. So einen einmaligen Misthaufen wie dich würde ich mir doch merken, ich meine, komm schon, bei Kermit, dem Frosch, weiß man doch auch sofort, wie er ist. Nein, ich kenne dich sicher nicht. Und selbst wenn, wen scherz? Jetzt lass mich in Frieden und bitte stirb! Kurz bin ich mir nicht sicher, ob ich den letzten Satz eben vielleicht doch laut gesagt und nicht nur gedacht habe, aber dann orientiere ich mich erneut, bin beruhigt und versuche, das Gespräch langsam verebben zu lassen, indem ich unablässig nicke und meine Lippen dabei zusammenpresse, ein paar Mal meine Stirn runzle und die Augen weit aufmache. Nach einer oberflächlichen Passkontrolle werde ich am Ausgang des Flughafens von einem mit dem Brautleuten befreundeten Paar, das ich noch nie gesehen habe, abgeholt und zum Hotel gefahren. Ich hätte lieber ein Taxi genommen. Jetzt auch noch Konversation betreiben zu müssen, wo ich gerade noch dröhiger bin als sonst, überfordert mich. Ich bin mir selbst peinlich. Nach 45 Minuten kommen wir im Hotel an. Der Himmel zieht sich bedenklich zu und es kühlt massiv ab. Ich gehe sofort auf mein Zimmer, öffne das Fenster, das auf einen Parkplatz zeigt, der von Bäumen gesäumt wird, die Palmen ähneln und vielleicht auch Palmen sind. Langsam schaue ich im Raum umher und frage mich, was ich hier mache. Dann stelle ich fest, dass ich mit hier nicht das Hotel oder die Hochzeit oder Rom, sondern diesen Planeten meine. Bringe es nicht über mich nach einer Antwort zu fahnden, stehe auf, gehe runter in die Hotellobby an das Internet-Terminal, suche mir einen der drei Computer aus, schmeiße einen Euro in den Schlitz des Kästchens am Tischbein, logge mich ein, Passwort, da kommst du nie drauf, 02, und checke meine E-Mails. Ich habe noch eine halbe Stunde, bis ich abgeholt und zu der Kapelle gefahren werde, in der die Trauung stattfinden wird. Das Telefon der Rezeption klingelt zum zwölften Mal. Keiner hebt ab, und irgendwo im Raum geht noch ein Pieper los und wird ignoriert. Von den elf neuen Nachrichten ist eine von einem Frank Frankson, was ein solch lachhaftes Pseudonym ist, dass ich die Mail zuerst für Spam halte. Porno-Darstellername. Dem ist aber nicht so, und widerwillig beginne ich zu lesen. Hi there. Habe schon einiges von dir gehört und bin vorhin auf deine Homepage gestoßen. Ist ja super. Total vielseitig, beeindruckend. Ich habe auch schon ganz viele Songs geschrieben und möchte als Composer durchstarten. Kannst du mir eventuell behilflich sein und Tipps geben? Kennst du jemanden, dem ich was zuschicken könnte? Ein Lied von mir sende ich dir angehängt gleich mit. Hör doch bitte mal rein. Hast du eventuell Lust auf Zusammenarbeit? Hey, würde mich echt freuen, von dir zu hören. All the best, Frank. Ich übergeb mich gleich. All the best, Composer, wow. Was ist das denn, vernaffektierter Idiot? Wie clever gerade, mich zu kontaktieren. Aber Frank the Man hat Glück. Er erwischt mich in der richtigen Laune. Bevor ich auf Antworten drücke, sehe ich verstohlen über meine Schulter, als würde ich etwas Unerlaubtes aushacken. Dann beginne ich fieberhaft flüssig zu tippen. Hallo, Frank. Vielen Dank für deine nette E-Mail. Na, das hört sich doch sehr vielversprechend an. Da ich nur an meinem eigenen Fortkommen interessiert bin, bedauere ich dir wahrscheinlich keine Hilfe sein zu können. Eher würde ich mir einen Arm abschneiden, als einem möglichen Konkurrenten auch nur einen Millimeter zu helfen. Mein Ego ist sogar so groß, dass ich mir dein mitgesandtes Dämon nicht angehört habe und auch nicht werde. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es so grandios nicht sein. Vertrau mir, ich weiß, wovon ich rede. An Co-Writings bin ich ebenfalls nicht interessiert, da ich Musik und Text stets selbst schreibe und einen Teufel tun werde, dir meine Kontakte zur Verfügung zu stellen. In der Hoffnung, dir mit meinen Ausführungen geholfen zu haben, abschließend noch ein herzliches Willkommen im Musikbusiness. Alles beste Grüße und so weiter. Ich lese nicht mal mehr Korrektur, fühle mich beschwingt und sende die E-Mail ab. Dann logge ich mich aus, gehe durch die Drehtür vor das Hotel und sehe auf die Uhr. Als ich Thomas, der in wenigen Augenblicken heiraten wird, begrüße, gebe ich mich angemessen feierlich gestimmt. Wir stehen vor der Kirche, die mitten in einem idyllischen Bergdorf steht. Einem wahren Paradies an Ursprünglichkeit und Tradition, wie ich auf der Fahrt vom Hotel hierherauf feststellen konnte. Ich überlege ernsthaft, sofort aufs Land zu ziehen, da die Impressionen, die ich am Rande der serpentinenhaft gewundenen Landstraße sammeln durfte, so berauschend waren. Runtergewirtschaftete Häuser, abrögelnder Putz, Inzestkinder irgendwo zwischen Mongo und Spongo, zu lebenslänglich verdonnerte apathische Kettenhunde, die schon komplett durchgedreht und so bedauernswert sind, dass ich mich meiner eigenen Existenz schämte und wegsehen musste, zahnlose, alte, senile Stinke am Stock, in halb verfaulten Wolljacken, jugendliche Fascho-Bubbys auf frisierten Mofas und Fotos noch und nächer vom Papst persönlich. Stillgestanden. Die Abenddämmerung setzt schon ein, und es wird zusehends noch kühler. Thomas, der Schlagzeuger ist und den ich erstmals vor acht Jahren während einer Aufnahmesession traf, wirkt ziemlich entspannt. Da er in Rom seine Kindheit verbrachte, lag die Wahl des Ortes für die Hochzeit nahe. Was für ein Glück, dass er nicht in Las Vegas aufwuchs. Zahlreiche seiner Kollegen und Freunde flogen gestern und heute ein, und ich überlege, dass mir keine fünf Personen einfielen, die ich einladen wollte, würde ich eine Feier veranstalten. Und sogar von den wenigen kann ich die meisten eigentlich nicht leiden. Aber was gäbe es auch zu feiern? Die Zeremonie verläuft planmäßig. Ich sitze in der letzten Reihe der Klammenkirche. Mittlerweile habe ich sicherlich über dreißig Menschen die Hand zur Begrüßung gegeben. Wenn das hier vorbei ist, muss ich mir unbedingt sofort meine Finger waschen. Die Mikroorganismen beginnen bestimmt schon ihr teuflisches Werk, und wenn ich mir mal unaufmerksam mit der rechten Hand über den Mund fahre, gelangen die ganzen Handschüttelbazillen hinein. Iklavt. Ich schaue mir die Frauen in der Kirche an. Alle haben so ein seliges Dauergrinsen im Gesicht. Zwei von ihnen würde ich dennoch ohne weiteres sofort vögeln. Vielleicht nicht unbedingt hier. Und nicht unbedingt jetzt. Drei Rotzlöffel plärren die ganze Zeit und laufen in der Kirche herum. Von den Worten des Pfarrers versteht keiner ein Wort. Und das nicht nur, weil er Italienisch spricht. Die Eltern der kleinen Biester unternehmen nichts. Zuerst stelle ich mir vor, welche Katastrophe es ist, wenn man ein Kind bekommt, das einem unsympathisch ist, vom ersten Augenblick an, und dann konzentriere ich mich wieder darauf, nicht umzukippen. Nach der Trauung stellen sich alle an, um dem glücklichen Brautpaar zu gratulieren. Überall Blüten, am Boden, in der Luft, rosa, gelb, rot, weiß, violett. Ich entscheide mich, aus dem Staub zu machen und in das angrenzende Restaurant zu schleichen, in dem die Feier stattfinden wird. Dort lasse ich mich auf den mir per Tischkärtchen zugedachten Platz fallen. Dass ich diesen Platz unter Hunderten auf Anhieb finde, verwundert mich nur so lange, bis ein Kellner vorbeieilt, bei dem ich zwei doppelte Espresso-Espressi bestelle und der überhaupt keine Lust auf meine Bestellung hat. Langsam trudelt die Hochzeitsgesellschaft ein. Ich rühre mich nicht, versuche aber so zu schauen, als gäbe es einen triftigen Grund dafür, dass ich hier schon alleine herumsitze. Viele mit Thomas befreundete Musiker sind anwesend. Einige davon kenne ich, aber eher flüchtig. Ich halte zu den meisten Musikern grundsätzlich Distanz, da ich sie für ranzige Pilze halte. Rhythmus auf der Tischkante mit Klopfer. Für mich haben sie etwas von Palästinenser-Tuchträgern, die nur Musik hören, die für Musiker gemacht ist. Eierlose Frickler wie Toto, Dream Theater, Joe Satriani, Marcus Miller, Vinnie Colaiuta etc. schon die Namen. Daher erreichen sie im Leben auch zumeist nicht mehr, als eine annehmbare Spieltechnik um der Spieltechnik willen, gepaart mit schlechtem Geschmack und Übungsraum-Mief. Die meisten Musiker können Musik eigentlich gar nicht leiden. Sie bleiben Landkneipen-Abklapperer und Nightclub-Doodler, die immer noch das Wort Funky verwenden. Wenn ein Mucker dann ausnahmsweise mal einen kommerziellen Welthit gut findet, sagt er gleich so selbstrechtfertigende Sachen wie – also der Song ist ganz okay, obwohl er nur drei Akkorde hat. Hä? Diese Nullen begreifen nicht, dass Akkordanzahl, Tempi-Wechsel und clever gesetzter Kontrapunkt nichts zur Sache tun, absolut nichts mit der Essenz einer Nummer zu tun haben. Wenn man Glück hat, sparen sich diese Nieten im Anschluss noch ihr Referat über Major-Sieben-Akkorde, sind kopiertes Gesechzehntel und mixolydische Tonarten. Musiker, aus denen wirklich etwas wird, sind Menschen mit Visionen und einer geschmacklichen Meinung, die ihr Instrument vornehmlich dazu benutzen, ihre Vorstellungen umzusetzen. Niemals andersrum. Ein Komponist wie ich sieht sich nicht als Musiker, sondern als Komponist. Und Musiker sind für ihn nur Erfüllungsgehilfen zur Realisierung seiner Ideen. Ein Songschreiber meines Formates und meiner überbordenden Genialität glaubt daher felsenfest und völlig zu Recht, viel großartiger und geiler und überhaupt zu sein. Der König der Welt, mindestens. Und da meine bodenlose Arroganz das Einzige ist, was mich noch über Wasser hält, bleibt's auch erst mal dabei. Ich schwitze und fröstle zugleich. Vielleicht könnte mir die Band ja ein Lied spielen, Time to Say Goodbye oder was ähnlich ergreifendes. Ich kippe mir jetzt meinen zweiten Espresso innerhalb von 40 Sekunden rein, sonst schlafe ich auf der Stelle ein. Die Tasse des ersten habe ich mit dem Löffel sogar noch ausgekratzt. Nach ein paar Reden von Eltern, besten Freunden bzw. Ex-Lovan des Brautpaars, haha, ist es endlich soweit. Das Buffet ist eröffnet. Ich gehe insgesamt achtmal und mache mir den Teller jedes Mal Wolkenkratzer hoch voll, als hätte ich Bulimie und ginge im Anschluss an jeden Gang aufs Klo kotzen. Hunger habe ich wenigstens. Vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen. Andererseits, es ist doch keine große Überraschung, verursachen Buffets bei mir doch grundsätzlich eine gewisse Maßlosigkeit. Bei jedem der acht Gänge werfe ich einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist. Zwischen Socken und Schaftkante. Das sieht unmöglich aus. Aber alles gut, sie hängt drüber. Dann selbe Prozedur mit dem rechten Fuß. Auch okay. Jedes einzelne Mal. An meinem Tisch sitzt eine Esotante, vielleicht Ende dreißig, mit prätentiös klingendem persischen Namen und erzählt mir was von Astrologie und der Wirkung der Steine. Eigentlich ist es nicht ihr Name, der prätentiös wirkt, sondern sie. Ich wünschte, sie würde aufhören, mich so belehrend zuzulabern. Ich gebe ihr in allen Punkten uneingeschränkt recht. Sie ist mir zu gleichgültig, um mit ihr zu diskutieren. Steine, Farben, Sterne, Indien, Karma, Wiedergeburt. Immer wieder muss ich meinen Blick von ihr abwenden, da ich fürchte, sie könnte sonst meine Abscheu erkennen. Sie hält es wahrscheinlich für Unsicherheit. Die Feier ist perfekt organisiert. Die Stimmung erreicht ihren Höhepunkt. Die meisten tanzen zur Live-Band, die jetzt erprobte Klassiker der 60er und 70er spielt. Bei jedem neu intonierten Song schüttle ich unglaublich den Kopf und frage mich, ob es denn immer dieselben Eulen-Kamellen sein müssen. Sex Machine und I Will Survive. Jede Kapelle spielt den gleichen Ain't No Body Brei. Und die Musiker schauen dabei richtig konzentriert, aber gleichzeitig bemühtlässig, wippen mit dem Kopf im Takt, setzen ihre leidenschaftlichste Leidensmine auf und grooven volle Kanne. Grooven! So gut das eben geht, wenn man nicht talentiert genug ist, um es zum Studiomusiker zu schaffen. Da ich nichts Besseres zu tun habe, lausche ich den Hampelmännern auf der Bühne und wünsche mir wenigstens etwas aus den Neunzigern, wenn sie schon nichts Aktuelles auf die Reihe kriegen. Aber natürlich kommt jetzt Good Times. Das ist super! Bemüht, nicht zu befremdet drein zu blicken, verordne ich mir ein Grinsen und betrachte aufmerksam die Tanzfläche, sehe die lachenden und ausgelassenen Menschen. Die nächsten Minuten werde ich es fast bis zur Selbstaufgabe bedauern, nicht so zu sein wie sie, so stark ist ihre Übermacht. Zu massiv befinden sie sich in der Überzahl. Wenn ich sehe, wie sie alle Spaß haben und sich freuen, verstehe ich die Welt mal wieder nicht und frage mich, wie das sein kann. Und je besser sie draufkommen, desto einsamer fühle ich mich. Ich versuche allen, aus dem Weg zu gehen. Ich hoffe, keinem aufzufallen, wenn ich mich so verhalte, als wäre ich gar nicht da. Und wenn mich jemand mal doch länger ansieht, tue ich so, als wäre ich echt gut drauf. Zur Ablenkung sage ich mir die deutschen Bundeskanzler seit Ende des Zweiten Weltkriegs auf, chronologisch geordnet und mit den Jahreszahlen für Beginn und Ende ihrer Amtszeit. Karl, irgendein Karl vom Nebentisch, extrem tiefliegende Augen, wie ein Murmeltier, der mich aus unerfindlichen Gründen anspricht, zeigt mir stolz das Foto seines vier Wochen alten Sohnes in der Brieftasche. Ein Säugling mit debilem Gesichtsausdruck und abstehenden Uhren wie jeder andere auch. Was soll denn das? Glaubt ihr ernsthaft, dass mich das interessiert? Hat er nicht genügend, Hirn zu abstrahieren, dass auch ihn Fotos anderer Kinder nicht interessieren würden, schon gar nicht, bevor er Vater wurde? Schau, hier hält er sein Lieblingsbärchen im Arm. Süß, oder? sabbert er, benommen vor Glück. Absolut. Absolut ist das neue Jahr. Sehr, sehr süß. Ganz der Paar. Na ja, bist du sicher, dass du der Vater bist? Murmelig trocken setze an, mich wieder an meinen Tisch zu drehen und hoffe, unsere Begegnung damit zu beenden. Karl schaut mich kurz verdutzt an. Dann lacht er. Und ich lache nicht mit. Aber schau mal, das Grübchen hier und die Augen. Mir doch wie aus dem Gesicht geschnitten, oder? Ach, wirklich, höre ich mich völlig gelangweilt laut sagen. Und die nächste Viertelstunde werde ich diese Oberflasche einfach nicht mehr los. Als mir ein einziges Mal fast der Kragen platzt und ich ihm etwas entgegnen möchte, spieße ich, anstatt etwas zu sagen, eine inzwischen kalte Kartoffel auf meine Gabel und stopfe mir damit selbst den Mund. Und aus irgendeinem Grund stellt mich seine unaufgeforderte Belästigung meiner Person längst vor kein Rätsel mehr. Verdattert und erschöpft höre ich ihm sogar noch zu, als er mir von einer Eisdiele mit »Dem besten Eis der Stadt« erzählt. Mein Ohr ist von seinen Spuckeflocken schon ganz zugekleistert. »Karl, hast du denn alle anderen Eisdielen in der Stadt getestet?« frage ich zunächst nur müde provokativ und klinke mich damit nach Ewigkeiten wieder mit einem Beitrag ein. »Wie meinst du das denn?« Er schaut mich an und lächelt einfältig, als er meinen Missmut bemerkt. »Nun, der beste Griecher der Stadt, die beste Pizza der Stadt. Was soll denn der Blödsinn? Ich glaube, du beherrschst die hohe Kunst des sich so einen Mist Selbstglaubens einfach perfekt.« »Karl«, ich dehne seinen Namen unausstehlich, klinge zusehends schärfe und fahre jetzt unverhohlen aggressiv fort. Das ist genauso bescheuert wie dieses Schwärmen von absoluten Geheimadressen in fernen Weltmetropolen. Ich verstelle meine Stimme und effe irgendjemanden einen Eunuchen nach, während ich Karl ansehe. »Da, Luigi, da biegst du auf der Rue de Rosette. Du warst schon links von Montmartre, wenn du von Saint-Germain kommst. Gleich links ab, hinter dem Monument Danal-Penetration. Da musst du unbedingt hin, unbedingt. Göttlich, die Lasagne. Hach, ein Traum! Und sag, Luigi, bitte einen ganz lieben Gruß von mir.« Langsam komme ich in Fahrt. Karl versucht, seine tiefe Verwirrung über meinen veränderten Tonfall hinter einem amüsierten Blick zu verbergen, aber ich glaube, ich habe es geschafft, ihn loszuwerden. Er beißt in eine dünne Brotstange. Winzige Stückchen bröseln auf sein Hemd. Ihm fällt nichts mehr ein. Die Band spielt jetzt Hotel California. Hotel fucking California! Ach, ein Genuss! Habe ich ja noch nie gehört. Der Abend neigt sich jetzt tatsächlich dem Ende zu. Bald habe ich's geschafft. Es ist halb drei. Ich lenke mich erneut ab. Weltmeere entgegen dem Uhrzeigersinn kommen nur auf sechs. Verdammt! Was ist denn heute los? Kurzes Intermezzo in Form eines zwanzigsekündigen Schluckaufs, da ich auf etwas tierisch Scharfes gebissen habe. Die Sonne steht hoch am Himmel. Das Fenster ist sperrangelweit aufgerissen, als ich aufwache, ist es früher Nachmittag. An den Rückflug heute Morgen kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Ich fühle mich hundeelend. Ich sammle mich, quäle mich aus dem Bett und komme auf die vollkommen bescheuerte Idee, ein paar CDs neu zu sortieren. Dabei schmeiße ich mindestens zwanzig einfach weg, misstraue dabei meiner eigenen Beteuerung, sie nie mehr zu brauchen und entschließe mich, irgendwas zu unternehmen, um mich wiederherzustellen, da ich sonst mein Date mit Astrid in knapp dreieinhalb Stunden nicht überstehe. Absagen kommt nicht in Frage. Herr Kiebe hat tatsächlich Zeit, wie ich erfahre, als ich ihn anrufe und einen Termin für gleich 17.15 Uhr vereinbare. Es ist nicht leicht, einen guten Masseur zu finden, und er ist eine Spitzenkraft, die ich mindestens einmal die Woche konsultiere. Vielleicht schafft er es ja, mich aufzubauen. Ob ich den Abend trotzdem geregelt kriege, bezweifle ich dennoch ernsthaft. Mein Kreislauf rotiert gegen Null, als Astrid's Monolog im Restaurant mühelos Mariannengrabenniveau erreicht. 11.034 Meter unter der Erde. Ganz schön düster. Astrid Seibert, 34 Jahre alt, Akten Nummer 43, 1,70 Meter, braune, kurze Haare, grüne Augen, hübscher Hintern, Chefsekretärin drittes Date, bereits eingetütet. Ihre Anzeige enthielt den unsäglichen Satz »Suche ich auf diesem Wege«. Punktgenau geschlussfolgert ihre Lieblingssängerin, Anastasia, ihr Lieblingsfilm, wieder mal »Pretty Woman«, sowie alles mit Hugh Grant und ihr Lieblingsbuch »Etwas mit Bildern«. Genau richtig, sie liest nicht so gern Bücher, hauptsächlich Glamour und so. Das fasst Astrid perfekt zusammen. Mehr ist zu ihr nicht zu vermelden. Außer vielleicht, sie hört sich selbst gern reden, hat aber nichts zu sagen. Aber das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Astrid's Gesicht ist von der Art, dessen Frontalansicht nicht ganz hält, was das Profil verspricht. Aber sie ist hübsch. Ihr Äußeres lässt zumindest nicht darauf schließen, dass sie ein Narkotikum ist. Und ein Idiotikum. Lässt sich ungefähr ableiten, was ich gegenwärtig durchmache, wenn ich erwähne, was ich gerade antworte, nämlich »Nein, ich kann vor zwei Uhr sowieso nicht schlafen, da muss ich gar nicht erst ins Bett gehen, aber echt cool, dass du jederzeit anerkennendes Verziehen meines Mundes jederzeit und überall schlafen kannst. Wirklich sehr gut. Und so praktisch. Von den nächsten Informationen höre ich eigentlich wenig, einschließlich meiner eigenen Beiträge und die Unterhaltung bewegt sich auf gleichbleibendem Level. Dem Level eines mehrstündigen Films über ein Stück Butter, das in der Sonne schmilzt. Ich sinniere darüber, dass zum Stammvokabular von Menschen wie Astrid wohl Worte wie »Mahlzeit« und »Schönes Wochenende« gehören. »Und ihr indirekter Hinweis darauf, was für eine gute Seele doch in ihr steckt, als sie gerade jemandem etwas aufrichtig gönnt, ich freue mich so sehr für Sophie Ehrlich. Lässt mich vermuten, ich befinde mich gerade in Stadium Nummer 5. Stadien eines Dates. Erstens, Begrüßung, Einleitung, Basisprogramm. Hello. Zweitens, nicht wahrhaben wollen, was vor sich geht. State of shock. Drittens, Zorn, dieses »Was mach ich hier« Gefühl. Beame me up, Scotty. Viertens, verhandeln mit sich selbst. Bleib' ich oder geh' ich? Should I stay or should I go now? Fünftens, Depression, alles egal. Vorsicht, nicht unter den Tisch rutschen, I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Sechstens, Zustimmung bedingungslos, Aussicht auf Erlösung. Whatever will be, will be. Gibt es das? Gleichzeitiges Einschlafen aller vier Gliedmaßen und sämtlicher innerer Organe? Möglicherweise Einbildung, möglicherweise eine allergische Abwehrreaktion meines Körpers. Ein Gast hat einen Hustenanfall. Ich seh' nicht hin. Astrid schon. Und als sich unsere Blicke wieder treffen, fragt sie mich, träumerisch, mit ihrem Kopf auf die Hand gestützt, »Wie stehst du denn zu einer Beziehung? Wie lief denn das bisher so bei dir? Du hast mir noch so wenig von dir erzählt. Was ist dir wichtig? Wo willst du hin? Was suchst du wirklich?« Anstatt beim Ober einen Schuss in meine Schläfe zu bestellen, lehne ich mich zurück und sage, wobei ich die Gabel millimeterweise hin- und herschiebe und dabei abwechselnd auf die Tischdecke und dann zu ihr schaue, »Weißt du, ich will dieses ganze oberflächliche Getue nicht mehr. Das hatte ich schon alles. Und das hat mich nicht glücklich gemacht. Noch nie, nicht ein einziges Mal. Ich suche etwas, das Tief hat, Substanz, etwas, mir ist es wichtig, etwas für jemanden zu fühlen, was sich, ja, einfach echt anfühlt, was für mich wirklich Bedeutung hat. Grundgütiger, mir kommt der Dünnschiss ja förmlich zu den Ohren raus. Sie schaut ganz berührt. Mhm, mhm, macht sie, während ich das sage. Und auch jetzt noch, wo ich betreten wieder auf die Tischdecke starre, als wäre ich irgendwie ergriffen von der Erhabenheit des Augenblicks. Es entsteht eine Pause. Eine längere Pause, die etwas Erhabenes ausstrahlt und die sie schließlich beendet, indem sie noch mal mhm, mhm, sagt und mich versonnen anlächelt. Ich glaube, ich bin schon total verreckt. Völlig drüber. Doch ihrem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, den ich jetzt hastig analysiere, wirke ich wie ein vernünftiger Mensch. Ich muss mich zurückhalten, mein Gesicht nicht in meinen Händen zu vergraben, während ich zusehends in mir selbst versinke. Sind die alle blöd? Immer dieselbe Schiene. Ich weiß nicht, ob ich von mir selbst verzweifelt gelangweilt bin oder ob ich an der ewigen Gleichförmigkeit dieser Trullas zugrunde gehe. Ich warte nackt auf dem Bett liegend, dass Astrid endlich aus dem Bad kommt. Ich habe mich und meinen Körper bestmöglich drapiert. Versuche locker, wie zufällig dahingegossen rüberzukommen. Sehr anstrengend. Für mich wird's höchste Zeit. Ich schlafe gleich ein. Eigentlich hätte ich heimfahren sollen. Ihr Radiowecker zeigt ein Uhr siebenunddreißig an. Ich hoffe, sie merkt nicht, dass ich vor Fieber fast verglühe. Trotzdem fühle ich mich seltsam klar, denke den Text für eine neue Melodie durch, die ich auf dem Weg hierher schrieb, und mache mir gedanklich Notizen. Mit Astrid's Wasserbett, ich glaube, Wasserbettbesitzer halten sich für ausgesprochene Individualisten, komme ich nicht zurecht. Und meine Erektion ist eher so, wie ich meinen Cappuccino und mein Steak bestelle, nämlich Medium. Es hinterlässt sicherlich noch einen weiteren bleibenden Eindruck, als ich wenig später auf ihr liegend ohnmachtsartig wegsacke. Das kommt gut. So fangen lebenslange Romanzen an. Auf diese Weise wird Astrid die erste Frau, bei der ich über Nacht bleibe und mich nicht aus dem Staub mache. Wenn auch ungewollt und medizinisch betrachtet, bewusstlos. Ohne ihr Wissen findet an diesem Abend außerdem eine Weltpremiere statt, die für mich von nahezu revolutionärem Ausmaß ist. Ich schlafe ein, ohne mir die Zähne geputzt zu haben. Auf dem Zettel, der neben dem Bett liegt, in dem ich am nächsten Morgen um zehn Uhr völlig verknittert aufwache, steht in verschnörkelter Schrift »Bin schon weg. Du arbeitest zu viel. Lass uns telefonieren. Küsschen Astrid.« Küsschen. Mir geht's nicht gut. Fühle mich wie eine atmende Leiche. Ich sinne noch einen Moment darüber nach, an was vom gestrigen Abend ich mich erinnern kann. Nicht viel. Das muss reichen. Kapitel 6 Surprise, Surprise. Auf der letzten der siebzehn Stufen des Treppenhauses komme ich völlig erledigt an. Ich muss anhalten und tief durchatmen, bevor ich die Praxis betrete. Immer noch etwas außer Puste und mit flirrendem Blick reiche ich der Sprechstundenhilfe meine versicherten Karte. Etwas zu lange greift sie nicht danach und ich bemerke, wie stark meine ausgestreckte Hand vor Anstrengung zittert. Gerade habe ich Ja gesagt, gleich werde ich äh, privat antworten müssen, schätze ich. Keines Blickes würdigt mich die pampige Mitvierzigerin. Wulstige Lippen, Leberflecke geht oft miteinander einher, während sie mit mir redet. Ihrer Körpersprache nach handelt es sich aber um keine Abneigung gegen mich persönlich, was mich beruhigt. Vielmehr macht sie den Eindruck, als verschwende jeder Patient ihre Zeit, der nicht mindestens aus allen Körperöffnungen blutet. Sie dürfen im Wartezimmer Platz nehmen, bekomme ich säuerlich mitgeteilt und meine Chipkart knallt auf die Marmorplatte. Oh, ich darf, das ist sehr nett. Die Karte noch beiläufig auf Bruchstellen untersuchend, öffne ich die angelehnte Glastür mit der Fußspitze und setze mich auf einen orangefarbenen Plastikstuhl ohne Armlehne gegenüber der Kinderspielecke und neben der staubigen Kunstpalme. Gelangweilt gehe ich in mich und spüre, wie unglaublich elend ich mich fühle. Auf eine Art, über die ich mir nicht ganz klar bin. In einem Ausmaß, dass ich mich fast schon nicht mehr daran erinnern kann, wie es ist, sich nicht krank zu fühlen. Ich betrachte eine Luftaufnahme von Frankfurt an der Wand. Frankfurt. Junge, Junge. Allermal besser, als ein Roy-Lichtenstein-Poster trug, aber trotzdem. Was habe ich wohl gerade gemacht, als dieses Foto geschossen wurde? Herr Weidner, Sie dürfen jetzt zu Herrn Doktor, ruft Schwester Karin, wie ich ihrem Namensschild entnehme. Ich lasse sie siebzehn sein und ein Neutrum. Schon wieder darf ich etwas. Danke, du darfst mich auch was. Im Behandlungszimmer blicke ich starr aus dem Fenster, bis Dr. Wagenhorst hereinkommt. Mit seinem Sanguiniker-Gesicht, der fliehenden Stirn und der Adlernase ist er nicht unbedingt ein zwingender Anwärter auf den Titel Sympath des Monats. Guten Tag, Wagenhorst, sagt er und lächelt dabei scheißfreundlich. Guten Tag, Weidner, sage ich und lächelt dabei scheißfreundlich. Wir verzichten in stiller Übereinkunft auf ein Händeschütteln. Dass ich auf einmal glaube, weder Fieber noch geschwollene Innereien noch Golfball-große Lymphknoten zu haben und meine Schlafheit wie weggeblasen ist, spricht für seine medizinischen Fähigkeit Ich schildere meine Symptome trotzdem, zügig und in umgekehrter Reihenfolge. Dabei bin ich bemüht, mich nicht zu gleichgültig anzuhören, was nicht leicht ist, weil ich merke, dass ich mit aufgesetzter Beiläufigkeit unbewusst sicherzustellen versuche, bloß nicht weinerlich zu klingen. Ah, gut, machen Sie sich bitte mal oben frei und legen sich auf die Liege da, sagt er mit aufflackerndem Interesse, setzt sich auf einen kleinen gepolsterten Sessel und rollt ein bisschen herum. Ich habe den Eindruck, dass er schon weiß, was mir fehlt. Lautlos und mit spitzen Lippen nickt er nachdenklich vor sich hin, während er meinen Bauch abtastet. Zehn Sekunden, zack, schon vorbei. Er rückt das Ultraschallgerät zurecht, während Karin ein Thermometer in meinen Mund schiebt. Jo, flottes, tiefes Einatmen innehalten, dann etwa auf halber Strecke seines lauten Ausatmers. Ihre Leber ist um circa zwei, Ihre Milz sogar um acht Zentimeter im Durchmesser angeschwollen. Das ist sehr viel. Setzen Sie sich bitte auf, dann taste ich noch Ihren Hals ab. Er spricht an mir vorbei und ich spüre einen stechenden Schmerz, als er mit seinen Fingern an meinem Kinn entlang gleitet und dabei mit seinen Augen einen Punkt an der Westwand hinter mir fokussiert. Und seit einer Woche haben Sie das? Ja, ungefähr. Nicht ganz. Entgegne ich etwas skeptisch, so als spiele es keine Rolle mehr, was ich sage. Und er, ja, kurz. Dann schließlich, da müssen wir jetzt sofort eine Blutuntersuchung machen lassen, ganz schnell. Das sieht mir verdächtig nach Leukämie aus. Er schaut auf, unbeeindruckt, eher entspannt. Und ich bin zunächst hauptsächlich damit beschäftigt, die Diskrepanz zwischen seiner Mimik und seiner Lapidar hingerotzten, aber tonnenschweren Aussage auf die Reihe zu kriegen. Als ich konsterniert aufgebe, hallt der Hammer Leukämie im Raum nicht mal mehr leise nach. Auch weil Krankenschwester Karin das Zimmer verlässt und Dr. Wagenhorst das Ultraschallgerät seelenruhig in die Ecke schiebt und ihr kräftig nachruft, Karin, können Sie bitte mal bei Hostner und Weiland anrufen, ob die für uns heute noch einen Blutscheck durchführen könnten? Zu mir gerichtet, sagt er erklärend, cool as fuck. Dann kriegen wir das noch vor dem Wochenende auf den Weg und haben schon Montag die Ergebnisse. Machen Sie sich keine Sorgen, die sind in Gärmering. Kennen Sie sich ein bisschen aus, das schaffen Sie, oder? Okay, na, das finde ich schon in Gärmering. Wiedersehen. Ich wundere mich selbst, warum ich nicht noch mal nachfrage und vor allem, warum er nicht zumindest kurz zum Beispiel Leukämie erirrt hat. Stattdessen drängle ich ein wenig, ahnend, dass er mir nichts mehr zu sagen hat, was mich fast schon wieder lähmt und um die relativ weite Fahrstrecke wissend. Ja, Wiedersehen, Herr Weidner, wir sehen uns dann am Montag. Machen Sie vor noch einen Termin? Sagt er schon um die Ecke. Ja, Wiedersehen, flüstere ich, als ich mein Hemd wieder anziehe und langsam zuknöpfe. Hier stimmt doch was nicht. Leukämie, das ist doch nicht mehr als eine Vermutung, ein Verdacht, eine Ahnung. Das kann er doch nicht einfach so. Ich werd nicht schlau daraus. Es muss doch für Ärzte etwas geben wie ein Reglement, eine Norm, wie sagt man, einen Leitfaden zur Mitteilung solch schwerwiegender Befunde. Während ich an der Rezeption stehe und warte, weil Karin mir was weiß ich was für zwei Zettel ausfüllt, schaue ich in den länglich geschnittenen Spiegel neben der Eingangstür. Ich erblicke einen Typen, der mir nicht unähnlich sieht und er sieht mich an, als sei ich komplett irre. Karin gibt mir Adresskärtchen der onkologischen Praxis, die zwei Zettel, einer gelb, einer rötlich und lächelt aufmunternd. Das war's. Das war's? Ach übrigens, sie haben Blutkrebs. Tschüss. Ohne, dass ich früher darüber nachgedacht hätte, bin ich auf einmal felsenfest davon überzeugt, eine ähnliche Nachricht erwartet zu haben. Vielleicht muss ich mein Leben einfach professioneller sehen, denke ich mir aufgelöst. Ich krame in meinem Kopf und habe keine Idee, auf was ich hinaus will. Die Unschlüssigkeit, ob ich mich über Dr. Wagenhorsts Ignoranz aufregen soll, wird von der kläglichen Frage abgelöst, ob es sich dabei überhaupt um Ignoranz handelt. Ich räuspere mich, werfe einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist. Aber ich vergesse auf halbem Weg, was ich wollte. Dann wende ich mich zum Gehen. Das Ergebnis der locker abgegebenen Vordiagnose schwebt latent durch meine Gedanken und ich laufe wie ferngesteuert zum Auto. Und als ich einsteige und meine Sinne ordne, merke ich, dass ich schon die ganze Zeit über vor mich hinlöchle. und ich Untertitelung des ZDF, 2020 Kapitel 7 Pathetik Okay, was haben wir denn da? Kleine Bestandsaufnahme. Ich bin eigentlich ziemlich gefasst. Dennoch unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Aber nicht konfus. Und ich fahre deutlich zu schnell, über 160 statt 80, linke Spur von dreien. Seit gut einer halben Stunde sieht es so aus, als sei ich todkrank. Und ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Schön. Die vielleicht zehnminütige Untersuchung mit der schluderig vorgesetzten Diagnose vor allem Letzteres, ist mich ratlos zurück. Andererseits ist es nicht besonders. Nun, es ist höchst unwahrscheinlich, von einem Arzt ein so gewichtiges Krankheitsbild derart lapidar aufgetischt zu bekommen, wenn auch nur der geringste Zweifel daran bestünde. Und demnach muss es sich bei Dr. Wagenhorsts fast plakativer Beiläufigkeit um einen, wenn auch ziemlich amateurhaften Versuch handeln, mir diese Nachricht möglichst schonend beizubringen. Was wiederum ein beunruhigender Beleg für die Richtigkeit seiner Diagnose ist. Scheiße. Oder? Oder nicht? Ich bremse ziemlich stark ab. Die Warnblinkanlage des dunkelgrünen VW Passat vor mir verkündet einen Stau. Gut, dass er sie angemacht hat. So unaufmerksam, wie ich gerade bin, wäre ich sonst noch voll in ihn reingeknallt. Ich komme zum Stehen. Die ganze Autobahn ist dicht. Ich mache meine Warnblinkanlage ebenfalls kurz an, bis ich im Rückspiegel erkenne, dass mein Hintermann auch bremst. Zehn nach vier, das dürfte knapp werden. Um fünf macht der Laden zu. Dann wird's heute nichts mehr mit der Blutabnahme. Als ich ein kurzes Stück weiter rolle, missmutig zur Kenntnis nehme, dass die Wagen der rechten beiden Spuren zügiger vorankommen, habe ich ein Bild vor Augen, dessen Signifikanz mir Unbehagen bereitet. Ich mit neun, auf dem Schulweg, auf einer vom herbstlichen Morgentau noch feuchten Straße. Mir gegenüber taucht ein riesiger Rottweiler auf, der mich bedrohlich anknurrt. Kompakt, bullig und muskulös. Furchteinflößend. Nur er und ich, sonst weit und breit niemand. Er bedrängt mich. Er beginnt, mich einzukreisen. Ich stehe starr da, bin mir meines Problems bewusst. Aber ich habe keine richtige Angst, weiß nur, ich sollte Angst haben. Und anstatt mich auf die gegenwärtige Situation zu konzentrieren, überlege ich, warum mir meine missliche Lage nur so seltsam egal ist. Und in diesem Augenblick fällt mir zum ersten Mal in meinem Leben auf, dass ich mich die ganze Zeit schon aus einer übergeordneten Perspektive beobachte. Mich und den Köter. Ich sehe dem Treiben von oben zu. Als würde ich auf einem Baum sitzen. Ich, der Bedrohte, stehe mit dem Rücken zu mir, dem Beobachter. Und ich fühle mich, als gäbe es mich als mich gar nicht. Nur als Rolle. Die Körpersprache des Rottweilers ist eindeutig. Obwohl ich mir ausmalen kann, dass Erde jetzt immer grimmiger knurrt und näher kommt, mich zwischen seinen mächtigen Kiefern zerfleischen wird, bin ich darauf bedacht, nicht um Hilfe zu schreien. Ich hielte jede auch noch so kleine Welle des Aufruhrs für der Situation nicht angemessen. Und auf keinen Fall möchte ich irgendjemandem meine Misere offenbaren. Lieber von dem Hund in Stücke gerissen werden. Schließlich möchte ich meine Würde nicht verlieren. Die immens große Würde eines Drittklässlers. Friss mich, Hund. Ich halte still. Kein Wort. Kein Mucks von mir. Und dann, plötzlich, zieht der Hund ab. Wohl irritiert von meiner gespenstischen Ruhe. Und alles ist vorbei. Erledigt. Und nichts bleibt. Keine Erleichterung. Kein rückbesinnendes Schaudern. Kein »Was hätte passieren können« gruseln. Nichts. Ich sehe mir die beiden Zettel an, die mir Schwester Karin mitgegeben hat. Dabei brüte ich weiter darüber nach, was eigentlich los ist, und bemerke, dass ich mich fast beschwingt fühle. Aufkeimende Panik, die schon im Ansatz bemüht bedeutungsschwanger wirkt, weicht ungerichteter Neugier. Erleichtert, dass sich endlich mal was rührt, das nicht immer aufs Gleiche hinausläuft. Eine Abwechslung. Etwas, dem mein Überdruss nichts entgegenzusetzen vermag, weil es zu überwältigend ist. Ich bin ganz still. Das wird wirklich knapp. Die Kolonne schiebt sich im Schneckentempo voran. Das schaffe ich nie rechtzeitig. Ich muss überlegen. Ich werde meine Wohnung verkaufen. Das Auto. Das Geld von meinen beiden Konten abheben. Das muss ich sofort am Montag regeln. Das gebe ich alles meiner Mutter in bar, damit keine Erbschaftssteuer anfällt. Und kurz überlege ich, und habe keine Idee warum, dass meine Mutter eigentlich gar nicht weiß, wer ich bin. Für drei, viertausend Euro müsste ich mir am Schwarzmarkt eine Pistole besorgen können, um mich zu erschießen, wenn die richtigen Schmerzen losgehen. Ich weiß schon, an wen ich mich wende. Eine Behandlung kommt nicht in Frage. Womöglich Chemo. Gift von außen gegen Gift von innen ist für'n Arsch. Möchte nicht in Windeln im Hospiz sterben, so wie mein Vater vor drei Jahren. Er hat bis zum Schluss sein Gesicht bewahrt. Das sähe bei mir anders aus. Meine Maske würde abbröckeln, ohne dass ich etwas dagegen tun könnte. Und das darf nicht passieren. Auf gar keinen Fall. Niemand kennt mein wahres Gesicht. Und niemand wird es jemals kennenlernen. Jetzt nicht pathetisch werden. Es gibt Menschen, die bringen sich um aus Angst vor dem Tod. Paradox. Aber ich kann es verstehen. Jetzt nicht pathetisch werden. Zehn nach fünf. Zu spät. Praxis, Hostner und Weiland. Schon abgesperrt. Ich mache mich der Frau, die ich durch die Drahtglastüre sehe, durch Klopfen bemerkbar. Auf das Klingeln, das ich sogar hier draußen hören konnte, hat sie nicht reagiert. Gerade habe ich mich umgedreht, wische mit der Hand über die Schultern, auf Verdacht etwaige Fusselhaare Schuppen beseitigen. Ich höre, wie die Tür entriegelt wird. Dann schwingt sie auf. Um was geht's denn genau? Ich sehe sie an, kurzzeitig irritiert. Dann stammle ich Blutabnahme. Es geht um, ich bräuchte Blut abgenommen bekommen. Ich bräuchte Blut abgenommen bekommen? Was ist das denn? Und damit ich nicht nochmal diesen beschissenen Weg auf mich nehmen muss, füge ich hinzu, ähm, Verdacht auf Leukämie. Dabei schaue ich, als würde ich verfolgt. Dann atme ich heftig aus. Ich bemerke, wie sie zusammenzuckt. Sie sieht sofort weg, als sich unsere Blicke treffen und wird aktionistisch. Kommen Sie rein, dann machen wir das ausnahmsweise noch schnell. Ich muss mich richtig anstrengen, um mit ihr Schritt zu halten. Ich antworte, das ist wirklich sehr, sehr nett. Danke. Als sie mit der Schlaufe zum Abbinden erst auf den einen, dann auf den anderen Arm zeigt, halte ich ihr meinen Rechten hin. Dann kann ich wenigstens noch schreiben, wenn sie mir meine Vene ruiniert. Meine Adern treten schnell sehr deutlich hervor. Ich lehne mich zurück. Versuche, mich zu entspannen. »Pix«, fasziniert sehe ich zu, wie mein dunkles, fast schwarzes Blut in die drei großen Plastikröhrchen fließt. Wie war das? Sauerstoffreiches Blut ist hell, sauerstoffarmes Dunkel? Oder andersrum? Wir können einander nicht leiden. Ich bemerke, dass sie mich unsympathisch findet. Somit kann ich ihr zumindest schon mal intakte Menschenkenntnis und gesunde Intuition bescheinigen. Ich erkenne dennoch ein schwaches Fünkchen Bemühen um Anteilnahme für mich, den potenziellen Todeskandidaten. Sie ist fertig, zieht die Nadel raus, presst ein kleines Pflaster auf die Wunde und gibt mir zu verstehen, mit meinem Finger zu übernehmen. Am Montag liegt das Ergebnis vor, Herr, äh, Blick auf den Zettel. »Herr Weidner, wir werten das jetzt gleich aus. Hier haben Sie ein Kärtchen, rufen Sie dann bitte einfach an«, sagt sie und senkt wie drohend die Stimme, soll wohl heißen, jetzt ist aber auch gut. Ich schenke ihr ein großes Kinderlächeln. »Danke«, ein Stecken der Karte. »Nochmals vielen Dank für Ihr Entgegenkommen. Wiedersehen.« Drei Tage auf das Ergebnis des Bluttests warten, sehr unangenehm. »Also dann«, flüstere ich, als würde mich jemand antreiben. Ich setze mich wieder in Bewegung. Dabei werfe ich einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist. Zwischen Socken und Schaftkante, das sieht unmöglich aus. Und tatsächlich, sie steckt drin. Ich zupfe routiniert an der Hose und behebe das Problem. Rechts ist aber alles okay. Durch meinen Kopf geht kurz ein bisschen was von einfach allem. Ein Teil von mir will dies, ein anderer will das. Aber ich weiß mehr als alles andere, ich mache nichts von all dem. Und diese Erkenntnis bringt in meine unbestimmten Gedanken eine widerspruchslose Klarheit. Ich werde nicht aus meiner Rolle fallen, weil es was anderes gar nicht gibt. Weil ich was anderes gar nicht kann. Wieder zu Hause. Ich tippe Leukämie bei Google ein, schon das Wort. Über eine Million Suchergebnisse. Ich klicke mich weiter zu netdoktor.de. Dort steht unter Symptome, Leistungsminderung, Fieber, Müdigkeit und – da haben wir's – Lymphknotenschwellung und Leber- und Milzvergrößerung. Unbehandelt führt Leukämie meist innerhalb weniger Wochen bis Monate zum Tod. Das war's. Passt, sitzt, sag Deckel drauf. Jetzt bin ich pathetisch. Szenenwechsel. Zwei Stunden später. Ich sitze mit Lea beim Abendessen und lausche, wie sie mit verstellter Stimme versucht, mir die Lächerlichkeit von irgendwem zu veranschaulichen. Ich würde gerne mal etwas von einer Frau mitgeteilt bekommen, das mich überrascht. Irgendwas, das ich noch nicht tausendmal gehört habe. Die Tische in diesem Lokal stehen etwas zu nah aneinander. Ein Kellner serviert jemandem zwei Teller mit etwas Nudligem drauf. Er trägt eine teakholzfarbene Pfeffermühle unter seine Achsel geklemmt. Wie vom Blitz getroffen zucke ich zusammen und erstarre augenblicklich, als ich einige Meter hinter Lea ein Pärchen das Lokal verlassen sehe. Er hat seinen Arm um sie gelegt. Die beiden wirken fortgeschritten vertraut. Ich kann es zuerst nicht glauben, versuche mir kurz einzureden, schockiert, dass das nicht sein kann. Aber es ist Bettina, umarmt von einem etwas übergewichtigen, großen, braunhaarigen Typen, schätzungsweise Ende 30, in einem grünen Bill Cosby-Pullover unter seinem Sakko. Ich fasse es nicht. Ich habe sie noch nie zufällig irgendwo getroffen. Und jetzt gleich sowas. Nach einer Schrecksekunde, eher fünf, sehe ich Lea an und tue, als wäre ich vertieft in das, was sie sagt, obwohl Bettina und diese Pissfresse schon an der Tür sind und das Restaurant verlassen. Ich bin entrüstet, dass Bettina, meine Bettina, mit diesem Schleimscheißer hierherkommt, wo wir doch früher ziemlich oft zusammen hier zum Essen waren, und verharre in der wenig differenzierten Betrachtungsweise, dass heute aber auch wirklich alles zusammenkommt. Ich kann nicht anders und verfluche mich dafür, dass ich empört bin, hauptsächlich über Bettina. Was fällt hier ein? Skandal! Dass ich auch nicht unbedingt allein hier bin, gilt natürlich nicht. Das ist etwas ganz anderes. So viel steht schon mal fest. Und dann sehe ich tief in mir, dass sich mein Bild von Bettina mit einem Mal schlagartig ändert und sich ihre Wertigkeit in meinem Ansehen erhöht, empfinde das selbst als ziemlich billig von mir, zu offensichtlich billig sogar für mich, muss kurz an Blutkrebs denken, bekomme eine Ahnung von Freiheit und habe heute zum wiederholten Mal das intensive Gefühl, das mir gerade alles entgleitet. Lea erzählt das sinnloseste Zeug, das ich je gehört habe. Aus meinem kurzzeitig wiedergefundenen Automatenlächeln wird rasch ein sorgenvoller Ausdruck. Tatsächlich hält Lea einen sicheren Platz in den Top 3 der attraktivsten Frauen, mit denen ich jemals geschlafen habe. Gerade eben zum elften Mal insgesamt. Laut Liste. Draußen zieht ein Sturm auf. Wir sind bei ihr. Sie liegt neben mir und blickt entspannt in die Luft, während sie mir von ihrem gestrigen Traum erzählt. Ich liege seitlich, mit meinem Arm auf dem Kopfkissen abgestützt und sehe sie an, mustere sie von oben bis unten. Überhaupt habe ich gerade das Gefühl, als wären meine Sinne besonders geschärft. Lea ist die einzige Frau, die aus dem Einerlei der bislang konsumierten Anonsiösen heraussticht. Unsere zehnte Verabredung. Das ist viel. Im Durchschnitt beende ich das Elend spätestens nach dem vierten Date bzw. nach dem dritten Fick. Je nachdem. Sie fühlt sich gut, irgendwie geborgen, wenn sie so wie jetzt neben Peter liegt. Seit sie ihn kennt, hat sie das Gefühl, sie könnte endlich wieder jemandem richtig vertrauen. Er ist aufmerksam, galant, hört ihr zu. Vom ersten Augenblick an, und Lea ist überzeugt, der erste Eindruck ist das einzige, was zählt, fühlte sie sich entspannt in seiner Gegenwart. Das muss der Grund dafür sein, dass sie ihm schon so früh so viel von sich erzählte. Dinge aus ihrem Leben, die ihr wirklich wichtig sind, die sie nicht jedem und vor allem nicht so früh offenbart. So manches, dass sie nicht mal ihren engsten Freundinnen anvertraut hatte. Und wenn sie sich fragt, warum das so ist, kommt sie zu dem Ergebnis, dass man bei ihm keine Schutzwand aufzubauen braucht. Lea rückt ihr Kissen zurecht, das sie doppelt umgeschlagen hat, ihren Arm angewinkelt, hinter ihren Kopf gelegt. Sie erzählte ihm von ihrem Vater, der die Familie wie ein Despot tyrannisierte. Sie erzählte von ihren Selbstvorwürfen, weil sie sich verantwortlich für ihre kranke Mutter und drei Brüder fühlte und nicht verhindern konnte, dass die Familie nach dem Tod der Mutter letztlich auseinanderbrach. Er hörte aufmerksam zu. Es fühlte sich richtig an, sich ihm zu öffnen. Und ihren Wunsch nach echter Liebe schien noch nie jemand so gut verstanden zu haben wie er. Lea zündet sich noch eine Zigarette an. Auch wenn Peter wenig über sich erzählt, kann sie sich ein paar Dinger über ihn schon zusammenreimen. Er macht sich immer über sich selbst lustig, redet sich schlecht, wenn sie ihn nach seiner Arbeit fragt. Das fand sie erst etwas befremdlich, aber jetzt findet sie es amüsant, wenn er mit kurzen, trockenen Kommentaren antwortet und dann wieder sie erzählen lässt. Vielleicht ist er einfach bescheiden, überlegt sie. Wenn er sie so wie gerade eben ansieht, weiß sie, er versteht sie und akzeptiert sie, wie sie ist. Er wusste sogar schon beim zweiten Date ihre Handynummer auswendig, konnte sich an die Namen ihrer drei Brüder erinnern und an die ihrer Kollegen und Freundinnen, von denen sie erzählt hatte. Sie dreht die Lautstärke ihrer Lieblings-CD etwas runter, macht das Fenster auf. Der hereinströmende Wind tut gut. Sie ist in anschmiegsamer Stimmung, legt ihren Arm um seinen Hals und tätschelt abwechselnd seinen Nacken und seine Schulter. Sie kann erkennen, wie er wirklich ist. Angesichts der dicken Wolken, die am schwarzen Nachthimmel hängen, macht sich Lea im Kopf eine Notiz, die Polster der Gartenstühle reinzuholen, wenn Peter gegangen ist. Sie findet es schade, dass ihr nie über Nacht bleibt und auch eigenartig. Sie atmet aus, stößt Rauch durch ihre Lippen in die Luft und wedelt dabei halbherzig den Dunst beiseite und sie denkt daran, was sie gestern geträumt hat. Und es ist Freitag und es ist spätnachts. Ich frage mich, ob es Zeit für mich ist, zu gehen. Und dann, wo ich jetzt lieber wäre und dann, obwohl ich keine Antwort darauf gefunden habe. Warum? Meine Augen streichen weiter über Leas Körper. Im Hintergrund läuft leise irgendeine seelenlose Chill-Out-CD. Ich muss mich konzentrieren, nicht hinzuhören. Die Stücke nicht zu analysieren. Keine Musik ist mir immer lieber. Mein Blick verweilt für einen Moment auf ihrer hübschen, geschwungenen Nase, was sie zu spüren scheint und unvermittelt schmunzelt, ohne mich anzusehen. Lea ist wahnsinnig nett und intellektuell äußerst überschaubar. In meiner Datei steht unter Lea nur ihr Alter, 32, ihre Aktennummer, 36, und ihre Adressdaten und ein paar Namen von Verwandten und Freundinnen. Interessen, Hobbys, Sonstiges. Nicht vorhanden. Was machen Menschen wie Lea abends allein zu Hause? Fernsehen? Lea geht gern aus. Tanzen. Das war's. Nachtleben als Hobby. Als ich ihren Körper weiter nach etwas absuche, das sie zusammenfassen oder erklären könnte, denke ich mir, dass sie ein sehr unglückliches Mädchen ist und rekapituliere den ganzen Psychogramm, den sie mir so unerwartet früh schon bei unserem zweiten Date offenbart hatte, und wie sie mir schließlich erleichtert glaubte, als ich ihr versicherte, dass ihre Geheimnisse bei mir gut aufgehoben seien. Was auch absolut stimmt, weil sie mir scheißegal sind. Wir sind mittendrin, als ich nach zehn Minuten an meinem Fuß etwas feucht-warmes spüre. Ich fühle genauer Hin und Orte, dass es sich um meinen linken, großen Zeh handelt. Ganz langsam, während ich Leas Zunge mit meiner umkreise, gleitet mein Blick zu meinem Fuß. Ich kann nicht glauben, was ich sehe, und richte mich unversehens auf, wodurch Lea mit leichter Drehung nach rechts in die Kissen fällt. Ihr jüngerer Bruder Markus kniet am Fußende des Bettes und saugt an meinem großen Zeh wie an einem Schnuller. Er schaut mich währenddessen mit schuldbewussten und zugleich unverhohlen, lustvollen Augen von unten herauf an. Er denkt gar nicht daran, aufzuhören. Das Ganze sieht so lächerlich aus, wie ich nackt mit abnehmender Hallplatte fassungslos erst in seine Richtung und dann zu Lea schaue und dann wieder runter zu Markus. Er hört nicht auf. Wir verharren alle drei in unserer jeweiligen Position. Entsetzen, aber keine Verwunderung spricht aus Leas Blick. Sie sieht nur zu, toternst. Warum schreit sie ihren Bruder nicht an, dass er sich verziehen soll? Jetzt nimmt er auch noch seine Hand und streichelt meinen Fuß zusätzlich ganz zärtlich, kitzelt dabei meine Sohle, wodurch ich mein Bein reflexartig nach oben zurückziehe und ihm beinahe den Kiefer einschlage. Unbeabsichtigt. Der Zeh rutscht aus seinem Mund, wobei seine Lippen ein schmatzendes Geräusch produzieren und zwei Speichelfäden kurz eine Art Hängebrücke bilden. Ich kann meinen Tritt gerade noch genügend bremsen, sodass Markus nicht zu heftig nach hinten geschleudert wird. Er taumelt drei, vier Schritte rückwärts mit angewinkelten Beinen. Unbestimmbar starrt er dabei vor sich hin, ehe er sich kurz vor der Wand abrollt. Dort bleibt er wortlos sitzen, halb in Hocke. Irgendwas muss ich von mir geben. Die Stille ist unhaltbar. Und pruste mit kippender Stimme los. Hey Markus, was war das denn? Haha, was sollte das denn? Ich ärgere mich über meinen ungewollten Versuch, einen humorvollen Ton anzuschlagen. Es hat so was Defensives. Nichts. Breites Schweigen. Er sitzt in der Ecke, bekleidet lediglich mit einer dunkelblauen Unterhose, auf der an mittiger Stelle ein Tigerkopf prangt. Er hat sich noch nicht ganz gefangen. Ich deute mit dem Kopf auf meinen Zeh. Komm, war das ein Scherz oder was? Was sollte das denn? Bitte ich erneut etwas schroffer um eine Erklärung. Großartige Frage. Ich war schon mal souveräner. Und warum halte ich nicht einfach meine Klappe? Markus springt auf und läuft beleidigt aus dem Zimmer. Ziemlich hysterisch, tuckig. Ta-ta-ta. Wird ja immer besser. Er ist circa 1,95 Meter 20 und hat einen Sportlerkörper mit zahlreichen Tribal-Tattoos am Oberarm und Rücken und einen Bürstenschnitt. Rein körperlich ein Vollmacho. Ich kenne ihn nur vom kurzen Grüßen die paar Mal, die ich hier war und hatte bis jetzt keine Meinung zu ihm. Bis jetzt. Ich hatte geglaubt, wir seien allein im Haus. Lea sagt immer noch nichts. Sie erwidert nervös meinen Blick. Jetzt höre ich Schritte näher kommen, die Treppe hinauf. Dann wird eine Nebentür zu Leas Schlafzimmer laut zugeschlagen. Dann erneut Ruhe, bis diese kurz darauf von lautem Wimmern durchbrochen wird. Schluchzen, wie von einem kleinen Mädchen. Mit tiefer Männerstimme. Lea springt auf und verlässt den Raum, flüstert heiser, es tut mir leid, es tut mir leid, geht ins Nebenzimmer und ist erst mal weg. Ich bleibe noch kurz liegen und kann gerade noch verhindern, mit mir selbst zu reden. Lea kommt zurück, als ich schon fertig angezogen vor dem Fenster stehe, meine Hände in der Jeans vergraben und rausschaue. Ich drehe mich zu Lea, die jetzt ein viel zu großes hellblaues Herrenhemd trägt, als sie besorgt sagt, ach, du bist schon angezogen. Magst du nicht noch bleiben? Ähm, ich dachte, du würdest wollen, dass ich gehe, würge ich wenig glaubhaft heraus. Eigentlich wollte ich sagen, bin schon weg. Sie schaut mich nur hilflos an und sagt wieder nichts. Das ist mir eindeutig zu viel. Dann lehnt sie sich an mich, atmet seufzerähnlich aus und fühlt sich mir unmissverständlich sehr nah. Was mir extrem unangenehm ist. Ich lege pflichtgemäß meinen Arm um sie, holzig. Wir sitzen da und ich überlege nur noch, wie ich hier wegkomme. Ich habe andere Probleme. Aus purer Höflichkeit warte ich etwas ab. Ein Kuss zum Abschied. Wenn die Körper und die Lust schon abgekühlt sind, fällt ihr jedes Mal schwer. Aber ich will nicht taktlos sein. Es ist schwülheiß im Auto, aber mir ist kalt. Ich bin zu dünn. Schalte die Sitzheizung ein. Eine Sitzheizung im Wagen ist wichtiger als eine Stereoanlage. Und nichts kleidet einen nun mal besser als Schlankheit. Nicht vergessen, gleich wenn ich heimkomme, großen Zeh waschen. Kapitel 8 Samstag Samstag, Tag 1 danach. Noch nie habe ich fester geschlafen. Noch nie auf so echte Weise tief wie heute Nacht. Es ist, als würde sich eine Last von mir lösen. Ansatzweise vergleichbar mit dem Gefühl, das ich habe, wenn ich gezwungen bin, ein paar Tage wegen einer Erkältung auszuruhen. Ich weiß, ich kann mir guten Gewissens erlauben, nichts zu machen, außer rumhängen und abwarten. Und gesetzt den Fall, ich bin schwer krank, wird sich eine Leichtigkeit einstellen, die alles endgültig von mir abfallen lassen wird. Und dafür, dass auch in schwachen Momenten kein Quäntchen Echtheit aufkommt, wird der Schauspieler in mir sorgen, der bislang noch alles in eine Inszenierung umgewandelt hat. Gleichgültig nehme ich den Tick, den ich gerade entwickle, wahr. Ich zucke mit dem rechten Augenlid. Um das wegzubekommen, muss ich mich ein paar Stunden immer wieder darauf konzentrieren, es zu unterlassen. Das ist anstrengend. Das Zucken sieht behindert aus. Ich zucke bestimmt alle zehn Sekunden. Mein Handy hängt noch ungefähr zwölf Minuten am Akku. Solange der Ladevorgang eben noch dauert, bearbeite ich die E-Mail einer Bittstellersängerin, die mir ein Demo von sich geschickt hat. Originellerweise I believe I can fly. In Originaltonart von R I'll piss in your face, Kelly. Der erste Satz meiner Antwort-E-Mail lautet Besten Dank für die Zusendung deines Demos, welches ich mir soeben mit großem Interesse angehört habe. Der letzte Satz meiner Antwort-E-Mail lautet Lass es sein. Auf dem Weg zum Wagen. SMS checken. Lea schreibt. Entschuldigt sich für den gestrigen Abend. Ich denke an meinen großen C. Ihre SMS ist orthografisch unterirdisch. Abkürzungen und ein Satzbau, der einen Sonderschulabschluss auf zweitem Bildungsweg vermuten lässt. Egal. Alles. Sie. Ihr Bruder. Die Lutschattacke. Gestern. Alles. Sie schreibt irgendwas von Wiedergutmachen. Verursacht bei mir Beklemmungsgefühle. Ich beantworte Leas SMS nicht, fahre langsam los. Es ist ungefähr Viertel vor drei. Oder ein kleines bisschen später. Zehn vor drei. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie ich die letzten Stunden verbracht habe. Und das ist nicht mal gelogen. Jetzt befinde ich mich in einer Subway-Filiale. Als Lea anruft, bin ich einigermaßen sortiert. Ziemlich fiebrig lege ich mein Sandwich beiseite, wische mir ganz schnell die Hand an einer Serviette ab und schaffe es, nach dem ersten Klingeln abzunehmen. Während meinem echt bescheuert klingenden Hallo und Leas schüchtern intoniertem Hi beobachte ich zwei Lesben, die sich überinteressiert die Gratispostkarten mit lustigen Sprüchen an dem dunkelgrünen Wandregal ansehen und quengelig kommentieren. Ich höre etwas sprechen. Sie hat längst angefangen zu reden, als mir auffällt, dass ich ja Lea dran habe und das Telefon wie festgeklebt am Ohr halte. Hätte ich fast vergessen. Mach doch nichts, sage ich besänftigend. Jetzt unterbricht sie mich, setzt an, dann fahre ich wieder dazwischen. Nein, wirklich nicht. Bitte. Bitte. Ich klinge übergnädig, was ich nicht leiden kann. Gleichzeitig ein Versuch, grob zu sein. Jetzt wird nicht hysterisch, Lea, sage ich nicht. Der Typ, der mir das Sandwich gemacht hat, geht vor dem Fenster vorbei nach Hause. Schichtwechsel. 15 Uhr. Lea macht bla bla. Ich sehe ihm nach und überlege, ob er jetzt wohl Playstation spielen geht, bis die Sehnenscheiden glühen. Was für geschmacklose Turnschuhe. Als er seinen Kopf kurz dreht, sehe ich in sein Gesicht. Und ich erkenne etwas völlig Unbegreifliches in seinem Blick. Was ist das? Was? Er wirkt so. Ich stocke, greife das Handy nach, bevor es mir runterfällt und starre ihn an. Er wirkt so zufrieden. Er sieht so eins mit sich aus, als wäre für ihn alles okay. Wie gibt's das denn? Alles okay? Mir fährt durch den Kopf, dass dieser jämmerliche, klägliche, würmerfressende Schnarchsack wahrscheinlich nicht das dauernde Gefühl hat, irgendetwas Unbekanntem nachhetzen zu müssen. Sich nicht ständig fühlt, als wäre er auf der Jagd und auf der Flucht gleichzeitig. Dass er sich nicht ununterbrochen die ewig gleichen Fragen stellt, auf die es sowieso keine Antworten gibt. Dass er wahrscheinlich glücklich ist. Fuck! Ich sehe ihm nach, bis er um die Ecke gebogen ist. Hast du meine SMS erhalten? Lea wieder. Ja, hab ich. Bitte, du musst ehrlich nichts für mich kochen. Das ist sehr nett, aber das muss wirklich nicht sein. Lea sagt noch mal was von Wiedergutmachen und eigentlich kann ich mich jetzt nur noch ganz vage daran erinnern, was überhaupt. Ich muss dauernd an den Sandwich-Beleger denken und daran, dass er der Gewinner ist, wenn er jetzt mit der U-Bahn zu seiner potthässlichen Freundin fährt, die er liebt, wenn er jetzt in seine versüffte 30-Quadratmeter-Bude kommt, die ihn nicht stört und Spaß hat, mit was auch immer er da tut. Der Gewinner. Und ums Gewinnen geht's doch schließlich, oder? Auf Leas Frage wollen wir uns heute treffen, weiß ich mir nicht zu helfen. Bin erschöpft. Ich weiß nicht. Oh, sagt sie, echt enttäuscht. Ach, was soll's, denke ich mir. Nochmal. Selbstüberrascht. Okay. Wo? Wann? Ich. Okay? Sie. Ja, bei dem Waldstück, wo wir schon mal waren. Wovon rede ich denn? Ja, schön. Gut, alles klar. Bis dann. Schneller kann ich nicht auflegen. Kurz darauf, ich bin schon durch die Tür. Mache kehrt, frage das Mädchen mit den müden Augen hinter der Theke, wie der Typ heißt, den sie gerade abgelöst hat. Sie überlegt. Tump sagt dann. Tom, wieso? Ich verlasse den Laden. Tom. Tump sagt dann. Aber ich merke auch, wie ich zunehmend überdrehe. Während ich zu meiner Verabredung mit Lea fahre, wird mir klar, dass ich nicht allzu lange durch den Wald laufen kann. Sonst merkt sie, dass ich krank bin. Und das muss nicht sein. Siebzehn Uhr siebenundzwanzig. Ich warte im Auto. Ich schreibe auf. Die Sonne sieht aus wie eine Orange. Hab ich sie noch alle? Ich streiche durch, was das Zeug hält und schaue pikiert. Der weiße, rostige Ford Escort von Lea biegt auf den Waldparkplatz ein und bleibt mir gegenüber stehen, während Staub vom Schotter aufwirbelt. Wie kann man nur so ein Auto fahren? Wie kann man nur so Auto fahren? Ich bereue nicht, heimgefahren zu sein. Eine schlechte Entscheidung. Was vorauszusehen war. Meine Restkräfte schwinden. Ich steige auch aus. Lea kommt auf mich zu und umarmt mich intensiver als erwartet. Wir setzen uns in Bewegung Richtung Wald, der aussieht, wie ein Wald aussieht. Ich schaffe es nicht, genügend Interesse aufzubringen, um nachzufragen, als Lea mir etwas von einer neuen Location erzählt. Wir laufen dahin. Meine Fassade bröckelt. Was immer sie mir gerade auch erzählt, irgendwas kommt mir verändert vor. Das muss daran liegen, wie sie es mir erzählt. Es klingt so. Sie klingt so, als wären wir zusammen. Während mir die Feststellung in die Knochen fährt, dass wir für sie wohl gerade eine weitere Sprosse der Beziehungsleiter erreicht haben, denke ich mir beinahe amüsiert. Aber scheiße noch mal, so ist es. Ich könnte mich doch niemals ernsthaft einer Frau wirklich nahe fühlen, der ich bereits mehrmals ins Gesicht gespritzt habe und die sich nicht sicher ist, ob Hemingway ein Maler oder ein Erfinder ist. Was glaubt die denn? Ich zupfe an meinem Hosenbein. Dadurch fährt es mich zum ersten Mal. Ich glühe und im Abstand von vielleicht 20 Sekunden überkommt mich nun stoßweise eine Übelkeit bisher unbekannter Größenordnung. Die Krankheit ist im Begriff vollends auszubrechen. Ich nehme kein Wort mehr von Lea wahr, sondern versuche, mich unter Kontrolle zu bekommen. Wenn ich jetzt umdrehe und denselben Weg zurückgehe, benötige ich ungefähr eine Viertelstunde bis zum Auto. Ich darf mich auf keinen Fall vor Lea übergeben. So egal bin ich mir noch nicht. Lea, ich habe vorhin was Falsches gegessen. Mir ist ein wenig übel. Würde es dir was ausmachen, wenn wir umdrehen? Sage ich brüchig mit vornehmer Entschlossenheit. Der Klang meiner Stimme lässt mich annehmen, dass meine Gesichtsfarbe mit meiner Aussage korrespondiert. Na klar. Was hast du denn Falsches gegessen? fragt sie. Ich halte meinen Kopf gesenkt und schlucke, mache einen Fingerzeig und wir wenden und ich erhöhe das Schritttempo. Ja, was habe ich denn Falsches gegessen? überlege ich und denke nur langsam. Ich weiß auch nicht. Ich hatte beim Frühstück was mit Lachs. Der hat schon so angeschlagen gerochen. Ich glaube, das könnte es gewesen sein, erwidere ich gepresst. Ich mache eine Geste mit den Händen, erwarte, dass diese es erklärt. Lea nickt und ihre Anteilnahme ist echt. Ich beginne schwer auszuatmen, um die konvulsiv auftretenden Wirkreizattacken zu unterdrücken. Lea, ich laufe vor zum Auto und mache mich aus dem Staub. Das ist mir sehr peinlich. Bitte entschuldige. Ich melde mich. Keuche ich kurzatmig und lasse sie einfach stehen. Das Laufen tut kurzzeitig gut und verdrängt die Übelkeit, aber nur bis ich am Wagen zum Stehen komme. Jetzt ist es schlimmer als zuvor. Ich starte und fahre los, schnell aus ihrer Sichtweite fliehen. Schon wenige hundert Meter weiter fahre ich rechts ran. Es geht nicht mehr anders. Ich parke und renne wie wild auf einen einsamen Busch zu. Er ist ungefähr noch zehn Meter entfernt. Ich schaffe es nicht mehr, falle auf halbem Weg auf die Knie. Der Reiz ist so heftig, dass ich Würgegeräusche ausstoße, die für mich völlig neu sind. Ich kotze mitten auf der Wiese ins Gras. Wie ein brüllender Löwe. Durch meinen Kopf geht nur, dass Lea ebenfalls diese Strecke nehmen muss, wenn sie nach Hause fährt. Ich muss mich hinter den Busch retten. Mich verstecken. Ich kann nicht aufhören zu brechen. Ungeahnte Mengen schwallen aus meinem Hals. Ich schwitze aus allen Poren und mir ist schwindelig. Wie ein angeschossenes Tier krieche ich Richtung Busch. Noch drei Meter. Aus meinem Augenwinkel sehe ich Leas fort in die Landstraße einbiegen. In fünf Sekunden sieht sie mich. Ich bin geliefert. Ich entleere meinen Magen erneut, hektoliterweise, wie viel da drin ist, immer noch auf allen Vieren. Der Escort fährt vorbei, ist jetzt auf meiner Höhe, in meinem Rücken, acht Meter entfernt, wird hörbar langsamer. Sie hat mich also entdeckt. Aus ihrer Perspektive schaut sie auf meinen vor Kotzen zitternden gebückten Arsch. Das muss aussehen. Scheiße. Und noch einmal. Fahr weiter. Fahr weiter, verdammt, bitte. Jetzt beschleunigt der Wagen wieder. Sie fährt weiter, ist gnädig genug, nicht anzuhalten. Danke. Danke. Tausend Dank. Ich bin zu beschäftigt, um verzweifelt zu sein, gleichzeitig aber peinlich berührt genug, um mich auf der Stelle eingraben zu wollen. Das hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei Lea. So viel ist sicher. Ein Bild für die Ewigkeit. Ein würgiger Abschluss. Kapitel 9 Telenovela Sonntag, Tag zwei danach. Wie die Ruhe nach dem Sturm. Ich bleibe noch kurz liegen. Ich habe siebzehn Stunden ununterbrochenen Schlaf hinter mir. Nicht mal kurz für kleine Leukämisten musste ich. Jedweder Flüssigkeit hatte ich mich ja auch gestern oral entledigt. Ich bin sofort ins Bett gefallen und war weg. Es ist jetzt kurz nach zwölf Uhr mittags. Sonntag. Sonntag ist wie Totentag. Alles steht still. Ein Brückentag des Lebens, der zweiundfünfzig Mal im Jahr rumgebracht werden will. Ich lege gedanklich einen Countdown bis zur Verkündung des Testergebnisses morgen früh an. Ohne nochmal zu überlegen, ob ich soll oder nicht soll, greife ich zum Telefon und wähle entschlossen die Nummer, die ich schon gestern Vormittag eingetippt habe. Dabei sitze ich in Unterhose barfuß da. Schola, meldet sich eine seltsam verklebte Stimme. Gefolgt von einem Räuspern, dann kommt nochmal der Name. Nur unwesentlich klarer, aber jetzt wie eine Frage klingend. Schola? Hallo, Rudi. Hier ist Peter Weidner. Erinnerst du dich noch an mich? frage ich und ziehe einen Vorhang vor und zurück. Kurze Pause. Ja, Peter. Ja, klar. Servus. Wie geht's dir denn? Mensch, sagt er gutmütig. Rudi hat gerade noch irgendetwas gesagt. Hab nichts verstanden. Irgendwas mit Jahre. Ich antworte auf Verdacht. Ja, ungefähr zehn Jahre ist das her. Nicht ganz. Du, Rudi, kannst du gerade sprechen? frage ich. Ja, freilich. Was gibt's? Und gibt's deine Taxiflotte noch? Wie viele Wagen hast du noch am Laufen? Aber wieso? Sag. Hast du Lust, wieder für mich zu fahren? fragt er erheitert und nimmt einen Schluck. Da es bereits nach zwölf ist, nehme ich an ein Bierchen. Ich lache meine Antwort einleitend ein und sage, nein, nein, das würde ich nicht mehr überleben, glaube ich. Aber es ist wohl was anderes, wenn man weiß, man macht das als Student nur nebenbei und nicht Hauptberu... äh, Pflicht. Ich reiße mich zusammen und sage endlich, du, Rudi, weshalb ich anrufe. Ich hätte ein Anliegen, das ich nicht am Telefon besprechen möchte. Hättest du mal Zeit, dich mit mir zu treffen? Ich fühle leichte Panik. Ja, klar. Wann denn? Es wäre relativ dringend. Ach so, ja, freilich. Heute Abend? Sagt Rudi, fast freudig. Na also, geht doch. Und schon überlege ich, wie ich den Rest des Tages gestalten möchte. Dann sage ich, etwas zu laut, heute Abend? Ja, das wär cool. Wohnst du noch in der Radolfzeller? Ja, tue ich. Um elf? fragt er. Gut, um elf. Ich bin da. Dank dir, bis dann. Sage ich ungewollt nüchtern. Jo, Servus, Peter, sagt Rudi Schuller lässig und dreht die Musik wieder lauter, noch bevor er aufliegt. Wie in einer schwulen Disco. Brutal laut tönt »I don't feel like dancing« der Sister Sisters aus dem Zimmer. Ich wundere mich, dass das in einem Krankenhaus erlaubt ist. Als ich vorsichtig die Tür einen winzigen Spalt öffne und mit eingezogenem Kopf die Lage sondiere, sehe ich Dirk aufrecht im Bett sitzen und eine andere Schwuchtel mit einer Becksdose in der Hand die Hüften schwingend um ihn herum tänzeln. Kurz überlege ich, ob es vielleicht doch keine so gute Idee ist, Dirk zu besuchen. Ich rufe mit angehobener Stimme »Hi, Dirk« und mache auf erfrischend. »Hi«, ruft Dirk, während ich die Tür hinter mir zuziehe. »Darf ich vorstellen, das ist Kai«, sagt er und zeigt auf den schlanken Bubi mit brauner Stachelfrisur, Netzhemd und Schweinchengesicht. Der zwinkert mir bestätigend zu. »Kai, das ist Peter«, werde ich von Dirk vorgestellt. Ich warte einen Moment, ob er jetzt noch hinzufügt »Bettinas Ex-Freund« oder »ein Bekannter von Bettina« und dabei verschwörerisch blinzelt. Aber er verzichtet dankenswerterweise. Ich lächle Kai kopfnickend an, weil ich zu sehr damit beschäftigt bin, ihn zu begutachten, nehme ich seinen Namen nicht wahr. Nun nehme ich auch wieder den Kerl wahr, der an mir vorbei zur Tür reinkam. Er sitzt mittlerweile auf einem Stuhl in einer Ecke und wird von einem riesigen Bouquet halb verdeckt. Ich beuge mich vor, um ihn ganz zu sehen. Er unterbricht Dirks »Ah«, und das ist, als er aufsteht und sich mir selbst vorstellt. »Hallo, ich bin Dieter, Dirks Bruder«, sagt er, als würde er etwas Nicht-Ausgesprochenes bestätigen. »Hallo, Dieter, freut mich«, gebe ich zu Protokoll und beschließe erst mal, stehen zu bleiben. So viele Menschen, so viel Gerede. Ich bereue die Entscheidung, die Zeit bis zu meiner Verabredung mit Rudi hier zu überbrücken. Unter anderem, weil ich keine Idee habe, was ich sagen soll, schwenkt mein Blick zurück zu Dieter, der mir gegenübersteht und wirklich riesig ist und seinem Bruder überhaupt nicht ähnlich sieht. Er trägt eine dunkelgrüne Korthose, hat braune Haare, ist leicht übergewichtig und... In dem Moment, in dem ich zu Dieters Totaldurchleuchtung ansetze, geht die Tür auf und ich beginne innerlich laut zu kreischen. Ich fasse es nicht, wie viel Pech kann man haben. Bettina kommt rein. Ich bin entsetzt. Das darf nicht wahr sein. Ein Tag hat 24 Stunden und wir müssen ausgerechnet um 18.31 Uhr von allen möglichen Minuten des Tages hier aufeinandertreffen. Und jetzt erkenne ich ihn. Moppeldieter ist der Mann, den ich mit Bettina vorgestern Arm in Arm das Restaurant verlassen sah. Ich kann es nicht glauben. Ein unerträgliches Klischee. Der Bruder des Erkrankten in Sorge vereint mit dessen bester Freundin. Ich höre die Geigen. Ich werde mich einfach auflösen. Ich muss mich nur fest genug darauf konzentrieren. Nein, klappt nicht. Hallo Bettina, sage ich und mache auf. Überhaupt nicht erschrocken. Bettina sieht mich überrascht an, fasst sich schnell und lächelt. Sie hält eine Vase zwischen ihren Händen. Hi. Zart und distanziert zugleich. Na prima. Was habe ich mir bloß dabei gedacht, hier aufzukreuzen? Langsam verliere ich offenbar die Kontrolle. Du siehst nicht gut aus, sagt sie. Was? Wie? Oh, danke, antworte ich bedröppelt mit einem kläglichen Rest Ironie. Ansatzweises Lächeln der Umstehenden. Gespannte Sensationsgeilheit bei Dirk und seinem Lover und Dieters totale Verunsicherung. Ich überlege, was er jetzt wohl denkt. Möchte er mich umbringen? Wann kommst du denn wieder raus, Dirk, möchte ich wissen. Eigentlich nicht, mir doch egal. Und widme mich damit wieder der Hauptperson. Sonst wird das hier noch Telenovela-mäßig. Er schaut mit zweifelnder Grimasse aufs Fußende seines Bettes. Sein Blick verharrt dort, als er antwortet, sichtlich bemüht, das Resignative aus seiner Stimme zu filtern. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht so schnell. Eher nicht so bald. Ich muss jetzt eine Therapie durchziehen und das dauert. Aber ich werde wahrscheinlich verlegt nach, äh, weiß nicht genau, irgendwo aufs Land, Namen vergessen. Klingt ehrlich gesagt ziemlich nach Friedhof, denke ich mir. Aha. Und wie sieht dein Tagsablauf hier so aus? Frage ich Dirk um Gesprächsfluss bemüht. Belangloser kriege ich's nicht hin. Ich weiß jetzt, da ich ihn sehe und reden höre, dass er's nicht mehr lange macht. Ich ja vielleicht auch nicht. Doppelbeerdigung? Und der Gedanke macht mir nicht das Mindeste aus. Ich bin nämlich ausschließlich damit beschäftigt, abzuchecken, ob Bettina noch was für mich empfindet. Sonst interessiert mich hier nichts. Und meine eigene Selbstherrlichkeit kotzt mich dabei unendlich an. Langsam entspinnt sich ein relativ rundes Gespräch aller Beteiligten. Und ich erfahre neben belanglosen Mist noch mehr belanglosen Mist. Als Kai zurückkommt und neben meinem Sixpack noch ein paar Schokoriegel dabei hat und verteilt, sagt Dirk, während er sich ein Bounty aufreißt, »Wisst ihr, ich frage mich schon manchmal, warum ausgerechnet mir sowas passieren muss. Warum ausgerechnet ich?« Seine Stimme zittert. Er klopft mit der Hand aufs Bett, ohne aufzusehen. »Warum ich?« Flüstert er noch mal, ziemlich sinnloserweise. Wie ein Bauchredner. Dieser unerwartete Stimmungsumschwung lässt mich etwas verwirrt einen Schritt zurücktreten. Ich verkneife mir gerade noch, mit den Augen zu rollen. Alle sehen erst mal betroffen zu Boden. Ich sehe ihn dabei zu und stammle leise wie zu mir selbst. Komisch. Ich wundere mich immer, wenn ich von Katastrophen oder Krankheiten höre, warum eigentlich nicht mal ich betroffen bin. Niemals würde ich mich in der Sicherheit wiegen, mir könnte nichts Schlimmes zustoßen. So viel Glück kann man ja gar nicht haben. Reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Als würde die Erde untergehen, dreht sich Bettina ruckartig zu mir und mahnt mich, mit einem ausgesprochen missbilligenden Kräuseln ihrer Augenbrauen sofort meinen Mund zu halten. Und ihr heftiger Blick ist mir so vertraut, dass er uns kurzzeitig fast verbindet. Ich schaue was denn mäßig zurück und sie sieht kopfschüttelnd weg, als wäre bei mir schon alles zu spät. Ich wette, Dirk hat sich noch nie, warum ich gefragt, wenn es im Zusammenhang mit dem verfickten Glück, das er bislang gehabt hat, stand. Dem verfickten Glück unter all den gut sechseinhalb Milliarden Idioten auf diesem Planeten ausgerechnet, in das sozial, wirtschaftlich, politisch und klimatisch betrachtet, größte vorstellbare Paradies in der absolut besten Zeitphase überhaupt geboren worden zu sein. Nicht vom Vater missbraucht, nicht in irgendeinen lächerlichen Fronteinsatz abgesandt worden zu sein oder von Geburt an mit drei Ohren einer Niere und sieben Fingern ausgestattet durchs Leben zu torkeln. Mein Gott, dieser verblödete Hinterlader! Jetzt krepiert er eben. Er ist nicht der Erste, und der Tod macht alles gleich. Es dämmert mir jetzt, dass ich inzwischen zu den elementarsten Stufen einer Konversation nicht mehr in der Lage bin, da mir alles schon so ausgelutscht erscheint. Während Kai mit seiner abartig-weibischen Art den Billigtröster gibt, Dirks Schulter tätschelt und sagt, »Hey, so darfst du es nicht sehen«, »Sieht Dieter aus, als würde ihm gleich übel. Bettina steht da, als wüsste sie nicht, wie sie sich ihm gegenüber verhalten soll oder mir gegenüber.« Und dann wird mir mit einem Mal völlig klar, dass sie mich nicht mehr liebt. Was mich fast beruhigt. Ich möchte unbedingt gehen, muss dazu aber einen etwas fröhlicheren Moment abwarten. Ich drohe jeden Augenblick in völlige Teilnahmslosigkeit zu verfallen, denke mir, ich bin am liebsten allein und schade, dass ich mir keine Witze merken kann. Es entsteht eine Stille, vertieft durch die leise, wie weit entfernt klingende Musik aus dem Ghetto-Blaster, vom Sims neben Dirks Bett. Niemand sagt ein Wort. Bettina spürt die gedrückte Stimmung. Sie räuspert sich, bereitet sich vor, irgendwas zu sagen, bemüht, einen besänftigenden Tonfall zu treffen, sagt dann aber doch nichts. Dann sieht sie kurz zum Fenster, und es kommt ihr so vor, als müsste sie dazu ihren Kopf nur unmerklich drehen. Der hellblaue Himmel ist mit zerfaserten Wolken übersät. Schicksal, Leben nach dem Tod. Sie weiß, wie sehr Peter die Sentimentalisierung dieser Themen anwidert, wie er jeden für einen schwächlichen Idioten hält, der dazu einen nicht mit dem seinen konformen Standpunkt einnimmt. Sie ist nicht sauer darüber, was er eben gesagt hat, oder wie er die anderen vor den Kopf gestoßen hat. Sie kennt seine unkonventionellen Meinungen nur zu gut. Mit einigen mag er sogar Recht haben, aber sie würde niemals jemanden damit konfrontieren, wenn die Gefahr bestünde, diese Person dadurch zu verletzen. Sie ist nur verwundert, dass er so ungewöhnlich rüde war, erstaunt über sein passiv-aggressives Verhalten, wo er doch sonst nach außen immer so viel Wert auf diese, wie sie mal meinte, fast britische Höflichkeit legt, auch wenn es danach wie Gift aus ihm herausschießt und er über die Menschen mit der gleichen Wertschätzung redet, als habe er soeben mit dem größten Abschaum der Welt zu tun gehabt. Der Grund für seine zuvorkommende Art war nie, sich lieb Kind zu machen, sondern sich die Leute vom Leibe zu halten. Das hatte sie bald herausgefunden. Eine Sekunde lang stellt sie sich vor, dass sie bis vor kurzem noch mit ihm zusammen war. Zusammen, in Anführungszeichen. Dann stellt sie es sich noch eine Sekunde vor. Noch eine. Sie hat lange mit sich gekämpft, sich bemüht, die Beziehung aufrecht zu erhalten. Beziehung, in Anführungszeichen. Das war das Problem, die ewigen Anführungszeichen. Sie war mit ihm zusammen, aber eher nicht mit ihr. Und irgendwie doch. Sie hat ihr Bestes gegeben. Es war die alte Leier, der Irrglaube, man könne einen Menschen ändern. Seine Arbeitswut. Sein Desinteresse an allem anderen. Seine Selbstzweifel. Seine fast pedantische Genauigkeit. Sie hat investiert Geduld, Verständnis, Einfühlungsvermögen. Vergebens. Es war eben doch keine Angst vor Bindung oder Feigheit, wie sie es zu lang zu seinen Gunsten ausgelegt hat, als er ihr immer wieder klar machte, dass er nicht nur keine Beziehung mit ihr, sondern dass er mit überhaupt niemandem eine Beziehung eingehen wolle. Jemand schnalzt mit der Zunge. Es klingt unnatürlich laut. Nicht mehr lang und sie hat die Ära Peter Weidner emotional gänzlich für sich abgeschlossen. Im Nachhinein betrachtet war seine Verweigerung und seine schwer fassbare Andersartigkeit sicherlich ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Anziehung, die er auf sie ausgeübt hatte, seit dem Tag, als sie ihn in dem Café in der Innenstadt kennengelernt hatte. Anfangs wusste sie des Öfteren im ersten Moment nicht, ob sie beeindruckt oder angewidert sein soll, angesichts dessen, was er zu manchem Thema verlautbaren ließ. Tatsache ist, es klang zunächst grausam, als er ungefähr einen Monat, nachdem sie sich kennengelernt hatten, Bettinas Hassverhältnis zu ihrer Mutter, von der sie ihm erzählt hatte, kommentierte. Peter meinte, dass sie ihrer Mutter dankbar sein könnte für die Bereitstellung dieser ganzen Reihe an Jugendtraumata. Er meinte wörtlich, dass Menschen von Bettinas »hohe Maß an körperlicher Attraktivität« gewöhnlich zu glatten, leeren, persönlichkeitsdefizitären, substanzlosen Beauties verkommen, die in Indiskus rumhängen und Schauspielunterricht nehmen, falls ihnen nicht die Gnade einer seelischen Schramme zuteil wird. Ohne psychischen Knacks keine Tiefe und Reflexionsfähigkeit. Eine biografische Leiche im Keller ist langfristig Gold wert. So hat er das gesagt, lächelnd. Und Bettina wusste zunächst nicht, wie reagieren. Was war das damals? Ein Kompliment? Bettina sieht Gedanken verloren ins Leere. Schwer zu sagen, wie lange die Stille hier im Krankenzimmer schon anhält. Alle schweigen. Peter auch. Ich zähne mit, seit sieben Sekunden schweigen. Bettina sagt noch immer nichts. Und ich sage auch nichts. Und das erleichtert sie wahrscheinlich. Dieter und ich setzen Zeit gleich an, etwas zu sagen. Ich breche sofort ab, Dieter auch. Ich sage, ach nichts. Dieter sagt, nein, nein, war wohl genauso unwichtig wie meins. Dirk richtet sich auf und erfährt ganz offensichtlich gerade aufs Neue einen spontanen Stimmungsumschwung, der mich beinahe überfordert. Komm, dreh die Musik auf, jetzt machen wir Party hier, sagt er und beißt in sein Bounty. Ich jubiliere innerlich. Hä? Leben, Tod, Party? Verabschiede mich äußerlich. Tschüss zusammen. Ich hoffe, wir sehen uns nie mehr, wenn's nach mir geht. Und verlasse das Zimmer Nummer 132 um 19 Uhr 2. Bereits fünf Schritte von der Tür entfernt höre ich, dass sie leise geöffnet wird und drehe mich um. Bettina kommt schnellen Schrittes auf mich zu und sagt auf halbem Weg mit Krankenhausflur Flüsterstimme, dass du vorbeikommst, um Dirk zu besuchen, hätte ich nicht gedacht. Hm, ich auch nicht. Wie geht's dir? Frage ich und denke mir, sie sieht gut aus. Okay. Du siehst übrigens wirklich schlecht aus, sagt sie und zeigt mit ihren Augen auf meine Augen. Ja, nochmals danke. Die Gene. Dieter ist sehr nett. Gratulation. Sie schaut erstaunt und darüber bin ich wiederum erstaunt, bis mir einfällt, dass sie ja nicht wissen kann, dass ich sie zusammen mit ihm gesehen habe und dann folgt Rhabarber. Und dafür, dass wir uns nichts zu sagen haben, reden wir ganz schön lang. Nach ein paar Minuten Gerede lüge ich schlecht und unpassend, tue ich muss heim, noch was erledigen, dann räuspere ich mich. Mir hätte wirklich etwas Besseres einfallen sollen. Mein Ärger darüber hilft nichts mehr. Dann wird mein Ärger zu bedauern und trotzdem wirkt mein, also dann bis bald. Und Bettina sagt, ja, bis bald. Und das war's. Die Treppe ins Erdgeschoss der Klinik nehme ich schwungvoll. Ich renne, wie um einen Ausgleich zu dem Gespräch zu schaffen. Schon bald komme ich außer Puste und drossle mein Tempo, während ich die Lobby durchschreite. Ich erleide einen Schweißausbruch, zittern, Herzrasen. Mir geht die Luft aus, das Übliche. Man gewöhnt sich an alles. Ich werfe einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist, zwischen Socken und Schaftkante. Das sieht unmöglich aus. Aber alles gut. Sie hängt drüber. Dann selbe Prozedur mit dem rechten Fuß. Auch okay. Nach fünf Kilometern auf der A96 kommt mir in den Sinn, dass ich morgen das Ergebnis der Bluttestauswertung vorgesetzt bekomme und dies womöglich meine letzte Fahrt ist, in der noch halb wegs alles beim Alten ist. Dabei wird sich erst mal an meinem Zustand nichts ändern, außer der Gewissheit darüber, was wirklich los ist. Vorerst. 23.04. 1987er Barock. Schwarze IKEA-Schrankwand. Ein Teppich, der sich langsam auflöst und rauchgeschwängerte Luft. Rudis Bude weckt Erinnerungen an längst vergessen gehoffte Zeiten. Er sitzt auf dem schwarzen Ecksofa und stiert an mir vorbei auf die Tür. Aber ich möchte jetzt nicht aufstehen und mich an die Tür stellen. Irgendwas hat er intus und seine selbstgedrehte ist zu dick für eine reine Nikotinzigarette. Im Staccato erfahre ich von seiner Scheidung, dem geteilten Sorgerecht für den Achtjährigen, das er nur bedingt wahrnimmt, da er so viel arbeiten muss, der harten Zeit im Gefängnis, unzuverlässigen Angestellten und alles ist gerade nicht so auf der Spur von seiner Ex, die aber finanziell Gott sei Dank nicht rumzickt und ich mustere dabei seine Jacket-Kronen, gut gemacht, sicher Porzellan, die ich noch nicht kenne. Und was hast du die ganze Zeit über so getrieben, fragt er mich. Ich schaue meine Hände an. Mir ist unwohl, Rudi, zu fertig und mein Anliegen zu heikel. Ich reiße eine lieblose Kurzversion meiner Biografie runter, das ist knapp an einer Unverschämtheit vorbeischrammt, acht Jahre in zwei Sätzen. Nur gut, dass Rudi keinerlei Interesse an chronologischen Feinheiten zeigt. Als er mir ein Bier anbietet, nicht, dass ich eins wollte, aber er tut dies reichlich spät, nehme ich an und trinke keinen Schluck. Wir reden noch etwas. Ich zupfe mit meinem Daumennagel am Flaschenetikett. Mir ist danach endlich zum Punkt zu kommen, noch ein paar Minuten verstreichen. So, genug geplaudert. Rudi, kennst du noch den Harald? Den Nachnamen weiß ich nicht mehr. Der, der im Rose Club gearbeitet hat. Hast du mit ihm noch Kontakt? Ich sehe nervös zu ihm hinüber. Würde er meinen Blick erwidern, würde ich beherrscht da dreinschauen. Der Harry? Ja, klar, den sehe ich fast jede Woche. Rudi schluckt. Ah, gut. Was macht er denn jetzt? Frage ich. Naja, der ist schon noch im Rose und macht halt noch so andere Geschäfte. Ich überlege kurz, wie ich weiter vorgehen soll und zweifle jetzt irgendwie, dass Rudi der richtige Ansprechpartner für mich ist. Pass auf, Rudi, ich brauche eine Pistole. Eine ganz normale Pistole. Könntest du mir die über Harry besorgen? Damals hast du gesagt, der Harry treibt alles auf und als ich ihn mal gefahren habe, da hat er mir Sachen erzählt, die ich gar nicht glauben konnte. Aber du hast gesagt, dass das alles stimmt. Meinst du, du könntest mir da helfen? Ich klinge heiser und alles in allem erbärmlich. Wofür brauchst denn du eine Pistole? Rudi wirkt verwirrt, aber keinen Deut aufgeweckter. Sein Erstaunen hat etwas Verkatertes. Ich nicke nur als Antwort, leite ein Schweigen ein und formuliere auf diese Art die Frage neu. Ich sehe ihn von der Seite an. Er schaut immer noch an die Tür, ist jetzt aber in aufrechter Sitzposition. Ich weiß, dass er meine Gesten wahrnimmt. Ja, das kann ich schon machen. Ist halt alles eine Frage vom Preis, sagt er endlich. Des Preises, stolpere ich mit Blick fürs Wesentliche über seine Genitivergewaltigung. Klar, ich brauch irgendwas PPK-mäßiges, keinen Handtäschchen-Revolver. Was schätzt du, kostet sowas, brabbel ich auf ihn ein. Schwer zu sagen, vielleicht drei Tauis, und ich hätte halt auch noch gern was dran verdient, sagt er und bohrt dabei seinen rechten Fuß in den hell-grau-dunkel-grau gemusterten Teppich, der noch nie in Mode war. Also, 5000? Frage ich. Ah, sowas, wahrscheinlich. Während er das sagt, zündet er sich noch eine an. Er bläst den Rauch mit ausladendem Armschwenken in die Höhe. Gut, frag Harry, lass mich die genauen Konditionen wissen, und dann geht das von mir aus klar, sage ich und stehe auf. Ich muss meinen Tonfall ein bisschen anziehen, sonst versinken wir hier noch im Meer der Langsamkeit. Ja, kann ich schon machen. Er nickt, immer noch etwas unschlüssig, und ich, okay, sind wir im Geschäft? Ich setze mich wieder hin, komisch. Er hält mir seine Hand hin. Muss das sein? Eine Mischung aus Pfadfinderverschwörung und Yo-Man-Harlem-Bronx-Bruderschaft. Ich beuge mich vor und schlage ein. Rudi sieht eigenartig gekünstelt rein. Ob ich ihm glauben kann, dass er sich sofort morgen um die Sache kümmern wird, weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob er sich morgen überhaupt noch an unser Gespräch erinnert. Ich drücke ihm dreitausend Euro in die Hand, Anzahlung. Zweitausend in bar habe ich eben noch aus einem Automaten geholt. Mindestens tausend habe ich sowieso immer einstecken. Wir gehen langsam in den Flur. Dank dir, sage ich einfach und öffne die Tür. Eigentlich sieht er gar nicht so kaputt aus, wie er gerade wirkt, denke ich mir. Ist vielleicht nur die Uhrzeit. Als ich ihm nochmal zuwinke, während ich im Treppenhaus verschwende, geht mir auf, dass ich nicht den leisesten Schimmer habe, was ich da gerade bei Rudi gemacht habe. Aber falsch fühlt es sich nicht an. Im schlimmsten Fall ist meine Anzahlung weg. Zwei Wochen hat er gemeint, würde er brauchen. Und als er das sagte, hatte ich den Eindruck, es wäre nicht das erste Mal, dass er eine Waffe besorgt. Ich steige in den Wagen und fahre los. Ich überkomme der unbedingte Drang, mir meine Hände zu waschen, Rudi zweimal die Hand gegeben, Türklinken unumgänglicherweise ebenfalls mindestens zwei berührt, spüre bodenlose Verzweiflung, da ich auch heute mein Training auslassen musste, schon drei Einheiten versäumt. Dauernd kreist mein schlechtes Gewissen mal mehr, mal weniger intensiv über mir, betaste meinen Bauch und meine Brust und bilde mir ein, ein weicher Schwamm zu sein, obwohl das theoretisch unwahrscheinlich ist. Stelle fest, dass jeder Tag wie der Tag davor wirkt, dass das auch an mir liegen könnte, auch nur sein augenblicklicher Gedanke, der schnell verschwindet, lasse den Tag Revue passieren, eins, zwei, drei, fertig. Wundere mich, dass in meinem Kopf keinerlei Stille herrschen darf, nie, auch heute ist das nicht anders. Denke, weil dem so ist, dass ich doch ruhig noch eine Melodie schreiben könnte, die momentane Stimmung ausnutzen, immerhin noch vier Minuten bis daheim, mache ich aber nicht. Finde, dass ich mir langsam wie meine eigene Karikatur vorkomme, mir wird schlecht, aber nicht so schlimm wie gestern, nur ein Anflug geht schon wieder. Kriege plötzlich Hunger, Mordshunger, überlege mir, trotz selbstverständlicher Feuerbestattung bitte keine symbolische Asche in eine lächerliche Urne füllen, einen Grabsteinspruch für mich und bin mit, wurde auch Zeit nicht unzufrieden. Dann ist auch wieder gut. Glaube, dass es nicht schade um mich wäre. Morgen, Ergebnis. Ob ich dann Painkiller bekomme und trotzdem weiterarbeiten kann, ob ich es schaffe, mir nichts anmerken zu lassen, wenigstens noch die paar Monate bis zum Abgang Haltung bewahren, auf Langzeitschäden der Medikamente müsste ich dann wirklich nicht achten. Begreife mit aller Deutlichkeit, dass jede Station meines Lebens wie ein Durchgangslager war und ist und immer sein wird, sehe davon ab, mir das zu notieren und die Gedanken davor. Danke es mir, indem ich das Radio lauter drehe und führe dasselbe Gespräch mit mir, das ich immer führe, wenn ich genug von mir selbst habe. Aber ich kann mich kaum hören. Die Musik ist ziemlich Oberkante. Kapitel 10 Menschenallergie Am nächsten Morgen habe ich gestern Abend zu stark rumgepult. Meine exakt nach Atomuhr gestellte Zeitanzeige sagt Punkt 7.30 Uhr. Ich drücke auf die Taste mit dem Doppelpfeil, die Nummer rattert über die Freisprechanlage vor sich hin und mit dem ersten Tuten hebe ich den Hörer ab. Nach zweimaligem Klingeln hebt eine junge Stimme ab. Sie klingt, als hätte sie einen prominenten Unterkiefer und eine dicke Brille. Red, red, red. Mein Name ist, komm, verbind mich mal, möchte Ergebnis wissen, wiederhole meinen Namen. Dann fragt sie, können Sie in 20 Minuten doch mal anrufen? Der Herr Doktor ist noch nicht da. Sag's doch gleich. Ich mache mir nicht die Mühe, mich bei ihr zu bedanken. Ich nicke und lege auf. Ich starre auf meine aktuelle To-Do-Liste auf dem Schreibtisch. Das Leben ist eine Erledigungsliste, die immer länger wird, auch wenn man sie permanent von oben abarbeitet. Die 20 Minuten verbringe ich damit, mir vorzustellen, was ich mache, wenn ich gleich mitgeteilt bekomme, Krebs zu haben, wovon ich ausgehe. Wie geht Verzweiflung? Sie kommt nicht von allein. Second Hand. Blick ins Regal. Was man zu fühlen hat, bei Trauer, Verzweiflung, Freude, Hass, Angst, Liebe, greifen sie zu. Alles schon vorgekaut. Ich schaue ein wenig im Raum rum. Wenn ich den Kopf drehe, benötigen meine Augen einen Moment, um ihm zu folgen. Ich glaube, ich werde einen herausragenden Sterbenden abgeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit allem fertig werden kann. Ich über einen Gesichtsausdruck, den ich gleich anzuwenden, gedenke. Eine wirklich schlimme Nachricht verdauen. Noch zehn Minuten. Geht auch vorbei. Ich hänge seit einer Minute in einer Warteschleife ohne Musik oder sonstigem Signal. Ich bleibe mal am Apparat und schalte auf Lautsprecher. Eine weitere halbe Minute vergeht, dann ein Knacksen. Herr Weidner, höre ich mich plötzlich angesprochen. Ich reiße den Hörer von der Gabel, presse ihn ans Ohr und sage etwas atemlos, Ja, guten Tag, Herr Dr. Hostner und fahre mir mit der Hand durchs Haar. Ja, guten Tag, sagt er und klingt, als müsste er überall gleichzeitig sein. An irgendjemanden erinnert mich seine Stimme, irgendeinen Prominenten. So, die Ergebnisse sind jetzt da. Er klingt zum Verwechseln ähnlich, ich weiß nur nicht wem. Weidner, 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 ja, Peter, da haben wir's, sagt er suchend und findend. Ich höre, wie er den Auswertungsbogen mit meinen Blutwerten überfliegt. Das Rascheln verrät, dass er jetzt die zweite Seite durchsieht. Und jetzt klingt es, als blättere ihr ein halbes Buch durch, wohl, um mir einen Begriff von dem Umfang der Auswertung zu geben. Mhm. Ah, also, ihr Differenzialblutbild zeigt eine erhöhte Zahl an B-Lymphozyten an, ausgelöst durch das Epstein-Barr-Virus. Und ja, ich sehe da auch ihre erhöhten Leberwerte. Äh, Sie kennen das vielleicht unter dem Namen Pfeifersches Drüsenfieber. Pfeifersches Drüsenfieber? Frage ich verwirrt und ungläubig. Es klingt beinahe angeekelt vor Überraschung. Ist das die Schreckensbotschaft? Pfeifersches Drüsenfieber? Frage ich also gleich noch mal, noch etwas fassungsloser. Ich habe auch beim ersten Mal schon richtig verstanden. Aber unwillkürlich schüttle ich seine Aussage als völlig unmöglich mit dem Kopf ab. Dr. Horstner schweigt, bevor er antwortet, als hörte er Enttäuschung aus der Frage raus. Ja, aber das ist nicht so schlimm, das ist in drei Monaten wieder vorbei. So lang müssen Sie sich halt ein bisschen schonen. Ich unterbreche ihn. Jetzt will ich's aber genau wissen. Drüsenfieber, das ist ja lächerlich. Und mit Leukämie? Ist da nichts? Nein, überhaupt nicht. Der Kollege Wagenhorst hatte das ja hier in den Unterlagen notiert, aber das ist, also das ist hiermit ausgeschlossen. Bis jetzt befinde ich mich immer noch in vorgebeugter Sitzposition, in vorausgreifender Bestürzung. Aber mit dieser Aussage lehne ich mich schlagartig zurück und sacke in meinem Stuhl zusammen. Gut, antworte ich betäubt. Ich bin aber davon gekommen. Sonst, also bis auf das, ist auch alles okay? Ja, für Sie vielleicht noch interessant zu wissen, ähm, das Virus wird durch Schleimhautkontakt, Nase im Mund etc. übertragen. Und da haben Sie es sich womöglich auch geholt, sagt er zusammenfassend. Ja, weiß ich, das war's. All der Wahnsinn wegen nichts. Ich bin so ermahnt, dass ich kaum atmen kann. Bin ich jetzt enttäuscht? Mit in den Nacken geworfenem Kopf und halbgeschlossenen Augen atme ich tief ein und aus, als hätte ich einen tausend Meter Lauf hinter mir. Es müsste eigentlich eine Erlösung sein, nach einer Entwarnung. Gut, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Meine Stimme klingt wieder gefasst. Ich stütze mich auf den Schreibtisch auf, fahre wie eine Steinfigur für mindestens fünf Minuten in derselben Position. Dann lege ich meine Hand ruhig in den Schoß und hänge noch mal fünf Minuten dran und verbleibe in dieser Haltung. Langsam fange ich wieder an, mich zu bewegen und denke mir, dass ich mich unverändert fühle. Ich habe mich nicht verändert. Ein paar Minuten später gehe ich gemütlich zum Klo, knie mich sorgfältig davor und schon schießt mir Erbrochenes mit einem krampfigen Geräusch aus dem Mund und gleich auch noch aus der Nase und klatscht derart heftig gegen die Schüssel, dass mir der gallige Schleim gemischt mit Wasser zurück ans Kinn spritzt und langsam runterrinnt. Schnell bin ich leer gewürgt, drücke die Spülung, werde davon nass gespritzt, weil ich zu blöd bin, meinen Kopf zu heben, während das Wasser durchrauscht, kotze gleich noch ein bisschen gelbe Gallensuppe, die ich sogleich ebenfalls wegspülen möchte, aber das Wasser hat noch nicht genügend Druck. Wie machen Bulimiker das? Sie jeden Tag erbrechen, mehrmals. Ich bin nach dem einen Mal schon ziemlich erledigt. Ich spucke abschließend noch mal ins Klo, während ich mich erhebe, dann wasche ich mir Gesicht und Hände und sehe mich mit spöttisch gespitztem Mund an. Ich lerne auch überhaupt nichts dazu. Dann hat die Spülung wieder genug Druck und ich betätige sie halbherzig. Ich flüstere apathisch, ich bin intakt und nichts erscheint mir wertloser. Eine Lappallie? In meiner Persönlichkeitsstruktur ist wenig Platz für Sentiment. Genau das meine ich. Eine Existenz mit beschränktem Aktionsradius. Ich stürze den Rest der zweiten Wasserflasche hinunter. Okay. Ende. Ich packe Wäsche und Kleidung für drei Wochen in meine große Tasche, Pass, Kreditkarte und verlasse die Wohnung. Keine zehn Sekunden stehe ich vor dem Haus, als sich ein Taxi nähert von Südwest. Ich winke ihm zu, es bleibt stehen. Ich erkenne, das Fahrzeug ist unter aller Sau ungepflegt und der Fahrer sieht plapperhaft aus. Egal. Kontakt zum Flughafen, bitte, sage ich und werfe meine Tasche auf die Rückbank und steige ebenfalls hinten ein, hinter dem Beifahrersitz. Ist recht, sagt der Fahrer Ende 50 und verschluckt sich an nichts Ersichtlichem. Eigener Spucke? Was mich sehr freut. Er sucht einen Gesprächseinstieg und findet einen, den ich für ziemlich lahm halte, indem er fragt, und wo fliegen sie hin? Keine Ahnung, ich sehe, welcher Flug als nächstes geht und den nehme ich, sage ich, während ich prüfend in die Innentasche meiner Jacke greife und Portemonnaie und Pass erfolgreicher taste. Und übrigens, das geht dich gar nichts an? Das ist ungewöhnlich, entgegnet der Taxifahrer erstaunt. Schnauze. Ja, mal sehen, wohin es mich führt. Ich hoffe, er fragt jetzt nicht nach irgendwelchen Gründen. In einer Viertelstunde sind wir da, wird mir von vorne als Zwischenmeldung zugeworfen. Falsch, du Hirni. In 17 Minuten und 44 Sekunden sind wir da. Ich behalte das für mich und werde zum Ja-Sager. Lächle, ohne dabei die Augen zusammenzukneifen. Ein kurzer, durchsichtiger Plastikhalm liegt auf der Fußmatte des Sitzes neben mir. Ich sehe die überall im Wagen angebrachten Nichtraucheraufkleber und frage, stört es sie, wenn ich rauche? Er sagt, eigentlich sei das in diesem Wagen nicht erlaubt, aber er mache bei mir eine Ausnahme. Geht schon klar. Er sagt, machen Sie ruhig, woraufhin ich vehement ablehne, großzügig, muss auch mal ohne gehen und so einen Blödsinn sage. Das findet er sehr nett von mir. Ich auch. Er fängt erneut frohen Mutes von etwas zu reden an, obwohl ich ihn nicht um Informationen gebeten habe. Mein selektives Zuhören gibt Entwarnung und während ich an Astrid eine SMS tippe, um unseren tollen DVD-Abend morgen abzusagen, denke ich mir, ach was, heute lasse ich die Sau raus und mache auch gleich noch Schluss mit Lea. Lea ruft endlos oft an. Wie geht es mir? Wollen wir mal wieder? Ich hab dich lieb. Eigentlich verhält sie sich ja genauso, wie ich es mag. Mich bedingungslos mögen. Leider mag ich sie nicht. Aber bevor ich Lea abschieße, mache ich Bombenstimmung hier im Taxi zur Feier des Tages noch ein weiteres Fass auf. Während wir auf die Autobahn biegen, sage ich also höflich, während sie ich lege 20 Euro drauf, wenn sie nicht mehr mit mir reden und kein Radio laufen lassen und keinen Sprechfunk. Einfach stille. Okay? Gekaufte Ruhe. Ich lächle, als wäre er der Heiland. Und ich auch. Er nickt, sieht mich mit schockierten Augen durch den Rückspiegel an. Beleidigt, vorwurfsvoll, als wäre er der letzte Abschaum für mich. Ich hatte mehr Aggression erwartet. Und während ich mein Lächeln widerlich arrogant in sich zusammenfallen lasse, schofe mich selbst wie eine Übung, merke ich, dass er tatsächlich der letzte Abschaum für mich ist. Ich glaube, mein Demutsmodulator funktioniert nicht mehr. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, mein Anstandsregulativ ist ebenfalls definitiv hinüber. Jeder wird behandelt, wie er es verdient, aber ich zahle dafür, kaufe mich frei, wie ich für alles bezahle, was ich möchte. Während nun endlich angenehme Ruhe im Wagen herrscht, wäge ich den Text für die SMS an Lea ab. Variante 1 Hallo Lea, habe lange darüber nachgedacht, glaube aber, dass wir zu verschieden sind und ich das nicht auf die Reihe kriege. Sorry. Variante 2 Es ist zu offensichtlich, dass uns nichts verbindet, du hohlen Nuss. Über meine Entscheidung, den Kontakt zu dir mit sofortiger Wirkung abzubrechen, musste ich folglich keine Sekunde nachdenken. Ich empfehle dir dringend, keine weitere Zeit mit mir zu verschwenden. Ich würde dich nur sexuell benutzen, vielleicht mehrmals, mit freundlichen Grüßen und so weiter. Trostloserweise entscheide ich mich für erstere Variante und schicke sie ab. Bislang habe ich die Beziehungen immer im direkten Gespräch am Telefon beendet, aus Vorsicht. Wenn ich meine Gründe nicht ausgiebig und schlüssig erläutere, halte ich vereinzelte Vergeltungsschläge nämlich für nicht ausgeschlossen, aber jetzt, hey, ist es auch schon egal. Ich verlasse ja das Land. Wir sind gleich da. Es ist halb elf. Wetter, ein Traum in hellblau. Ganze zwanzig Sekunden nach Absenden der SMS klingelt, mein Telefon ist leer. Sie ist außer sich. Sag mal, was soll das denn? schreit sie mich an, entrüstet. Glaubst du, du kannst mich so einfach mit einer SMS abspeisen oder was? Ja, sie scheint offenbar nicht zu bemerken, mit dieser Reaktion um die Richtigkeit meiner Entscheidung zu unterstreichen. Lea, wir haben uns neun, ähm, zehnmal. Huh, eigentlich ganz schön oft. Elfmal, geifert sie dazwischen. Bin erstaunt. Führt sie auch Liste? Äh, ja, elfmal getroffen. Ich weiß jetzt nicht, was das hier soll. Bleibe ich ruhig und wieder treffe ich den Blick des Taxlas im Rückspiegel, der Verhalten mit dem Kopf schüttelt. Du weißt nicht, was das hier soll? Sag mal, spinnst du? Sie steigert sich rein. Darauf ich in der Absicht, es nicht zu kompliziert zu machen. Könntest du gleich sagen, ob jemand der Richtige ist und muss das dann zwingend verbindlich sein? So ist es halt bei mir nicht. Soft die Spruch. Ich beobachte die Terminals eins und zwei, an denen wir gerade vorbeifahren, bemerke mein Augenzucken und merke vor allem, wie ich mich schon daran gewöhnt habe. Zentralbereich, bitte, flüstere ich zum Fahrer vorgebeugt und die Muschel zuhaltend. Ich glaub, du spinnst, das hab, sagt Lea. Ich fahre dazwischen, was ich eigentlich für nicht ratsam halte. Normalerweise würde ich mir alles anhören und das Ganze so lange durchkauen, bis sie sich beruhigt hat. Sonst droht tagelanges Nerven. Aber ich bin nicht allein und wir sind jetzt da im Zentralbereich des Franz-Josef-Strauß-Airports. Was für ein Name! Bettina, ich bedauere wirklich, wer ist denn Bettina? fragt, ach ja, Lea, oh Mist. Äh, Lea, äh, entschuldige, ich bedauere wirklich, dass du wegen mir so aufgeregt bist, aber ich leg jetzt auf, sage ich schließlich. Extra cool. Je echauffierter dein Gegenüber, desto lässiger du selbst. Und weg ist sie. Ich hab sie weggedrückt. Eine weitere gute Tat am heutigen Tag. Ich häuspere mich. 7810 steht auf dem Taxameter. Einen Hunderter in Richtung des Chauffeurs halten, er nimmt ihn patzig kein weiteres Wort. Tasche greifen, Tür auf, raus, Tür zu. Verschmitztes Lächeln auf dem Weg in die Schalterhalle, als ich daran denke, dass mir als erstes die verblüffende Ähnlichkeit von Leas Achselfalte mit einer Vagina aufgefallen war, als sie sie vor mir auszog. Dass mir sonst nichts weiter zu ihr einfällt, gibt mir mittlerweile nicht mehr zu denken. Jeder hat seine Qualitäten. Rosa farbene Tageszeitungen in den Händen von Herren aus fernen Ländern. Die fallen mir als erstes auf, als ich die Eingangshalle des Flughafens Zentralbereich betrete. Ich schaue hoch zur Anzeigentafel der Abflüge. Ein Update rattert durch. Alle Buchstaben verschwimmen schnell, um sich sofort wieder neu zu ordnen. Kopenhagen, Mallorca, Saarbrücken, Departure, Zeitgleich in drei Minuten, etwas zu knapp. Ich rutsche einige Zeilen nach unten, Mallorca, Lyon, Ankara, nochmal Mallorca in einer halben Stunde, Düsseldorf, Bukarest, New York, Hamburg, Istanbul. Stopp, Moment, New York, das nehme ich. Noch vierzig Minuten bis zum Abflug. Ich erkundige mich bei einem schwulen Deckhengst am Schalter, ob noch ein Platz buchbar ist. Ja, und ein Platz in der ersten Klasse sei noch frei. Wahrscheinlich sind noch zehn Plätze frei, das darf er aber nicht sagen. Direktbuchung ist unsagbar teuer, auch weil es ein Einfachticket ist. Rückflugtermin lasse ich mir offen, gebe meine Kreditkarte nicht raus, zahle bar. Als ich ihm die Scheine reiche, 1776 Euro, gibt's ja nicht, hab's passend und das Portemonnaie ist wieder schön leicht, geht mir durch den Kopf, dass ich für diese Summe schon eine halbe Pistole auf dem Schwarzmarkt bekomme. Während er alles eintippt, um meinen Coupon auszudrucken, werfe ich einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist. Zwischen Socken und Schaftkante, das sieht unmöglich aus, aber alles gut. Sie hängt drüber. Dann selbe Prozedur mit dem rechten Fuß. Da muss ich nacharbeiten. Ich zupf an der Hose zweimal, bis alles okay ist. Der warme Bodenpersonalbruder reicht mir Ticket und noch was. So, alles klar, Herr Weidner, Sie können gleich zu Geld 41 gehen, vorne links durch und dann geradeaus guten Flug. Danke, du Tocke. Endlich geht das Boarding los. Selbe Prozedur wie immer. Alle sofort auf den Beinen, geil darauf, in der Schlange zu stehen, das Übliche. Mein Vater geht an mir vorbei. Ich sehe ihm nach. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Dadurch ausgelöst, muss ich daran denken, wie es im Aufenthaltsraum des Krankenhauses aussah, in dem er lag. Am Tag vor und am Tag nach seinem Tod war ich im Studio. Ich glaube auch an dem Tag selbst, vormittags. Um 15.10 Uhr starb er. Ich stand daneben. Ich habe nicht geweint. Tränen und Trauer sind pure Egozentrik. Keiner in meinem Umfeld hat etwas von seinem Tod mitbekommen. Verspürte kein Bedürfnis, mich jemandem mitzuteilen. Verspüre ich nie. Und wollte ihre Arbeitskraft nicht durch ihre Pflichtanteilnahme schmälern. Hauptsächlich aber wollte ich vermeiden, dass mir jemand sein Beileid ausspricht. Sich dafür bedanken zu müssen, ist überflüssig und peinlich. Ich würde sicher nicht diesen idiotischen Blick heucheln. Die Mischung aus Trauer und Dankbarkeit, beides blitzschnell abgerufen. Egal, ob dir gerade danach ist oder nicht. Ja, danke. Nein, danke. Es ist wirklich eisig hier. 41 zähliert sich. Ich stehe auf, beende meine Exkursion, stelle mich in die Reihe, die nur noch aus vier Personen besteht, zücke meine Bordkarte und es ist fast, als wären all meine Gedanken von einer Frage ausgelöst worden, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Als die Lufthansa-Maschine keine 20 Minuten später Richtung JFK Airport abhebt, höre ich mit halbem Ohr einer lahmen Unterhaltung zu. Ich sehe mich im Flugzeug um. Alles hustet und prustet, streng bronchial. Ein einziges Nasehochziehen, Niesen und Feuchtschnäuzen, eine fliegende Krankenstation, abstoßend. Meine Sitznachbarin lacht, als ich ebenso wie sie eine Cola Light bei der Stewardess bestelle. So ein Zufall. Sensation. Eine Menschenallergie wird schlimmer. Außerdem, die Dame neben mir strotzt vor Energie. Beim nervösen Übersprungsgähnen bewegt sie ihre vorgehaltene Hand wie ein Indianer beim Kriegsgeheul. Alle, die hier sitzen, haben einen Grund zu leben. Das ist faszinierend. Jeder ist ein Ich. Wenn ich nur darüber nachgrüble, warum ich Ich bin und der neben mir auch ein Ich ist, werde ich fast wahnsinnig. Dabei wird mir klar, wie relativ unlogisch eine Aussage wie zum Beispiel vor 70.000 Menschen auftreten ist oder eine Sendung, die eine Einschaltquote von 20 Millionen Zuschauern hat. 20 Millionen Zuschauer. Man wird immer nur von einem Individuum wahrgenommen, egal wie viele daneben noch teilhaben. Das Kollektiv gibt es nicht. Exakt siebeneinhalb Stunden sind vergangen. Rechts unten ist angeblich gerade Grönland. Wir sind mitten im Hauptgang der zweiten Hauptmahlzeit. In diesem verdammten Flieger ist es so kalt, dass sich die Luft weiß anfühlt. Vielleicht fängt es gleich noch an zu schneien. Steht heute auf meiner Stirn, sprich mich an? Dafür, dass die Olle neben mir so überdreht ist, hat sie mich lange in Frieden gelassen. Dann fragt Tante hektisch etwas konfus. Was machen Sie in New York? Ich habe Darmkrebs im Endstadium und ich möchte einmal im Leben New York gesehen haben. Ich schaue sie nicht an. Ich schaffe ein erstaunlich beiläufiges Kopfschütteln, mache dabei meine Lippen dünn. Dann sage ich, stört es sie, wenn ich rauche? Kapitel 11 Sunshine Du bist zum fünften Mal in New York. Du checkst im Four Seasons ein. 57 East, Ecke 57. Das Foyer ist und bleibt einfach zu dunkel. Das Dekor zu altbacken. Aber die Gewohnheit. Hauptsaison, froh überhaupt, ein Zimmer zu bekommen. 45 Quadratmeter Suite. Was genau ist eigentlich Art Deco? Klimatisierte Luft, etwas parfümiert, dicker Teppich, hochflorig, riesiger Flat Screen. Du stellst die Tasche neben der Badezimmertür ab, ziehst den Bettbezug runter und die Matratze erzählt dir eine Geschichte aus Blut, Sperma, Urin, Schweiß, Eiter, Scheiße, Scheidenflüssigkeit, Speichel und vielleicht auch verschütteten Getränken. Hast vergessen, nach dem Adapter für den Rasierapparat zu fragen. Nein, nicht vergessen, dafür ist morgen noch Zeit. Du wohnst im neunten Stock und weißt, du wirst so oft wie möglich die Treppe nehmen, um deine Kondition nicht zu verlieren, egal wie lange der Aufstieg wegen deiner Krankheit auch dauern mag. Du gehst ins Bad, pisst im Stehen, was du daheim nie machen würdest, duschst, verlässt das Hotel, draußen ist schon Nacht. Radio City Music Hall, Sit-Ups, dir geht's besser, niemand weiß, wo du bist, MoMA, drei neue Songs, Rockefeller Center, erstes leichtes Jogging, Augen zucken unverändert, Empire State Building, hat 64 Aufzüge, Liegestützen, Stretching, redest kein Wort tagelang, stimme heiser, wenn du einen Sprechtest machst, hallo, hallo, Test, Test, ach, leg mich, immer wieder fasziniert, wie schnell das geht, Stimmbandmuskelrückbildung. Du läufst und läufst, New York, Walking City, nur zu Fuß, nach einigen Tagen blendest du alles aus, das getöse Verkehrkrach, eine Kakophonie aus Baulärm und Gerede, Hektik und Dichte, Teer, Staub, das Durcheinander, die Aasgeier von Pennern, die überall herumlungern, die Aufdringlichkeit der Abgaseessensgerüche, der Würstchen, Pizza und Hotdogstände, Parfum, Schweiß, Mensch, brodelnder Tumult. Du passt dich der Umgebung an, indem du dich abschirmst, hast das erholsame Gefühl, niemanden um dich zu haben. Du bist ein Stadtmensch, nur in einer Großstadt kann sich der Geist entwickeln, sich vollsaugen, und nun, im Hotelzimmer, erinnerst du dich daran, wie sehr du die Natur hast, weil sie dir unheimlich ist, weil du sie nicht fassen kannst, fühlst, ihrem Ausmaß nicht Herr werden zu können, meidest sie. Sie erschöpft dich durch ihre unerträgliche Größenordnung, sie ist nicht gezähmt, unbeherrschbar und nicht begreifbar, nicht greifbar. Kleinigkeit essen oder duschen? Neun Songs schreiben oder fünfhundert Sit-Ups? Lesen oder um den Block laufen? Beweg dich, Arschloch, beweg dich! Vielleicht wirst du verrückt, wirst langsam wahnsinnig und schaust dir selbst dabei zu, gefangen im eigenen Hirn. Eine Woche lang geht die Sonne immer wieder auf und unter. Du isst zweimal in Folge im Restaurant des Hotels zu Abend, hast das nachhaltige Gefühl, bei vollkommenem Bewusstsein tot zu sein, was nicht stimmen dürfte. Sitzt heute, vom Eingang aus gesehen, am achten Tisch von rechts. Du bist allein. Das ist das Wichtigste. Du teilst nichts mit niemandem. Trost. Wetter in Manhattan wechselhaft. Kaufst warme Jacke, hast keine dabei. Du bist auch nur ein Mensch, also nach weiteren neun Tagen steckst du ihm einen Fuffi zu und bestellst über den Portier, aus Sicherheitsgründen, wer weiß, was hier so rumfleucht, eine Escortschlampe. Teilst ihm deine Anforderungsliste mit Haarfarbe, Körpergröße und so weiter und wichtig, volles Programmkompatibel. Was heißt Fresse halten auf American English? Shut up, bitch, please. Sie ist feucht wie ein Kiesellaster. Die USA sind das Dienstleistungsmecker. Brav. Du wischst dir deine Hand unauffällig an ihrem Oberschenkel ab, indem du tust, als würdest du sie streicheln. Der Rest trocknet so schnell, wie Muschisaft eben trocknet. Nichts trocknet schneller. Außer Wasser auf Regenschirmstoff. Sie fragt, Do you want them hard or soft? Du hast keine Vorstellung, was sie meinen könnte. Du fragst nach. Sie sagt es dir. Dann sagst du, Ah, soft. Sie geht ins Bad und föhnt sich ihre Silikontitten. Insgesamt dreieinhalb Wochen war ich in New York, erzähle ich meiner Mutter am Telefon, als ich schon wieder drei Tage zu Hause bin. Schön war's, füge ich hinzu. Ich sitze in meinem Café zum Frühstück. Der Jetlag ist erträglich. Nein, klar, dann lass uns nächste Woche essen gehen, sage ich zu meiner Mutter. Ach, sonst gab's nichts Besonderes. Ich kann dir ja dann, wenn wir uns sehen, erzählen, wie's in New York war. Der Irrglaube an einen Ortswechsel als die Lösung aller Probleme. Reisen dient lediglich der Produktion von Erinnerungen, die später, je nach Bedarf, positiv oder negativ verstärkt abrufbar sind. Das tatsächliche Ausführen einer Reise ist viel profaner als die Rückschau Glauben macht. Man erinnert sich an den monumentalen Eindruck eines ach so beeindruckenden klassizistischen Gebäudes und vergisst dabei, dass es scheißkalt war, der Busverspätung und man selbst heftigen Durchfall hatte. Meine verdauung in New York war ausgezeichnet. Ja, tschüss, Mutti. Ich muss blinzeln. Ein verglastes Bürogebäude reflektiert die gleißende Sonne. Ich bin auf dem Heimweg und hoffe, Viktor wiederzutreffen. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Da ist er. Er sieht mich. Ich Idiot winke. Er läuft auf mich zu. Jetzt erkenne ich, dass etwas nicht stimmt. Was ist das? Ich sehe, es ist etwas mit seinem Auge. Sein linkes Auge gibt es nicht mehr. Mein Gott. Er kneift es zusammen. Nur ein Schlitz hinter dem rotes Fleisch zu sehen ist. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Sonst läuft er ganz unverändert. Ich bekomme verschissene, feuchte Augen. Sein Auge ist weg. Er ist links blind. Was ist denn bloß passiert? Genau das frage ich ihn. Ich muss dauernd schlucken. Er umkreist meine Beine, als wäre nichts passiert. Er ist wie immer, hat was von einem Seeräuber, der seine Augenklappe vergessen hat. Ich gehe in die Hocke, rede mit ihm wie mit einem Kater, der sein Auge verloren hat, streichle ihn ganz vorsichtig. Ich bin völlig fertig. Ich bewundere ihn. Es scheint schon wieder einigermaßen verheilt zu sein. Das muss somit kurz nach unserem letzten Treffen passiert sein. Ich kann nicht aufhören, in diesem weinerlichen Tonfall mit ihm zu reden. Und ich kann nicht aufhören, davon auszugehen, dass ein Mensch das zu verantworten hat. Ich meide beim Streicheln die Gegend um die Stelle. Wunde ist es ja keine mehr. Er wird zu einem kleinen Krüppel und der Jammerlappen hier bin ich. Wir ziehen unser Programm durch, unsere einstudierte Choreografie, er auf dem Rücken, rattern wie verrückt. Das ist schon fast kein Schnurren mehr, wo's die kraulen, Wangen massieren, ihm sagen, wie schön, lieb, gefährlich, schön, lieb, gefährlich, schön, lieb, gefährlicher ist. Ich glaube, das wird er am liebsten. Ich sage ihm, wie leid mir das tut, dann flüstere ich, Ui, bin du weich, was benutzt du denn für ein Shampoo? Mit, ja, wo ist er denn, Stimme? Ich sage auch immer dasselbe. Ich denke mir, dass er vielleicht versteht, was ich für einen Müll rede. Irgend so ein unzurechnungsfähiger Spastigit vorbei, macht mit, mit, mit und ahmt auch noch Miau-Geräusche nach. Heilige Scheiße, so was kotzt Katzen richtig an. Heute lassen wir uns richtig zeigen, für unsere Verhältnisse sind zehn Minuten ganz schön lang, und dann ist gut. Von ihm aus abrupt vorbei. Er hat Termine. Steht auf, was mich ebenfalls aufstehen lässt. Zum Abschluss schaut er mich nochmal an und kommt mit dem zusammengekniffenen Auge wie einer der Marx Brothers rüber. Ich sage zu Victor, bevor ich endgültig gehe, pass auf dich auf. Dann atme ich tief ein. Air Studios, London, 6. September. Ich drücke auf den Talkback-Knopf auf dem Mischpult. Super, Tina. Toller Take. Lass uns gleich noch einen machen. Bisher haben wir nämlich noch keinen einzigen verdammten, brauchbaren, winzigen Satz, den wir am Computer Silbe für Silbe zusammenschustern könnten, damit sie am Ende glauben wird, gerade eben echt geil gesungen zu haben. Okay, Vers 1, die ersten vier Zeilen. Und denk dran, Choice etwas kürzer, und in Satz 2 bist du immer timingmäßig etwas zu weit vorn. Okay? Okay, kommt. Ich klinge entspannt. Ich bin es nicht. Tina singt, rotzt, hups, trifft einen Ton, wer hätte das gedacht, und in Nullkommanichts haben wir nach nur eineinhalb Stunden bereits einen halben Satz, den wir verwenden können. Ich notiere mir diesen Zufallstreffer gleich mal im Textblatt, das auf meiner Seite des Mischpults liegt. Noch völlig ohne meine handschriftlichen Notizen zu den bisherigen Text, die wir verwenden könnten, wenn wir es uns antun wollten, die Fähigkeiten eines modernen Computers bis an dessen Belastungsgrenze auszureizen und zu editieren, schneiden, stimmen, schieben, anzugleichen und so weiter. Meine Güte, was würden wir bloß ohne dieses Wunderding tun? Wir haben dir das früher gemacht. Tina, eine Sängerin portugiesischer Abstammung aus irgendeinem trostlosen Seuchenkessel aus dem Ruhrpott, kam vor fünf Jahren zu uns ins Studio, die Freundin eines A&Rs Lebensgefährtinnen von A&Rs, wichtige und einflussreiche Spezies, hat sie auf dem Klo irgendeiner Disse kennengelernt, fand ihre Stimme hinreißend und schwupps stand Tina bei uns im Aufnahmeraum und wir nahmen einen Titel auf, den ich die Woche davor für einen Dance-Act geschrieben hatte. Und das Teil wurde doch tatsächlich ein europaweiter Hit, was ich für Tinas weiteren Lebensverlauf nicht unbedingt als vorteilhaft herausstellen sollte. Ihre Stimme war in der Tat sensationell. Damals. Damals vor fünf Jahren. Aber das ist ewig hier. Seitdem haben literweise konsumiertes Sperma, Alkohol sowie kiloweise Kokain und Nikotin ihre Stimme in ein dunkles, verlebtes, ratterndes, raspelndes Mutantenorgan verwandelt. Just und ich sehen ihr durch die Trennscheibe zu und können uns das Lachen kaum noch verkneifen. Sie sinkt aufgekratzt wie ein Zirkusbär auf Amphetaminen, hüpft durchgeknallt vor dem Mikro herum, was in so absurdem Gegensatz zu dem steht, was aus ihrem Mund rauskommt, dass ich mir fast in die Hosen mache, vor Wut. Sie verschwendet meine Zeit. Sie ist jetzt Mitte zwanzig und sieht aus wie eine abgehalfterte, früh gealterte, syphilitische Cracknutte, die komplett den Verstand verloren hat. Wobei man der Fairness halber sagen muss, dass es da nicht viel zu verlieren gab. Natürlich glaubte sie seinerzeit, als der Song zum Hit avancierte, endlich das Große losgezogen zu haben, dachte, es würde von nun an ewig so weitergehen. Limousinen-Service, teure Hotels, Spesenbudget-Vorschüsse, Videodrehs, Aufmerksamkeit, Arschkriecher und Speichellecker, das war erst der Anfang, jetzt geht's erst richtig los und so ein Unfug. Ausgelöst durch ein kleines Dreieinhalb-Minuten-Liedchen, das sie in nicht mal einer Stunde eingesungen hatte. Jeder Sänger, dem das Schicksal kurzzeitig in Form einer einstelligen Chartposition zulächelt, ausnahmslos jeder, glaubt, den Durchbruch wirklich verdient zu haben. War ja nur eine Frage der Zeit. Denn jeder Künstler ist überzeugt, er sei etwas Besonderes und der Erfolg allein auf die Großartigkeit seines Beitrags zurückzuführen. Keiner kommt auch nur im Entferntesten auf den Gedanken, dass es tausender Zufälle und ineinander wirkender Fügungen bedurfte, damit die korrupten und gleichzeitig willkürlichen Mechanismen des verfilzten Musikbusiness ihn jetzt im Scheinwerferlicht seiner 15 Minuten Ruhm erstrahlen lassen. Niemand denkt sich, wow, wow, was für abartiges Glück. Aber die Regel ist nun mal, es dauert nicht lange und alles ist wieder beim Alten. Wenn nicht noch schlimmer. Tina schaffte es nicht nur, das viele Geld, das sie mit Lights Go Down verdient hatte, zu verpulvern, nein, sie brachte es doch tatsächlich irgendwie fertig, trotz des massiven Geldzuflusses am Ende finanziell schlechter dazustehen als zuvor, nämlich total verschuldet. Sie verpulverte ihre Kohle für den üblichen Bullshit, monatelang durchgebuchte First-Class-Hotels, in denen sie nicht eine Nacht verbrachte, Drogen, Suff, Klamotten, Eklat, irgendwelchen missratenen Freunden Geld leihen, Freunden, die so sind wie sie, abschaum. Meine Ansicht geliehenen Geldes ist nur der würdig, der einen niemals darum bitten würde. Urlaubsreisen im großen Stil, Dauerpartys und so weiter. Wäre sie nur ein kleines bisschen weniger verblödet, könnte sie heute in Ruhe mit einem gesunden finanziellen Polster weiter an ihrer Karriere arbeiten und entspannt in die Zukunft blicken. Stattdessen bläst sie jetzt die Schwänze verschiedener Idioten, um im Gegenzug durchs Leben finanziert zu werden. Sie ist am Ende. Ich höre wieder zu, was sie gerade in die Membran des Brauner spuckt. And so we met what we had all. Oh Gott, ist das furchtbar! Sie spricht das eine Wort schon wieder falsch aus, betont eine Zeile komplett daneben, hat die Melodie von Satz 4 nicht kapiert, intoniert wie eine Taubstumme und hat sich einen feuchten Kehricht auf dieser Session vorbereitet. Ich brauche eine Pause, sonst kröpfe ich sie. Das hier ist nichts als eine einzige persönliche Beleidigung. Lass uns eine kurze Pause machen in Ordnung. Kommst du mal rüber, sage ich zu ihr. Sie nimmt ihren Kopfhörer ab, legt ihn auf die Notenständer, er fällt runter, sie ignoriert das und tritt zu uns in den Kontrollraum. Sie fliegelt sich auf die große Ledercouch in der Nordostecke der Regie. Ich sage nettes Zeug zu ihr, mein obligatorisches »Wie super das wird« Gerede. Es bleibt nicht aus, denke ich mir, als sie darüber zu berichten beginnt, jetzt auch selbst Songs zu schreiben. Das ist komischerweise bei fast allen Sängern so. Sobald sie einen Hit hatten, glauben sie automatisch, das auch zu können. Wo in drei Teufelsnamen ist das Problem? Presley, Sinatra, Houston, alles nur Interpreten. Und keiner käme auf die Idee, ihnen vorzuwerfen, sie wären keine großen Künstler. Könnten wir jetzt bitte weitermachen mit meinem Song? Ich stehe auf. Glaube, dass es der Anstand bereits zulässt, eine Aufforderung, es mir gleich zu tun. Geschlagene vierzig Minuten später. Sie lässt jetzt kräftemäßig hörbar nach. Mist, ich brauche noch einige Sätze. Da habe ich noch keine verwendbaren Aufnahmen. Also werfe ich ihr ein Leckerli hin, damit sich ihre Millisekunden- Aufmerksamkeitsspanne wieder regeneriert. Super! Das war absolut der Wahnsinn! So geil! Geil! Das haben wir jetzt erst mal. Gehen wir gleich zum nächsten Refrain und den AdLabs. Sehr viel später, draußen ist es bereits dunkel, habe ich den neuen Titel im Kasten und schmeiß sie raus. Das wird gar nicht. Zwei ereignislose Wochen später, vielleicht auch zweieinhalb. Was ist das in Litern Evian? Was ist das in Trainingseinheiten? Was ist das in neu geschriebenen Songs? Was ist das in Anzahl vollzogenen Geschlechtsverkehrs? Was ist das in Quadratmetern geputzter Wohnfläche? Was ist das in Litern superbleifrei? Was ist das in Euroverfressenen Essens? Was ist das in Sekunden? Es ist der 23. September. Draußen fühlt es sich herbstlich an. Tamara und ich sitzen im Tantris. Hier drinnen sieht das Licht irgendwie unwirklich aus. Ich schaue zu der Frau, die mir gegenüber sitzt. Ihr Mund bewegt sich. Ich höre sie nicht, sondern starre sie an, um mich zu vergewissern, dass ich dieses und jenes versäume. Und verwundert denke ich mir, wie gibt's das? Mir sitzt eine Frau gegenüber, und ich halte sie schon mal grundsätzlich für den Feind. Sie entschuldigt sich, geht auf. Ich schenke hier einen Augenblick der Aufmerksamkeit, ein verständnisvolles Lächeln. Überlege kurz, ob ich einfach abhauen soll. Kann ich nicht bringen. Aber das wäre doch mal was. Taschencheck. Beim Handy, beim Geldbeutel, beim Autoschlüssel, gut. Kurz denke ich, ich höre Stimmen. Spiele ich mir einen blöden Streich? Ich bin gereizt. Sehe wieder umher. Sie kommt zurück. Der Blick, den man sich zuwirft, während man selbst sitzt und die Person auf einen zuschreitet, ist gar nicht so leicht zu bewerkstelligen. Lächeln ist nie falsch. Ich zwinge mich wieder in eine andere Erscheinung. Ich greife nach meinem Glas und führe es an den Mund, ohne zu trinken. Ich denke, alles einfach hinnehmen. Sie labert etwas, das mir eine Reaktion abverlangt. Ich arrangiere mein Gesicht für einen weiteren beipflichtenden Kommentar. Ja, aber wirklich. Und nicke. Gleich anschließend schüttle auch ich den Kopf, als haute es mich völlig um. Ich spiegle ihre Bewegungen. Damit liegt man immer richtig und sorgt für eine entspannte Grundstimmung für sein Gegenüber. Sie schließt einen Satz gerade mit einem Zwinker-Zwinker ab. Ich gebe mir die Anweisung Vorsicht. Das bitte nicht spiegeln. Diese Unterhaltung ist definitiv zugelassen für alle über Fünfjährigen. Apropos. Tamara Fendt, 28 Jahre, Nummer 37. Nach Lea ist sie mit sieben Dates die Nummer zwei in meiner Liste. Die Proportion Brüste zu Hintern ist stimmig und wie sie die Sektflöte hält, belegt, dass sie weiß, wie man einen Schwanz richtig anfasst. Denn wie auch zwischen der Handhabung von Essbesteck und dem IQ, besteht da ein Zusammenhang. In ihren dunkelgrünen Augen erkennt man das Funkeln überbordender Energie, die Energie des blanken Schwachsinns. Sie arbeitet bei einer Filmfirma, Mark Black Eyed Peas immerhin, Schreck 1 und 2 immerhin revidiert und lebt gern auf dem Land, da man sich dort auf der Straße noch grüßt, also wenn man kein Schwarzer, Schwuler oder Atheist ist. Bislang war ich nur einmal bei ihr. Tamaras kuscheliges, edelrenoviertes Bauernhäuschen liegt sogar noch einen halben Kilometer abseits des kleinen 800-Seelen-Kaffs, direkt an einem Waldstück, total abgeschieden. Das wäre mir fast zu unheimlich. Tamara hat heute eine neue Frisur, die die Heidi Klum vor vier Tagen bei Beckmann getragen hat. An Tamaras Tonfall kann ich erkennen, dass eine aktive Beteiligung meinerseits an diesem Gespräch erstmal nicht erforderlich ist. Die nächsten 30 Minuten auch kein einziges Mal sein wird. Aus irgendeinem Grund blendet sich um mich herum alles aus, ohne Vorwarnung, und ich kann ganz plötzlich nur noch im Futur denken, so ungefähr wie Irgendwann fliegt alles auf. Ach was. Tamara wird auch heute Nacht glauben, sie würde dir etwas bedeuten, weil Menschen sich selbst immer für wertvoll und würdig halten. Sie sind von sich eingenommen. Nicht mal, wenn du sie anschließend entsorgst, wird sie kapieren, dass es dir egal war, mit wem du geschlafen hast. Sie ist simpel. Sie ist der verdammte Durchschnitt. Irgendwann fliegt alles auf. Dreieinhalb Minuten Songs schreiben. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich da tue. Ach was. Denk einfach daran, wir sind alle Schauspieler, die ihre Rolle durchziehen. Talent zu haben heißt, keine Wahl zu haben? Etwas Pragmatismus bitte. Es geht nicht um Talent, es geht um Ambition, es geht nicht um Genie, es geht um Penetranz, den unbedingten Willen, etwas zu schaffen. Also beruhig dich. Irgendwann fliegt alles auf. Nichts da. Fickt euch. Irgendwann fliegt alles auf. Nichts da. Fickt euch. Dass ich ein Hochstapler bin. Tamara greift mit ihrer Gabel auf meinen Teller, spießt ein Stück meines Essens auf und schiebt es sich in den Mund. Ich sehe nicht genau hin, tue ganz natürlich, als freute ich mich darüber. Ich weiß, es ist ein Test, ob es mir was ausmacht. Wir haben beide das gleiche Gericht auf dem Teller. Mir fällt fast das Messer aus der Hand, als Tamara, richtig Tamara, ich war schon wieder bei Astrid, mich mitten beim Dessert mit einer Frage aus meinen Gedanken reißt. Stellst du mich denn mal deiner Mutter vor? Ich laut? Was? Stille. Ich starre sie an. Mein Was? Klang zu entsetzt. Zu verblüfft. Aber was gibt's dazu sonst noch zu sagen? Wann stellst du mich denn mit einer Mutter vor? Fragt sie erneut, zuckersüß lächelnd. Ist das ein weiterer Test, oder was? Das hatte ich ja noch nie. Ich bin doch keiner der Jungs, der seiner Mama was von seinem Liebesleben berichtet. Das wäre ja furchtbar. Ich will auch nichts von ihrem Wissen. Meine Güte, was sage ich jetzt? Wie kommst du denn darauf? Ich meine, ich will ja deine Eltern auch nicht kennenlernen. Oh, verdammt, das war der falsche Spruch. Oh, verdammt, ich bin so blöd, ich bin so blöd. Wie konnte ich nur sowas rauslassen? Ich krümme mich innerlich, während ich einen Tobsuchtsanfall erwartend mit demem 이상. Ich bin so blöd, Meine Tarnung, meine Tarnung, meine Tarnung, ich verliere langsam meine Tarnung. Aber nichts. Einfach nichts. Tamara isst wortlos lächelnd weiter ihre Nachspeise, schaut mich an, kneift ein paar Mal die Augen zusammen, was irgendwie kurzsichtig wirkt, sieht herum, mich wieder an und wieder umher. Nichts. Das ist besonders perfide. Lediglich die vornehme Umgebung des Restaurants ließ sie eine Schimpftirale unterdrücken, zunächst zumindest. Der vorhergeahnte Gefühlstornado bricht über mich herein, während wir vor dem Lokal stehen. Ich wünschte, sie wäre nur erbost, aber sie ist außer sich. Bedauerlicherweise kann mich keine Frau provozieren, mit ihr zu streiten, da ich immer daran denken muss, dass wir alle bald sterben werden und mich das aktuelle Thema überhaupt nicht juckt. Sie tobt aber auch so unkreativ, ein bemitleidenswert mickriges Repertoire an Kraft ausdrücken, mit zahlreichen Wiederholungen. Ich verlagere mein Gewicht von einem Bein auf das andere. Camille und Dromedar. Der Unterschied? Wer hat einen, wer hat zwei Höcker? Bin nicht sicher, nicht mal das, tu liebe Zeit. Ich fass es nicht, ich fass es einfach nicht, faucht sie erregt. Tamara und ihr nettes, kleines Ein-Mann-Stück. Völlig unabhängig von ihr und ihrem Gesülze bin ich geladen. Sie spielt gerade die Verletzte. Gleich kommt wieder die empört Beleidigte. Mit den Händen demonstriert sie die Formen meiner Unverschämtheit. Das gibt den Ausschlag. Es ist eine generöse, weltmännische Geste, wie ich vor ihren Augen langsam meinen Geldbeutel aus der Manteltasche ziehe, einen Fünfziger rausnehme, ihr diesen in ihre linke Jackentasche stecke und mich mit den Worten »Nimm dir bitte ein Taxi verabschiede« umdrehe und gehe. Meine Welt zieht sich zu. Ich kann es spüren. Alles scheint noch kleiner und noch enger als noch vor wenigen Wochen. Was für eine dunkle Nacht. Ich gehe zu meinem Wagen, fühle mich missverstanden, nicht von Ta... Tamara, genau Tamara. Nein, ich kann nicht mal mehr meine Wohnung verlassen, ohne mich sofort über den ersten Menschen, der mir entgegenkommt, im Selbstgespräch auszukotzen. Er stört mich. Er missfällt mir mit seiner bloßen Existenz. Zwischen dem Wirrwarr von Gefühlen flüstere ich in Richtung Boden halb zu mir selbst. Wenn ich es schaffe, mich dran zu hängen, dann soll es so sein. Ich beschleunige mein Schritttempo, werfe einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist. Zwischen Socken und Schaftkante, das sieht unmöglich aus. Aber alles gut. Sie hängt drüber. Dann selbe Prozedur mit dem rechten Fuß. Auch okay. Zügiges Öffnen der Wagentür. Ich starte den Motor, wende, gebe Gas. Es geht nicht mehr. Ich halte es eben einfach nicht mehr aus. Ich mache das Radio an. I want to break free, läuft auf einem Privatsender. Sofort fesselt es mich. Ich erinnere mich. Dieser Song hat mich musikalisch entjungfert. April 1984. Ich stand auf der Hüpfburg eines Volksfests. Meine Playmobil-Stadt stand noch komplett aufgebaut auf dem Speicher. Ich musste sofort runter von der Hüpfburg zuhören. Ich konnte es nicht fassen. Noch nie hatte ich so tief empfunden. Auraler Orgasmus. Die Schönheit des Songs. Die Wucht des Sounds. Ich konnte es nicht fassen. War so ergriffen wie noch nie zuvor. Und nie wieder danach. Es gibt kein zweites erstes Mal. I want to break free. Was für ein Monument. Von diesem Tag an gab es nichts anderes mehr für mich als Queen. Freddy ist ein Genie. Er ist die Liebe meines Lebens. Dort ist das Taxi, in das Tamara eingestiegen ist. Ich hole auf. Ich glaube, die Menschen wissen gar nicht, wie großartig er ist. Und war oberflächlich, wie sie sind. Man müsste Kirchen für ihn bauen. Ich wollte mir zwölf sogar vorstehende Schneidezähne haben. Zwischen dem Taxi und mir ist ein silberner Peugeot perfekt. Abstandshalter und Sichtschutz. Ich bleibe dran. Ich denke jeden Tag an ihn. An sein Genie. Wenn es solche Genies auf Erden gab, kann man sich eigentlich gleich erschießen. Was soll man da noch hier? Gut, dass er tot ist. Wer braucht einen dicken, kahlen, altmodischen Freddy? Er hat alles richtig gemacht. Sogar sein Tod war gut getimt. Schön, wenn deine Zeit zeitgleich mit deinem Tod abläuft. Schlimm, wenn du dein Verfallsdatum überlebst. Ja, mit dem Notizbuch muss ich notieren. Schnell, sonst vergesse ich's. Ich mache das Leselicht an, blättere, suche eine noch weiße Seite. Es gibt aber nur noch vereinzelte freie Stellen. Muss bald ein neues Heft kaufen. Ich schreibe auf, während ich das Heft gegen das Lenkrad presse und gleichzeitig auf die Straße zu schauen versuche. Eine flüchtige Vorahnung dessen, was auf mich zukommt, ringt mir einen Seufzer ab. Ich drehe das Radio lauter. Der Song geht zu Ende. Ich folge dem Taxi. Der Peugeot ist mittlerweile abgebogen. Ich halte Abstand, starre auf den elfenbeinfarbenen Wagen vor mir und komme dabei plötzlich dem An-Nichts-Denken erstaunlich nah, was mich fast ein bisschen nachdenklich macht. Nach nicht ganz einer halben Stunde biegt das Taxi in den Waldweg, der zu Tamaras Haus führt. Ich halte Abstand. Ich parke in einer Waldschneise, schalte das Abblendlicht aus und warte. Nach drei Minuten fährt das Taxi an mir vorbei. Wieder zurück in die Stadt. Bemerkt mich nicht. Sein Reklameschild auf dem Dach leuchtet. Es ist wieder frei. Ich fahre los. Langsam und leise. Verdunkelt. Der Mond scheint gerade hell genug, um die Umrisse der schmalen Straße erkennen zu lassen und unfallfrei zu Tamaras Haus zu gelangen. Ich parke mit der Beifahrerseite genau vor ihrer Haustür. Öffne mit der entsprechenden Taste den Kofferraum, steige aus. Finsternis. Das Licht aus dem Kofferraum leuchtet umso heller. Ich greife nach dem hellbraunen Lederetui in der Vertiefung rechts hinter dem Radkasten. Öffne mit dem Daumen den Verschluss, ziehe das Messer heraus. Ich bin's. Dieses Zweiter-Weltkriegs-Armee-Ding von einem meiner Großväter. Drücke behutsam den Kofferraumdeckel zu. Er schließt leise von selbst. Klick. Klingle. Höre sie die Treppe runterlaufen. Höre ihre Stimme hinter der Tür. Hallo? Ich bin's. Ich klinge versöhnlich. Füge gleich hinzu. Peter. Ehrlichkeit kann ein Fluch sein. Ich klinge entschuldigend. Es tut mir leid, hauche ich nicht. Aber es wirkt so. Sogar wenn ich nichts sage, vermittle ich gute Absichten. Es wird ein leichtes sein. Die Schwingungen stimmen. Ich halte das Messer wie einen Blumenstrauß in meiner rechten Hand. Achtzehn Zentimeter geriffelte Stahlklinge. Überraschung! Sie hat keinen Türspion. Das Schönste an einem Streit ist der Versöhnungssex. Hab ich mal gelesen. Oder so ähnlich. Der Schlüssel wird zweimal umgedreht. Der Schlüssel bunt raschelt. Ich erkenne an diesem Geräusch, wie sie sich schweigend wundert. Was soll das denn jetzt? So in etwa. Schätze ich. Spüre ich. Ich halte das Messer jetzt hinter meinen Rücken. Das hier darf man nicht missverstehen. Das hier ist stellvertretend. Die schwere Holztür geht auf. Was machst du denn hier? Ich flüstere. Hi! Sehe mich kurz um. Mach einen schnellen Schritt nach vorne. Packe ihren Hinterkopf. Fühle Haare und Schädelknochen und ramme das Messer zwischen ihren Hals und ihr Kinn. Der Bruchteil einer Sekunde über den Kielkopf. Da rein, wo's weich ist. Mit Schmackes. Butterweich. Kurzes Stöhnen. Ich. Sie hingegen bleibt still. Ein ersticktes. Echt ziemlich blöd aus der Wäsche gucken. Gemischt mit sympathischem Entsetzen. Sonst kein Laut. Entspricht wohl der menschlichen Natur. Ja, es menschelt. Ich ziehe das Messer wieder raus. Mein Blick sagt, da schaust du was. Aber auch, bitte nicht persönlich nehmen. Sie steht noch. Greift mit beiden Händen an ihren Hals. Das dürfte nichts mehr nützen. Ich packe sie unter den Schultern und drücke sie in den Flur. Dabei reiße ich ihr mit der Klinge die linke Achselhöhle auf. Ein Versehen. Entschuldigung. Natürlicher Bewegungsablauf. Sie knickt in den Knien ein. Schockiert. Ich lasse sie auf den Boden fallen. Ihr Kopf knallt voll gegen den Naturstein gefließten Dielenboden. Was soll ich sie auch aufrecht stützen? Bringt doch nichts. Ihre Frisur hat jetzt nicht mehr viel von Heidi Klum neulich bei Beckmann. Ich stoße die Tür von innen mit dem Fuß zu. Muss dazu eines ihrer Beine aus dem Weg schieben. Ich beuge mich über sie. Sie fängt lautlos an zu... irgendwas. Einen? Ich verspreche ihr, mich aufs Wesentliche zu beschränken. Als ich ihr mit dem Messer mitten ins Gesicht stoße, zwischen die Augen, dringe ich nicht zu tief ein. Geht doch gar nicht so leicht. Ungünstige Stelle. Ich bin wahnsinnig. Wahnsinnig. Konsequent. Man kann alles so oder so sehen. Vielleicht hat in dem Artikel auch gestanden, als problemfokussierte Bewältigung eines Konflikts eignet sich Sex zur Wiedergutmachung am besten. Die Nasenwurzel klafft auf und ein Teil ihres linken Auges ist angeritzt, weil ich mit der Messerspitze etwas abgerutscht bin. Mein Einstichwinkel ist nicht optimal. Ich war nicht beherzt genug. You live, you learn. Ihre Stirn hat jetzt ein Loch. Aber sie hält beide Augen immer noch offen. Immer noch. Und sieht mich nur entgeistert an. Wie man einen Leierkastenspieler ansieht, dessen Leierkasten eiert, muss ich mir notieren. Zumindest guckt sie gar nicht so, wie man es vermuten möchte, wenn man nur noch drei Atemzüge vom Nirwana entfernt ist. Ich halte Nirwana und vor allem Kurt Cobain für total überschätzt. Endlich schließt sie ihr angeritztes Auge. Ich muss kurz an Victor denken. Es blutet stark. Ich glaube, es läuft aus. Vermischt sich farblich. Eidotterhaft. Ihr Körper zuckt. Sie trägt eine Art Negligé in Lavendel. Steht ihr gut. Die Welt wird sie nicht vermissen. Ist die Bedeutungslosigkeit jedes Einzelnen nicht furchtbar? Jetzt erst wird ihr stöhnen hörbar. Ich summe eine Wodwell-ähnliche Melodie, eine eigene. Sunshine in the morning and sunshine in the night. Nur noch, um zu erfahren, wie das so ist, stoße ich in ihren linken Brustkorb, diesmal beherzt. Aller guten Dinger sind drei. Und jetzt ist auch schon egal. Mit aller Kraft. Etwas bricht, etwas flutscht. Das dürfte das Herz sein. Ihr linker Arm zuckt spastisch. Völlig unkontrolliert. So muss sich ein Huhn bewegen, das panisch umherläuft, nachdem man ihm den Kopf abgeschlagen hat. Ich schaue mir diesen Tanz etwas an. Die Klinge gleitet durch den Körper. Wie ein übermütiges Kind im Sandkasten rühre ich noch etwas in ihr herum, wie gesagt, stellvertretend. Sie zieht ihren Kopf ein. Jetzt streckt sie sich. Ein monströser Schwall dunklen Bluts sprudelt plötzlich aus ihrem offenen Hals und versiegt wieder. Ich muss morgen Chen Seba von der Emi wegen des Verlags Splits zurückrufen. Tamara hustet, hüstelt vielmehr. Versucht sich, ja, ansatzweise aufzubäumen, obwohl sie nicht mehr bei Bewusstsein ist. Obwohl sie schon tot ist. Genial. Post-Mortem-Phänomen. Sie, oder vielmehr ihr zuckelnder Körper, scheitert kläglich an mir. Die Maß aller Dinge. Die ganzen 18 Zentimeter der Klinge weiden gerade ihre Pumpe aus und zermörsern Teile ihres Rückgrats. Ist nicht schwer. Wie lang so ein Wiesen durchhält, bis alles Leben entweicht. Leben. Alle wollen leben. Keiner weiß warum. Hals, Hirn, Herz. Triple H. Saubere Arbeit. Wir fassen also zusammen. Versöhnungssex als Spannungsreduktion und gegenseitige Verständnisfindung. Unschlagbar. Saub genug. Ich stehe auf und sähe an mir runter, prüfe, ob meine Kleidung beschmutzt wurde. Wundervoll, nicht ein Fleck. Das Messer ist dafür umso... Also, das geht gar nicht. Ich schüttle das Messer aus wie einen Regenschirm, wie einen halb zusammengefalteten Knirps, damit es auf dem Weg zum Wagen nicht tropft. Drücke dabei meine Beine in gestellstem Winkel weg. Um auf den letzten Metern nicht noch rote Tröpfchen auf der Jeans verzeichnen zu müssen. Das wäre ärgerlich. Meine Hände sind auch versaut. Im Auto habe ich eine Packung Tempus. Und auch noch ein paar feuchte, frische Tücher. Ich öffne die Haustürklinke mit dem linken Ellbogen, schaue Tamara nicht mehr an. Schaue nichts mehr hier drinnen an. Möchte mir die Sauerei aus ästhetischen Gründen nicht reinziehen. Ich meine vor allem ihre geschmacklose Einrichtung. Wie in einem Puppenhaus. Das ist mir letztens schon negativ aufgefallen. Hat aber zu ihr gepasst. Auf der Ablage liegt die Taxi-Quittung neben ihrem iPod. Es stinkt. Riecht Blut? Oder sind das die Eingeweide? Der optische Eindruck wird auch ganz stark von olfaktorischen Gegebenheiten beeinflusst. Ihre Henkers-Mahlzeit war vorzüglich, das weiß ich. Ich habe sie bezahlt. Ich ziehe die Tür von außen zu, wieder mit dem Ellbogen, und überlege, ob ich irgendwo meine Fingerabdrücke hinterlassen habe. Ja, an der Klingel. Mach ich weg. Ach, nicht nötig. Ich habe sie mit dem mittleren Gelenk meines linken Zeigefingers betätigt. Gewohnheit, mach ich trotzdem weg. Und meine Haare und DNA-Spuren. An ihr? Bin in keiner Datei. Reifenspuren? Unwahrscheinlich. Ich summe irgendwas von Shaken Stevens. It's raining. Sechs-Achteltakt. Keine Spur von Nervosität. Ich stelle mir die Frage, wie das kommt. Aber ich vergesse zu antworten. Ich verstehe nicht, wieso sie so leise war. Vielleicht habe ich mit dem ersten Stoß einfach gut getroffen. Vielleicht habe ich ja... Talent? Ich verstehe nicht. Ich bin frei. Ich bin frei. Amen. Kapitel 12 Hatschek und Vatschek Keine zwei Tage später, nur 39 Stunden später. 11. Oktober. Der Sommer ertönt, ich drücke die Tür auf und spurte hoch in den zweiten Stock. Rudi öffnet die Wohnungstür. Auf seine Frage, wie es mir geht, antworte ich mit »Sehr gut, da nur gut zu sagen immer verdächtig klingt«. Nach Entschuldigungen und Begründungen für die verspätete Lieferung, die ich höre, aber nicht aufnehme, sagt er, dass seine Ware von Spitzenqualität ist und somit ein Schnäppchenpreis, obwohl alles zusammen nun doch 6.000 Euro kostet statt 5.000. Sieh an. Ich zahle die noch ausstehenden 3.000 Euro kommentarlos und tue, als wäre ich beleidigt, was ich nicht bin. Es funktioniert. Stattdessen sagt er, damit kannst du jeden wegnieten. Er ist kurz verstört, als ich sofort mit der Frage anschließe, ob ich von ihm auch noch eine zusätzliche Packung Patronen bekommen kann. Kann ich. Er legt mir drei ziemlich schwere Schachteln auf die Tüte und sagt, dass er sie mir kostenlos als Dreingabe überlässt. Das macht mir endgültig klar, dass er mich mit dem Preis über den Tisch gezogen hat. Ich kann es fast nicht glauben, als ich mir auf dem Treppenabsatz sagen höre »Rudi, wir telefonieren«. Zu glatt für mich. 25. Oktober, 23.53 Uhr Es ist eisig. Für diese Jahreszeit zu kalt. Minus 5 Grad. Etwa eine Stunde dauern meine Nachtspaziergänge, die ich in letzter Zeit wieder vermehrt antrete, um von der Arbeit ein wenig runterzukommen, bevor ich ins Bett gehe. Nach langer Zeit habe ich heute Abend sehr konzentriert an einem neuen Titel geschrieben und bin erfreut, ob der Aussicht, dass ich mich vielleicht doch wieder fangen kann und einfach weitermache, wo ich vor knapp einem Jahr aufgehört habe. Habe Hunger. Ich biege nach rechts, also nach Südwesten ein, und sehe zwei große Typen in dickgesteppten, dunkelblauen US-Navy-Jacken und schwarzen Stiefeln, an der meinem Haus gegenüberliegenden Ecke stehen. Sie haben beide Stoppelfrisuren, Crew-Cut, und sehen aus wie amerikanische Marine-Soldaten, die ihre Skinhead-Vergangenheit noch nicht allzu lange hinter sich gelassen haben. Archaische Aura. Der eine kommt mir bekannt vor. Wahrscheinlich habe ich ihn schon hier im Viertel gesehen. Ich schlage den Mantelkragen hoch. Beide sehen mich verstohlen an, womöglich sind sie ein Pärchen und warten nur, bis ich an ihnen vorbeigegangen bin, um dann weiter zu knutschen und zu fummeln. Fünfzig Meter später drehe ich mich um, da ich in der ruhigen Nacht ihre Schritte hören kann, die verraten, dass sie sich nun ebenfalls in Bewegung gesetzt haben. Sind vielleicht zwanzig Meter von mir entfernt. Ich biege links ab und dann gleich wieder rechts. Sie folgen mir. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, sehe ich, dass mich beide fixieren. Kein Mensch ist heute unterwegs. Mein Pfefferspray liegt glücklicherweise im Auto. Was sollte das auch nützen bei zwei Riesen mit breiten Zyklopenschultern? Aber es wird schon nichts passieren. Die Gefahr bilde ich mir nur ein. Das ist Leas Bruder, schießt es mir durch den Kopf. Jetzt erinnere ich mich, werde eine wahr. Der C-Lutsch-Fetischist. Scheiße! Keine Sau weit und breit, untypisch. Sogar für Montagnacht. Ich renne los. Sie auch. Um mich herum befinden sich Häuser mit Hunderten von Menschen und ich habe jetzt noch zehn Meter Vorsprung. Einholen ist leichter als vorliegen. Ich kann nicht um Hilfe schreien. Das wäre peinlich. Peinlich! Ist das das richtige Wort, bevor man blutig geprügelt wird? Noch ist ja nichts passiert. Ich bin schnell. Sie sind schneller. Ihre Schuhe sind laut. Meine Stimmbänder regungslos. Warum habe ich damals nicht geschrien, als mich der Rottweiler bedroht hat? Warum war ich enttäuscht, als mir mitgeteilt wurde, dass ich doch nicht todkrank bin? Jetzt wird mir richtig heiß. Ich spüre, dass uns nur noch wenige Zentimeter trennen, obwohl ich mich nicht mehr umdrehe. Einer greift mich am rechten hinteren Saum meiner Jacke. Ich verliere das Gleichgewicht und stürze in vollem Lauftempo zu Boden, versuche aufzustehen, werde aber zu Boden gedrückt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich kann einfach nicht schreien. Jeden Muskel, den zusammenzuziehen ich imstande bin, spanne ich an, als sie beginnen, mich mit ihren Füßen zu traktieren, und halte dabei meine Hände vors Gesicht. Egal was, die nehme ich dann nicht mehr weg. Die beiden treten schweigend wie wahnsinnig immer und immer wieder mit ihren bestiefelten Füßen auf mich ein. Kurze Fausthiebe werden in dieses Prügelballett liebevoll eingewoben, wie die Wahnsinnigen hacken sie immer weiter in meinen Torso. Mit einem finalen Schlag in die Weichteile, der nicht mehr so präzise sitzt, verabschieden sich Hatschek und Watschek nach gefühlten fünf Minuten und laufen wie die Irren davon. Das war's. Ich bleibe regungslos liegen. Die Pisse stinkt. Nicht meine. Ich hebe die linke Hand, soweit ich das kann, suche eine Schonhaltung, die mich meinen restlichen Körper aufstehen und manövrieren lässt, und erhebe mich steif. Meine Beine wurden zwar ebenfalls getroffen, aber ich kann gehen. Jetzt setzen die Schmerzen richtig ein, bloß durchhalten. Zwei Passanten kommen mir entgegen und sehen mich erstaunt an. Einzuschätzen, wie ich gerade aussehe, ist mir unmöglich. Zusammengeknüppelt nehme ich an. Weiter. Die beiden anzusprechen nützt mir nichts, will sie nicht belästigen. Jetzt ist's eh schon egal. Ich atme die eiskalte Luft durch den Mund. Offener Mund ist bei mir optisch eher unvorteilhaft. Taxi, da, hier, hallo. Bitte Klinikum groß hadern. Ist ziemlich weit draußen im äußersten Westen, aber das Beste der Stadt. Das renommierteste. Was heißt schon das Beste? Bloß keine Pfuschärzte. Meine Hand sieht irreparabel aus. Fünfzehn Minuten Fahrzeit. Pakistanischer Fahrer hält die Klappe. Ich sitze hinten rechts. Ob Markus diese Aktion Lea gegenüber als Rachefeldzug in ihrem Namen verkauft? Ob sie das zusammen ausgeheckt haben? Oder ob das so ein sexuelles Ding war zwischen ihm und mir? Seine eigene Abrechnung für die Zurückweisung. Zur Notaufnahme, bitte. Guten Abend. Ich habe zwei Brüche. Und sonst noch allerlei Kleinkram. Bräuchte bitte dringend Hilfe. Ist versicherten Karte vergessen? Muss ich nachreichen. Oh, mein Hinterkopf blutet. Arzt kommt gleich. Danke. Taschencheck. Irgendwann während dieser Nummer habe ich mein Notizbuch verloren. Ich setze mich. Orangefarbene Plastiksitzbank wie bei Dr. Wagenhorst. Reinigungsfreundlich. Neonlicht. Eine Röhre flackert. Nächtliche Notaufnahmen. Wartesaalromantik. Erfühle. Schienbein. Ein Handgelenk. Ein Handgelenk. Hinterkopf. Und einmal gleichzeitig auf drei Sendern. Es ist ein Wochentag. Es ist ein Wochentag. Aus dem Winterfrühling. Ich sehe auf das Display. rund siebeneinhalb Monaten bei Beckmann. Rund gilt nicht. Also Tamara trägt diese Frisur seit genau 226 Tagen. Seit jener Nacht. Vorteilhaft. Nichts daran auszusetzen. Man könnte sagen, Tamara ist meine neue Bettina. Bettina schickte mir gestern eine Einladung zu Dirks Beerdigung. Findet kommenden Samstag statt. Die Leberzirrhose war wohl stärker als ihr. Obwohl ich Lust auf das anschließende Essen hätte, werde ich nicht hingehen. Kann mich nicht um alles kümmern. Am Tag sterben weltweit im Durchschnitt um die 150.000 Menschen. Einer mehr, dem ich nicht besonders nahe stand. Ich zucke mit dem Auge, als hätte ich sie nicht mehr alle. Vielleicht habe ich sie nicht mehr alle. Ist die Annahme, wahnsinnig zu sein, der sichere Beleg dafür, es nicht zu sein? Ich habe gerade wieder einen Hit. Mit Tempo-Pop-Song mit einem 16-jährigen Sänger aus den USA. Er dreht bereits durch. Verlangt Fünf-Sterne-Hotels und Limo-Service. Drogenkarriere vorgezeichnet. Wenigstens eine Karriere. Gibt es schon einen erfolgreichen Titel namens »Some things never change?« Weiß nicht. Auf jeden Fall mal notieren. Ich parke den brandneuen Jaguar XF fünfzehn Minuten später in meiner Garage. Die Bar ist zu Fuß nicht weit weg. Ich verlasse die Tiefgarage über die Einfahrtsrampe und stehe weitere zehn Minuten später vor dem Eingang der Bar. Möchte nicht hineingehen. Ich werfe einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist, zwischen Socken und Schaftkante. Wie sieht das denn aus? Aber alles gut. Sie hängt drüber. Dann selbe Prozedur mit dem rechten Fuß. Auch okay. Los. Tisch erst mal nicht entdecken. Semidunkel. Rumstehen und rumschauen. Ah, da. Gehe auf die Arschlöcher zu. Alle schon da. Gemischte Runde. Optisch und finanziell. Bin der Letzte. Werde mich nicht rechtfertigen. Ich bin ein verfluchter Star, weil ich anders bin als die. Hallo zusammen. Soll ich zuerst Tamara begrüßen und dann die anderen oder umgekehrt? Ich besitze nicht mal einen Knigge. Grinsen, aber mit Stil. Da wäre ich also der kurze Eindruck, ein Eindringling zu sein. Mache mir nicht die Mühe einzelner Umarmungen. Keine Küsschen. Nickende Blicke. Feindselige, abweisende, gleichgültige, offene, neugierige. Insgesamt vierzehn Leute. Alle hier sind Spreu. Verschwitzte Hände. Seltsam weiche Hände. Große, kleine, festgedrückte, laschgereichte, sympathische, abstoßende Hände. Winken, wenn zu weit weg sitzend oder nicht in Hörweite. Setze mich. Standardprogramm. Automatismen. Ich muss euch hassen, um mich selbst zu spüren. Höflichkeitsfloskeln. Sondiere alle. Einer möchte ich ficken. Schöne Wangenknochen, grün-graue Augen. Genau die tut so, als ginge ich ihr auf die Nerven. Schon mal auf Verdacht. Tamara sagt mir in mein Ohr, dass sie gerade versucht hat, mich zu erreichen, sie aber keine Verbindung bekommen hat. Es hat etwas Anschuldigendes. Ich nicke und denke mir, ihre Nase und ihre Schulterlinie sind tadellos. Werde in Gespräche verwickelt. Bin überraschend gut in Form. Aktiviert. Da ich mein Geplapper schon in- und auswendig kenne, beginne ich gleichzeitig mit der Überlegung, worin sich ein Meteorit von einem Astheoriden und worin sich ein Komet von einer Sternschnuppe unterscheidet. Tamara unterbricht mit einer Bemerkung. Ich antworte nicht sofort, sondern tue so, als müsse ich gründlich über das nachdenken, was sie gesagt hat. Dabei mache ich ein Honigkuchenpferdgesicht. Ich weiß, wie das Ganze ausgehen wird. Eine Erkenntnis. Das hier ist ein einziger Rückschlag oder ein Abschied. Die ganze Zeit über spanne ich meine Po-Muskulatur an, um einen Ausgleich zu schaffen. Komme mit einer neuen Runde, bestehend aus vier Personen, ins Gespräch. Ich langweile mich, möchte es aber nicht zugeben. Die Musik ist zu laut. Man muss schreien. Wunschträume und Illusionen sind ein Fehler der Evolution. Fällt mir nur gerade so ein. Ich höre Ihnen zu. Sie reden miteinander wie Fremde und sind auch eng befreundet. Vorgekautes Gedöns. Wenn ich etwas sage, merke ich, wie befremdlich ich für sie klinge. Wir sind einander verdächtig. Der DJ streift seinen Kopfhörer ab und macht Verrenkungen. Ich glaube, er hat gerade eine gute Zeit. Ich seufze. Ich erhole mich ein wenig. Entspanne im Rahmen des Möglichen. Mich fröstelt. Was wäre mir lieber? In Eiseskälte erfrieren oder in Brothitze verglühen? Jemand legt mir seine Hand auf den Oberschenkel. Niemand bestimmt es. Ich spanne den Muskel wie ferngesteuert an und auf die Mitteilung, die dann folgt, entspanne ich meinen Oberschenkel wieder. Hätte nicht sein müssen. Es ist Tamara. Mir wird ein Foto gereicht, Polaroid. Sieben oder sechs oder fünf Personen sind darauf zu erkennen. Drei mit roten Punkten in den Augen. In einer Skihütte? Könnte sein. Alles aus Holz. Alle mit dicken, hellen, trendigen Pullovern. Halten Getränke hoch und schreien in die Kamera oder singen. Ich kenne niemanden davon. Bin ratlos, wie reagieren. Täusche erst mal Bewegung vor, indem ich das Bild umdrehe, als stünde auf der Rückseite eine Erklärung, was ich damit soll. Reiche es zurück. Respektvoll lächelnd, nickend. Was ist das? Gibt es einen tieferen Sinn, den ich nicht begreife? Nur nicht gequält aussehen. Lass gut sein. Es ist so laut hier drin. Aus dem Stand fällt mir die unsinnige Frage ein, was der Unterschied zwischen Simsalabim, Hokuspokus und Abracadabra ist und löst sich in Wohlgefallen auf. Auf Nord-Nordwest demütigt jemand mit autoritärer Stimme die Bedienung wegen angeblicher falscher Bestellungsaufnahme. Sie zieht davon. Ich sehe ihr nach, kann ihren Gesichtsausdruck aber unmöglich erschöpfend deuten. Höre die autoritäre Stimme. Ist doch wahr, sagen. Er betont den Satz an der falschen Stelle. Jemand ist nur so lange sympathisch, bis man ihn näher kennenlernt. So unsagbar laut hier drin. Ich zucke mit dem Auge. Vermehrt jetzt auch mit Oberschenkeltrizeps und den Mundwinkeln. Meine Tics nehmen zu. Nicht erst seit heute. Noch jemand Neues kommt an den Tisch. Ist noch später dran als ich, denke ich mir. Schönling. Hat ein Flittchen in hautengem T-Shirt im Schlepptau Strandgut. Ausdrucksloses Gesicht mit ganz erstaunlichem Haaransatz. Wirkt stark zurückgeblieben. Aber schöne Zähne. Makelloses Gebiss volle Lippen. Der Typ Frau, der in Stöckelschuhen deutlich größere Schritte macht als in anderen Schuhen. Ich suche sie halbherzig nach einem Preisschild ab. Sie kaut auf etwas herum. Ihre Handtasche kostenpunkt über 3000 Euro. Nutzlose, verhätschelte Nutte. Ob sie weiß, dass sie eine Nutte ist? Ob ihr Freund weiß, dass sie eine kostspieligere Sache ist als eine echte Nutte? Was zur Hölle könnte ihre Gegenleistung sein? Er nimmt seine Sonnenbrille ab, reißt sie sich vielmehr runter, steckt sie in sein Hemd, begrüßt das Geburtstagskind, lässt seine Handflächen gegen die des anderen klatschen. Er lacht laut und ermuntert alle, mitzulachen. Sieger ist, wer sich für einen Sieger hält. Die dazugehörigen Freundinnen machen affektierte, laute Kuss-Schmatzgeräusche beim Luft-Pussi-Pussi, ohne sich wirklich zu berühren. Hysterisches Gute-Laune-Lachen und Wimpern-Klimpern im Anschluss. Maniolo-Blachnik-Rubies halten sich für Stars einer x-beliebigen US-Sitcom. Desperate Housewives meets Sex and the City. Identifikation als Armutszeugnis. Eine Digi-Cam wird hochgehalten und nimmt die Gesellschaft auf, erzwungene Heiterkeit bei denen, die sie bemerken. Fast ein bisschen panisch, einige fühlen sich erkennbar äußerst telegen, konzentrieren sich entspannt zu Schauspielern, instinktives Stichwort ungezwungen herzlich lachen. Mir fehlt jegliche Vorstellung, was für ein Ausdruck auf meinem Gesicht liegt. Die Panasonic wandert hin und her, schwenkt vor und zurück. Bilde mir ein, sie Summen zu hören, der Versuch, normal zu schauen. Tamara setzt sich nah neben mich, der Versuch, zu mir zu gehören. Ich schütze den Magen-Darm-Klassiker vor, muss heim. Bleib ruhig noch hier, ich muss nach Hause. Nein, wirklich, mir geht's nicht besonders. Dabei lege ich eine Hand auf meinen Bauch und schaue drein, als hätte ich auf was Saures gebissen. Jede weitere Betonung wäre meiner Glaubwürdigkeit abträglich. Ich stehe auf und winke mit einem Blick, der keinem Einzelnen mehr gilt. Dabei formen meine Lippen den Satz »Tschüss zusammen«, es war ein reizender Abend. Ich gehe. Schnell, weg von mir. Durch den Raum spüre, wie meine Füße etwas aus Glas zertreten. Schaue nicht, was es ist. Streife sanft einen Kellner mit Tablett voller Knabberzeug zum Nachladen. Die Nüsschen und Chipsschalen, in die alle mit ihren Drecksfingern reingreifen. Satzfetzen fliegen durch den Raum. Rasch die etwas steile Treppe rauf. Möchte zu eilig weg. Komme leicht aus dem Gleichgewicht. Klammere mich am stählenden Handlauf fest. Im Gehen, Taschencheck, Geldbeutel, Schlüssel, totes Handy, alles da. Sofort bei Betreten der Straße überkommt mich eine Woge der Irritation. Vorbei an kleinen Menschentrauben vor dem Eingang, die rausgegangen sind, um eine zu rauchen. Alle stehen mit derselben Körperhaltung da. Breitbeinig, die rechte Hand mit Zigarette abgespreizt. Imitatoren ihresgleichen. Abweichungen sind unbedingt zu vermeiden. Ich weiter durch die Straßen der Innenstadt. Ein Schritt fühlt sich so weich an, als wäre ich in einen kapitalen Haufen Scheiße getreten. Ich prüfe meinen Schuh, sehe zurück auf den Gehweg. Nichts. Ansatzweise erleichterung daheim, keinen Kot aus dem Profil meines Schuhs kratzen zu müssen. Weiter. Sind noch viele Leute unterwegs. Komparsen. Fege dran vorbei. Senke Kopf. Senke Blick. Wechsle öfter die Straßenseite, wenn mir Anhäufungen von Statisten entgegenkommen. Ich weiß nichts über sie und weiß, das ist alles, was ich wissen muss. Wenn unausgeglichen wie nie. Ich versuche mich abzulenken, mich zu zwingen, an etwas anderes zu denken. Das hatte ich doch alles schon tausendmal. Kenne meine Reaktionen längst in- und auswendig. Die Katze beißt sich mittlerweile bei mehrfachen Umdrehungen selbst in den Schwanz. Es gibt nichts mehr, mit mir selbst abzumachen. Alle Gedanken sind gedacht. Alle Gedanken sind gemacht. Nur noch unausweichliche, abgehalfterte Wiederholungen. Wenn auch die Wiederholung einer Wiederholung schon wieder etwas anderes ist. Etwas Neues. Der Kontext macht's. Die einzige Definition von neu. Fast stolpere ich beim Wechseln eines Gehsteigs. Für die nächsten zwei Schritte hinke ich, als hätte ich Schmerzen, vorsorglich, bis ich meine Unversiertheit feststelle. Um die Ecke. Eine dunkle Gasse, ganz unvermittelt wie ausgestorben. Zahlreiche Lieferantenzufahrten und Hintereingänge. Nur ein untersetzter, gedrungener Mann mit gelbem Hemd, das über seinem Bauch spannt, kommt mir entgegen. Ein kahl, roter Bluthochdruckkopf. Dubiose Erscheinung. Wir sind die Einzigen in dieser schmalen Hochhäuser-Schlucht. Schwaches Licht zweier einsamer Laternen. Ich vollziehe einen weiteren Straßenseitenwechsel. Aus etwa zehn Metern Entfernung höre ich halblaut, vermeintlich unverbindlich, mit einer Betonung irgendwo zwischen Angebot und Nachfrage, »Schön blasen?« Wenige Schritte weiter bin ich wieder im Trubel. Das Leben tobt. Ich bin alles, was ich habe. Noch während ich es hinkritzle, finde ich es richtig geistreich. Doch es ist egal, wenn ich morgen mein Gekrakel nicht mehr entziffern kann, weil ich morgen vielleicht anders darüber denke, ganz bestimmt sogar. Dann fällt mir ein, dass ich das schon mal aufgeschrieben habe. Diese Idee hatte ich bereits, und das bringt mich ans Ende jeden Überlegens. Abwesend sehe ich hoch in den Himmel, ein schwarze Wand, seltsam nicht existent. Als ich mein Notizheft gefühlvoll zuschlage, den Stift darin einhake, es im Gehen in den Mülleimer an der Infotafel einer Bushaltestelle werfe und etwas munterer werde, bin ich endgültig bereit. Schließe die Wohnungstür hinter mir, schalte das Licht ein. Siehe da, das Licht geht an. Wie mindestens jeden zweiten Tag, wenn ich heimkomme, wundere ich mich, wie großartig es ist, Elektrizität nutzen zu können. Und das, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Ist Elektrizität eine Erfindung oder eine Entdeckung? Ich benutze einen Computer, eine Stereoanlage, ein Auto und ich weiß nicht, wie all das funktioniert. Wäre ich der letzte Mensch auf Erden und müsste einem Außerirdischen von den Errungenschaften des Homo sapiens erzählen, ich könnte nichts wirklich nachdrücklich erklären, geschweige denn rekonstruieren. Ich fühle mich klein. Eine Glühbirne? Keinen Schimmer, was das wirklich ist. Wie man Glas herstellt? Wie ein Telefon funktioniert? Warum ein Flugzeug fliegt? Höchstens Halbwissen, allerhöchstens. Ich kann mir das nicht verzeihen. Meine Inkompetenz. In allem. In allem. Irgendwie. Werfe mein Hemd in die Abfalltüte, lege Geldbeutel und Schlüssel sorgsam auf den Wohnzimmertisch, benutze den Lippenbalsam, dann lege ich auch ihn auf den Tisch. Handy lasse ich in der Hosentasche. Sehe beim Händewaschen jemanden im Spiegel, der meinen Namen trägt. In Bewegung kenne ich sein Gesicht nur spiegelverkehrt. Man müsste einen Spiegel erfinden, der einem das Gesicht wie ein Foto gegenüberstellt. Meine rechte Gesichtshälfte wird schneller altern, weil ich immer auf der rechten Schulter schlafe. Die Schulter wird deshalb sicher auch früher verschleißen. Eiskaltes Wasser fließt über meine Finger. Ich schiebe den Hebel der Mischbatterie nicht nach links, sondern stelle mir einfach vor, das Wasser würde wärmer. Und ich habe den Eindruck, es wird wärmer. Ich drücke beim Zähneputzen so stark auf, dass die Bürste über dem Stiel bricht. Das Geschirr habe ich die vergangenen Tage peu à peu in Zeitungspapier gewickelt entsorgt. Ebenso die Töpfe und sonstigen Kochutensilien. Der Kühlschrank ist abgetaut, gesäubert und seine Tür ist halb geöffnet, das Licht zusammen mit der Kühlfunktion abgeschaltet. Meine Festplatte habe ich in Wasser getaucht, in der Hoffnung, meine Dateien würden damit unwiederbringlich gelöscht, und sie in einer Tüte verpackt, ebenfalls in die Mülltonne geworfen. Alle Bücher und Kleidungsstücke weggeschmissen, entsorgt. Meine Wohnung ist, bis auf die Möbel, welche ich alle penibelst gereinigt habe, Schubladenschränke, sonstige Flächen, komplett leer geräumt. Das sieht schön aus, hat was von Neuanfang. Es sieht gar nicht so anders aus als davor. Fast kein Unterschied. Es wird schon hell. Ich stehe vor der Fensterfront im Wohnzimmer und sehe raus, über die Stadt. Am Horizont zieht ein Schwarm Vögel vorbei. Die Straßenbeleuchtung ist noch an. Meine Konten habe ich aufgelöst, das gesamte Bargeld abgehoben und in mehreren wattierten Umschlägen. In einem der Kuverts steckt außerdem eine unterschriebene Generalvollmacht samt einer Auflistung administrativer Daten, gestern Vormittag im Haus meiner Mutter, ich wusste, sie war nicht da, in einem ihrer Kleiderschränke ganz hinten versteckt. Der Einschreibebrief, der sie morgen per Express erreicht, Sondersendung, Zustellung zwischen zwölf und vierzehn Uhr, eine exaktere Buchung ist bei UPS nicht möglich, wird sie über diesen Aufbewahrungsort informieren. Vom Festnetz aus, funktioniert noch, rufe ich mein Handy an. The number you have dialed is not assigned. Strato, Homepage schon vom Server genommen, GEZ, Scheißladen, Fitnesscenter, könnte noch bis 1. November trainieren, Versicherungen, Alle noch Laufzeit bis Jahresende, sind abgemeldet. Das Namensschild an meinem Briefkasten habe ich aus der Plastikhalterung genommen und umgedreht, die unbeschriftete weiße Seite nach vorne, den Deckel mit einem Streifen Tesafilm zugeklebt. Somit kann keine Postzustellung mehr erfolgen und meinen Briefkasten verstopfen. Die Böden habe ich gestern noch gewischt, Mein Personalausweis und Reisepass sowie Führerschein liegen gut sichtbar zusammen mit einer notariellen Verfügung, verzitterte Unterschrift fünfter Versuch, mitten auf dem ansonsten leergeräumten Schreibtisch. Sämtliche Archiv-CDs mit meinen Song-Layouts, tausende und veröffentlichten Titeln, hunderte, die Notizen für Textideen und Titelzeilen, mein Diktafon landeten bereits mit der vergangenen Freitag geleerten Mülltonne in der Verbrennungsanlage im Heizkraftwerk Süd. Eben habe ich ein Bad genommen und im Anschluss mit Fiss und Palmolive besonders sorgfältig geputzt. Die letzten Kleidungsstücke, die ich jetzt noch habe, unter Hose, Socken, T-Shirt, alles schwarz, Jeans, dunkelblau, trage ich am Körper. Fünf Uhr achtundfünfzig. Das Badezimmerfenster ist gekippt. Es zieht ein bisschen. Ein letzter Blick in den Spiegel. Zähne, strahlend weiß. Mein Körper. Ich bin in Topform. Auf meinem Kopf über die noch nassen, frisch gewaschenen Haare trage ich eine mittelgroße Plastiktüte meines Stammbuchladens. Grundfarbe weiß, hat was von Chefkoch. Und darüber eine große von Tengelmann, Grundfarbe rot. Letztere tief in die Stirn gezogen. Hat was vom Sandmännchen. Nicht nur, weil ich die Trageschlaufen um meine Uhren herum befestigt habe. Jetzt bitte keine Fotos. Ich liege in der Badewanne. Leer, kein Wasser. Sage, alles klar. Und setze die Mündung in meinen Mund. Sie fühlt sich kühl an. Nicht wie erwartet kalt. Nur kühl. Sorgfältig justiere ich das Stahlrohr. Muss dazu meinen Ellbogen weit nach vorn halten, um mit dem Handgelenk den optimalen Winkel zu erreichen. Schiebe es ziemlich tief rein. Versuche es schräg auf den Gaumen zeigen zu lassen. Achte darauf, keinen Wirkreiz auszulösen. Das Metall klappert, wenn es mit den Zähnen in Berührung kommt. Schön entspannt vibriert meine Atmung. Ehe ich sie mit kaum wahrnehmbarem Druck schließe, wandern meine Augen, ohne etwas Konkretes zu verfolgen, einmal kurz von links nach rechts über die weißen Kacheln der Wand vor mir. Unerwartet zügig gingen die letzten organisatorischen Schritte vonstatten. Und dann wird es still. Ich verharre in Regungslosigkeit. Weder Angst noch Zweifel. Weder Bringschuld noch Entscheidungsfindung. Eine ich-weiß-nicht-wie-lange-Zeitspanne-vergeht. Erste Anzeichen pathetischer Erschöpfung. Bin ein wenig perplex. Es zieht immer noch ein bisschen. Es zieht immer noch ein bisschen. Die, ich bin ein wenig perplex. Meine Mama-Basche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020